Hi, hallo, willkommen. Ich habe gerade noch die Aufnahme gestartet. Ich habe mich dazu entschlossen, mal wieder den Dark Souls Randomizer zu machen. Dark Souls Remastered. Und... Hitto! Ja, das sieht, äh, Randomized aus. Was ich randomized habe, sind... Randalf, klassischer Name für einen, äh, Randomizer Charakter. Was ich gerandomized habe, sind die Items. Key Items sind im Speedrun-Modus, ähm, gerandomized. Das heißt, also Key Items, wie die vier Hüter sehen, oder Schlüssel, die man braucht. Ach, Schlüssel, Key Items, ihr versteht schon. Äh, die sind an gewissen Stellen positioniert. Das heißt, sowas wie zum Beispiel, da, wo man sonst den Glut findet, in einer Schatztruhe oder so. An solchen Locations sind die wichtigen Items, damit der Run auch irgendwo hinführt. Ansonsten, wenn Key Items komplett random sind, finde ich das auch immer sehr, sehr nervig. So, das haben wir alles als Startklasse. Oh ja, und alle Gegner habe ich auch randomized. Ich habe aber jetzt nichts Dummes gemacht. Ich habe nicht gemacht, dass irgendwo, dass statt Bossgegner normale Gegner da sind, oder dass wir statt normalen Gegner einen Bossgegner treffen. Ich habe einfach normale Gegner durch normale Gegner ersetzt und Bosse durch Bosse. Und ich denke, das ist okay. Ich denke, das sollte angenehm sein. Oh, das ist so fucking cool. Ich glaube, ich werde den Ritter nehmen. Schau euch, ich schau euch sein Fashion Souls Game an. Was? Da kann der Vagabund auch fast mithalten. Wenn die anderen haben, natürlich bessere Waffen, aber... Oh, der Hammer. Das ist auch eine mächtige Rüstung. Pyromant. Oh, auch stark. Kleriker. Bettler. Nee, komm, 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 komm. Da gehen wir rein. Dann hoffe ich, dass wir demnächst eine... Ah, Generalschlüsse natürlich mitnehmen. Dann hoffe ich, dass ich demnächst irgendwie eine gute Waffe finde. Denn ich habe das Gefühl, mit dem Teil werde ich nicht so noch nicht weit kommen. Blau. Machen wir direkt blau. Blau und schlau. Das ist auch eine... Oh, ich habe noch die Dark Hand. Uh, das wird interessant. Das wird interessant. Außerdem von Fallout Junkie. Fünf Gift Subs. Für Ripper Joe Hillside. Äh, Dark Beneful, Kaito und der Olkai. Äh, viel, viel lieben Dank. Viel, viel lieben Dank. Irre mich, oder kam schon lange kein Dark Souls mehr? Relativ. Ist ein paar Tage her, auf jeden Fall. Ach so, dunkel. Warte, jetzt, wo wir nicht mehr... So. Jetzt, wo wir nicht mehr den ersten Run machen, kann ich jährlich hier doch wieder ein bisschen hochdrehen. Au! Fiesling. Okay, da unten haben wir also einen Gargoyle. Mit dem werde ich fertig. Mit dem werde ich durchaus fertig. Würde ich einfach mal meinen. No Hit Run vorbei. Ja, ging leider nicht... Ging nicht lange gut, wie sich herausgestellt hat. Absoluter Miese, Peter. Ich glaube, ich will auch mal einen, äh, Item und Enemy Randomizer in Dark Souls 3 machen. Den gibt's an, den Enemy Randomizer in Dark Souls 3 gibt's inzwischen auch schon etwas länger. Aber ich hatte immer ein bisschen Angst davor, weil ich nicht so gut in Dark Souls 3 bin. Noch ein Gargoyle. Ah ja, ich hab Easy Asylum aktiviert. Aber ich würde sagen, inzwischen... Inzwischen bin ich okay genug in Dark Souls 3. Und wir nehmen die Dark Hand natürlich als Angriff. Denn die Dark Hand, der ist ein guter Angriff. Die schmettert vernünftig rein. Na, nicht so vernünftig, wie sich hier rausstellt. Willst du irgendwann mal, irgendwann mal was? Ich würde irgendwann mal vielleicht so einiges. Also, von einem Boy, Nintendo 64 Monate. Resub, wie, wir lieben Dank. Das ist auch eine wilde Kombination, mein Alter. Oh Gott, ein Bloodborne Arcane Run. Oh nein. Oh nein. Oh nein, den würde ich gerne nicht machen. Arcane Magie in Bloodborne ist... Es ist nicht... Es ist absolut nicht dazu ausgelegt, als primär einen Angriff zu verwenden. Genau wie die Schusswaffen aus Bloodborne. Mies. Kommen wir mal ein bisschen hier rüber. Vor allem der Feuerknabe. Ist extrem stark. Ich weiß ja nicht. Alles, was ich dazu immer gesehen habe, war absolute Scheiße. Ach Gott. Ich sollte... Ich glaube, das macht die Haltbarkeit kaputt, was ich hier gerade mache. Was machen wir mit dir jetzt am besten. Ich will den hier weg haben. Ich kann nicht gebrauchen, dass der, wenn ich da oben sowieso schon knapp mit dem Gargoyle ringe. Dass er dann kommt und mich nervt. Außer von der Kani, 23 Monate Resub, dann kommt der langersehnte Arc Stream. Ich glaube, so langersehnte ist der nicht. Oh, der kommt gar nicht. Ich denke, so kann man ihn gut staggern. Au. Oh, oh. Ich trinke mal einen Schluck. Au. Und wir haben ihn. Ich sage es euch, die finste Hand. Das soll ich mal nicht zu sehr unterschätzen. Aber vor allem, also, Toni Trost, ziemlich cool. Nur nicht gegen Orphan of Chaos. Hat eine super hohe Blitzresistenz. Ja, aber das ist ja nicht... Ach, du meinst auch mit richtigen Waffen. Ich dachte, du meinst einfach nur diese Arkan-Zauber. Hm. Wenn man normale Waffen verwendet, könnte man es versuchen. Aber nur Zauber wäre... Das wäre es, wenn ich ein bisschen lahm. Wächterrüstung. So, ich würde sagen, das Tutorial soweit, gut und sauber abgeschlossen. Dann werden wir mal schauen, was wir hier alles bekommen werden. Schau, mit Waffen die auf Arkan-Skill. Wären sich wahrscheinlich okay. Ich glaube, ich würde Chaos so nicht down bekommen. Schwarzritter-Gamaschen. Leider ist meine Rüstung schon ziemlich perfekt, so wie sie ist. Priesterhut-Smoes-Rüstung. Ich meine, Smoes-Rüstung ist natürlich verlockend. Aber nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ich sollte aber auf jeden Fall generell mal wieder einen Bloodborne-Run machen. Ist schon wieder ein bisschen her. Großachs des Drachenkönigs. Vielleicht könnte ich da mal schauen, ob ich auf Arkan-Waffen gehe. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn das Spiel plötzlich mir random die beste Waffe im Spiel gibt. Ist doch nicht meine Schuld. Was soll ich machen? Soll ich es einfach nicht mitnehmen? Bloodborne-Erster-Run-Run. Der habe ich schon Shit-letzten, also vorletzten Dezember gemacht. Wo ich ja alle Quests und sowas in Bloodborne, beziehungsweise einige Quests und sowas gemacht habe in Bloodborne. Für Early-Game auf jeden Fall. Nee, für das gesamte Spiel mit der Waffe habe ich den No-Hit-Run gemacht. Ich bin der Meinung, dass Goldstrahl eine der besten Waffe im gesamten Spiel ist. Au, hör auf. Halt mal alle auf. Was, ich gehe jetzt einfach wieder. Mit euch will ich nichts zu tun haben, wenn ihr so unfreundlich seid. Mit der Darkhand kannst du NPCs Menschlichkeit abziehen. Ja, aber ich will nicht riskieren, dass sie hostile werden. Das fände ich nämlich eher unangenehm. Aber sie sind davon eigentlich nicht wirklich Verwendung für Humanity. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob NPCs davon hostile werden. Aber ich, ich, ja... Ich hoffe doch mal. Sicher, dass du das Asylum auf einfach gestellt hast. Ich meine, es kann doch passieren, dass ich einfach keine Upgrade-Materialien finde. Das sollten wir mal auch nicht vergessen. Mensch, da kann ich richtig rein, Levelend-Decks. 25 Decks brauche ich dafür. Okay. Äh... Ne, ich glaube, ich gehe erst außen rum. E-Decks-Spieler. Hey, was soll ich machen? Das ist eine gute Waffe. Das ist eine gute Waffe. Da kann ich mir nicht helfen. Warte, das ist eigentlich ein dummer Weg, jetzt hier zu gehen. Oben in der Festung sind super viele Items und da ist auch ein Händler und sowas, wo ich dringend hin sollte. Wie auch immer. Jetzt sind wir schon hier. Hier ist sowieso auch direkt ein Händler. Und Schmied. Der vergessene Schmied des Spiels. Ich vergesse jedes Mal, dass der Typ ein Schmied ist. Ich glaube, ich habe bei ihm auch vielleicht mal in irgendeinem Randomizer-Run oder so, aber ansonsten habe ich bei ihm noch nie eine Waffe abgegradet. Boah, bekommen wir die überhaupt im richtigen Spiel? Was meinst du? Die Dark Hand? Für die musst du dem Covenant von... Der hat immer den teuren Stab. Dem Covenant von Kaff beitreten. Und dafür muss man die 4 Kings besiegen, bevor man mit Framed geredet hat. Oder ich glaube, man kann auch einfach die Jungs da unten farmen. Der hat keinen Ambus, der ist kein Schmied. Der darf doch Waffen verstärken. Ach, Goldstrahl. Dafür muss man Artorias Freundin killen im DLC. Ja, der hat nur Müll. So wie üblich. Beziehungsweise du kannst dir auch Artorias Seele geben, aber wo bleibt da der Spaß? Wo bleibt da der Spaß? Ritterhelm. Und ich habe natürlich eingestellt, dass alle FPCs und sowas T-Posen, denn ich denke, das ist sehr wichtig. Schwarze Goldsaum-Handschuhe. Das trifft sich gut, denn ich finde meine Handschuhe sehr unschick. Die auch ehrlich gesagt. Die sind ein bisschen besser. Eine andere Hose hätte ich glaube ich auch noch ganz gerne. Eine, die vielleicht zum Outfit passt. Ich meine, wir sind ja ganz offensichtlich in dem Spiel hier, um auch ein bisschen Fashion an den Tag zu legen. Bisschen, ein bisschen fesch sein. Ach. Oh nein, mir fällt gerade wieder auf, das ist ja ein Enemy-Randomizer. Das heißt, die Stelle auf dem Weg zu den Gargoyles wird wieder ein absolutes Elend. Stell ich die Ratten mal in T-Pose vor. Ich meine, wenn eine Ratte spawnt, dann wird sie T-Posen. Das heißt, wir müssen uns nicht mal die ganze Zeit nur vorstellen. Wir können es sogar sehen. Ehrenwerter Ritter. Nimm das auch noch mit, wenn das okay ist für dich. Kein Grund, sich so aufzuspielen, deswegen. Gibt kein Grund, jetzt so zu sein. Aber ehrenwerter Ritter. Oh, nur 8000. Ich dachte, der schmettert richtig rein, aber Mensch, besser als nichts. Reicht aber auch nur für 20 Decks. Mies. Dark Souls, an meinem Geburtstag was kann Schöneres geben. Keine Ahnung, Dark Souls 3 an deinem Geburtstag. Alles Gute. Ah, ne, 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 Jungs, Jungs, Jungs. Geh mal weg. Es sind gerade sehr viele, sehr nervige Gegner hier. Ich gehe erstmal nach oben. Och, nö. Ich gehe erstmal nach oben. Denn ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz bereit, mich mit diesen Gegnern... Guter Schaden. Yeah! Die Darkhände ist halt wirklich akzeptabel für den Anfang. Turmschild. Der ist nicht ganz so akzeptabel. Aber das ist okay. Was ist dein Lieblings-Souls-like-Spiel? Du kannst schon fragen, was mein liebster Dark Souls-Teil ist. Da ist das Einzelblatt geworden. Oh Gott! Au! Vielleicht gibt es doch einen Grund, warum man da am Anfang noch nicht hingehen will. Vielleicht gibt es doch einen Grund. Trink mir doch auf! Oh Gott! Lass mich mal in Spawnfire setzen. Danach versuchen wir einfach durchzurennen, wie es sich herausstellt. Oh nein, der Typ ist in den Tod gesprungen. Okay. Jetzt muss ich nur in dem Knaben vorbeikommen. Nein, nein, nein. Okay. Ach shit, ich dachte, der ist runtergefallen. Was ist dein Lieblings-Souls-like-Aussehen am Dark Souls und Bloodborne? Gibt es keins. Keine Ahnung. Weil ich wirklich viele gespielt und das, was ich immer gesehen habe, gibt es nicht das Gefühl, dass es zu interessant aussieht. Oh, sie haben Ronneberg, 50 Bits und von Trittstar 28 Monate. Resub, liebe, lieben Dank. Oh, oh Gott. Oh Gott. Das ist doch miserabel. Ha! Vielleicht will ich doch erst woanders hingehen, ehrlich gesagt. Vielleicht schauen wir doch erst mal hier runter. Denn irgendwas sagt mir, dass ich aktuell in der Burg noch nicht so gut vorankomme. Ich habe das Gefühl, ich hätte da gerne eine Waffe, die nicht kompletter Müll ist. Ich meine, Damage ist okay von der Dark Hand, aber Moveset... Moveset könnte durchaus besser sein. Außer von Dragon, 31 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Da gibt es schon Waffen mit einem besseren Moveset. Was dumme ist, dass jetzt der untote Drache schon wach wurde. Der Drache erwache. Aber das ist okay. Denn man kann ja einfach an ihm vorbeilaufen. Kann er sich überhaupt so gut festhalten? Ich habe das Gefühl, er sollte von seinem Körpergewicht runtergezogen werden. Aber das ist okay. Einfach schön hier oben. Die Stulpen der Gunst! Ich bin bei Darks, dass nur bis zu diesem Schmetterling auf der Brücke gekommen. Der alte Mondlicht-Schmetterling. Aber das Movi lässt sich doch nicht erschrecken. Das wäre ich auch nicht. American Dragon kann man die Schnauze halten. Ich brauche einen Backstab damit. Wenn er jetzt noch durch den Backstab gestorben wäre. Nicht toxic! Zauberer Hut zum zweiten Mal. Guten Morgen, meine Bubenfreunde. Wenn es nur nicht so falsch klingen würde. Weil es klingt zwangsläuseig falsch. Das klingt hauptsächlich dumm. Oh shit, hier ist ein roter Vagrant. Ja, die Leiter gehe ich vielleicht wann anders hoch. Ich weiß auch nicht, warum ich ich weiß nicht ganz, warum ich dachte, dass der rote Vagrant mich nicht genau so abschießen würde. Aber er hat es getan und es hat sehr weh getan. Ich habe die roten Vagrants noch nie im normalen Spiel gesehen. Ich weiß nicht, ob es im normalen Spiel überhaupt gibt. Aber ich vermute, du musst an einer gewissen Stelle gegravelordet werden. Und dann kann vielleicht einer spawnen. Glaube ich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man zu roten Vagrants kommt. An sich Vagrants sind ja eine interessante Sache. Und zwar, wenn man ein Item auf den Boden legt, während man mit dem Server verbunden ist. Deswegen werde ich es jetzt nicht machen, weil ich bin im Offline-Modus. Dann kann dieses Item, das man auf den Boden gelegt hat, zu einem Vagrant werden. Der dann an gewissen Stellen für ganz kurze Zeit in der Welt von anderen Spielern auftaucht. Und der kann dann irgendwie noch zu einem Super-Vagrant werden. Aber ich weiß nicht mehr ganz, was man dafür machen muss. Ich glaube, dafür muss er irgendwie in zehn Welten auftauchen, um erwischt zu werden oder so. Aber ich weiß auch nicht, wie sie dann rot werden können. Vagrants generell sind aber warum? Wie, warum? Das ist eine super coole Mechanik. Jemand legt ein Item auf den Boden und dann kann in der Welt von irgendeinem Spiel ein Gegner spawnen. Und ich glaube, wenn man den Vagrant killt, kriegt man das Item dann auch. Ich bin mir wirklich gar nicht mehr sicher. Vagrants sind so eine wilde Mechanik, die ein bisschen verworren ist. Hallo, Fahrstuhl. So, hier haben wir dann auf jeden Fall direkt eine Key... Ich glaube, zwei Key-Item-Locations vielleicht sogar. Der Schwarzritter, was auch immer der sein wird, der ist auf jeden Fall ein Key-Item. Und eventuell der Graswappen-Schild auch. Wer von wilden Mechanik gerät ist, was hältst du von Dark Souls 2? Ich mag Dark Souls 2 wirklich nicht. Ich mag Dark Souls 2 wirklich nicht. Kein halbes Jahr mehr bis zur nächsten Nuzlocke. Na, ich denke, ich werde diese... Ah, fuck. Dann machen wir ein anderes Mal. Vielleicht kriege ich ihn dazu, runterzufallen. Ah, ich werde diese ja wahrscheinlich generell keine machen. Das ist so wenig Schaden. Nee, 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 nee. Machen wir ein anderes Mal. Ich meine, ihr könnt von mir aus Dark Souls 2 mögen, was auch immer. Ich hasse Dark Souls 2. Ich spiele es wirklich nicht gerne und jedes Mal, wenn ich spiele, denke ich mir noch sehr viel mehr, dass ich es echt nicht gerne spiele. Das ganze System macht einfach keinen Spaß für mich. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Nuzlocke sind halt immer so viel Arbeit. Es ist halt dann immer direkt mindestens ein Monat, wo ich nicht zu nicht zu viel anderen Dingen wirklich komme. Keine Ahnung, ob es das wirklich wert ist an dem Punkt. Von weil ich ganz gern vielleicht was anderes machen würde. Weißt du schon, welche Serie du dein nächstes Video machst inwiefern Serie? Also ich weiß, worüber mein nächstes Video wird. Ich will, ähm, der Titel wird als Emulatoren im Laden verkauft wurden. Und das war mit dieser Emulatorenbox, die wir im Streamer angeschaut haben. Kein Funke, Titanit glücklich. Und, ähm, die Geschichte von Blieben hauptsächlich. Dark Souls 2 war zu clunky für den Herrn. Nicht direkt das, es fühlt sich nur einfach echt schlecht an. Dark Souls 1 ist auch relativ clunky, aber das Kampfsystem fühlt sich nicht komplett schlecht an. Oh, ich seh grad so ein Vagrants. Vagrants haben einen festen Spawnpunkt und die meisten sind, äh, nicht leicht findbar. Beispiel Anor Londo am Riesenschmied gibt es einen Blitz, Samo eine Ecke hinter dem Snapgrund und eine kleine schräge Säule, die nicht einsehen. Bei Stort Spawn, der Vagrant. Der, ja genau, bei normalen Vagrants. Es gibt ja dann noch irgendwie größere Vagrants oder sowas. Sind sehr verzwickt. Vagrants werden laut Facts for Alive rot, wenn genug Spieler gegen sie verlieren. Ah ja, es kann auch sein. Auch wenn Facts for Alive Informationen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Dachte ich mir schon. Irgendwas anerhaltert mich. So, uh. Uh, für 5, uh. Wir haben ja eine Menge Seelen für einen schmalen Obolus. Seelen holen. Andrea hat ein bisschen abgenommen, ja. Horror Kit 5, 6 Monate, Resub. Wie viel lieben Dank. Und natürlich an Spawnfire setzen, ganz wichtig in Dark Souls 1. Dann schauen wir mal, was hier oben alles mich erwartet. Es könnte halt sehr, sehr mies werden. Oh. Ja gut. Madige Situation. 180 Seelen. Wirklich weit komme ich damit auch nicht. So, was wurde der? Krieg ich hin. Manche Dinge verlernt man nicht, meine Freunde. Und der Silberritter Perry gehört scheinbar dazu. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein,atell. Okay. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt erst mal abhauen. Ich werde jetzt erst mal abhauen. Wir werden schauen, dass wir vielleicht ein, zwei Level-Ups machen. Das ist wie Fahrradfahren, richtig. Nur sehe ich in meinem Leben wahrscheinlich mehr Zeit, wenn ich verbracht habe, Silberritter zu parieren, als Fahrrad zu fahren. Das sieht man. Ja. Ich weiß, ich bin ziemlich gut darin, Silberritter zu parieren. Also. Und noch eine Ritterseele. Wie viel kriegen wir davon rein? 1200. 5000. Reicht das, um auf 25 Decks zu kommen, ist jetzt die Frage. Oh, es reicht. Okay. Okay. Yeah, jetzt geht es richtig los. Mir scheint, das wäre der Herr ein prima Parierer. Ja, generell nicht wirklich, aber ein paar Gegner, die ich viel parieren musste, habe ich relativ okay gelernt zu parieren, würde ich sagen. Ich glaube, ich halte die Waffe lieber einhändig. Kostet sich viel weniger, äh, viel weniger Ausdauer. Schöner Schaden, soweit. Ich glaube, ich werde auch mal schnell runtergehen. Und dann werde ich mal eben das Asylum fertig machen. Hast du die Lights of P-Demo schon gespielt? Nee, ich werde wieder in die Vollversion reinschauen. Ich habe mich auch mal dazu gemeldet, weil die über dieses Streamer-Management-Dingens auch welche suchen für einen gesponserten Stream. Das heißt, wenn ich Glück habe, werde ich dafür bezahlt, das Spiel zu spielen. Das wäre doch ganz nett. Lords of the Fallen 2 werde ich an sich auch reinschauen. Beziehungsweise, ich glaube, sie nennt es wieder einfach nur Lords of the Fallen. So, als ob es Teil 1 wäre, was komisch ist, aber wie auch immer. Nicht ganz sicher, warum man den zweiten Teil bereits auch schon nur noch Lords of the Fallen nennt. Das ist das Leben. Ich meine, wenn ich dafür zugelassen werde, keine Ahnung. Vielleicht wollen sie lieber irgendwelche Streamer, die, keine Ahnung, League of Legends spielen oder sowas, um ihr Souls-like zu präsentieren. Kann man nie wissen. Dritter Teil, Lords of the Fallen. Nicht mehr lange, dann kommt Teil 3 bestimmt. Was haben wir hier alles? Wir haben einen Hund aus dem DLC. Finde ich jetzt nicht so nett erstmal. Schlange. Bin ich jetzt auch erstmal nicht zu begeistert von. Aber guter Damage dafür, dass ich... Oh Gott. Dafür, dass ich auf plus null bin. Das ist Lords of the Fallen Spiel. Also das neue war von anderen Leuten. Hä, warum sollten die es dann Lords of the Fallen nennen? Für die, für die große Fan-Community der, von Lords of the Fallen oder was? Wir haben den Namen gesichert. Den großen Namen von Lords of the Fallen. Setzen von den Borderlands Teilen. Ich mochte damals Teil 1. Ich denke, Teil 2 ist okay. Und Teil 3 ist wahrscheinlich... Eins der... Äh... Ist wahrscheinlich eins der Spiel mit dem anstrengendsten Writing, das ich jemals gesehen habe. Habe es nicht gespielt, weil... Keine Ahnung, war ich wirklich zu interessiert daran. Aber alles, was ich dazu gesehen habe, wo sie versuchen, so lustig... Oh Gott. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das muss nicht sein. Gameplay top, story flop. Basically. Ich weiß nicht, ob er Borderlands Gameplay jemals so top war. Gott. Dieser Typ, ich kann ihn gar nicht gebrauchen, dass der dann beim... der Bosskampf zu mir runterspringt. Fuck! Dann braucht man irgendwie, um alles Soulside durchzuspüren, so zum ersten Mal. Keine Ahnung. Fang einfach mit Teil 1 an und schau, was dir Spaß macht. Hahaha. Wird bei Teil 3 anfangen. Nee. Nee, da stimme ich nicht zu. Ich denke, Teil 1 ist der halt, der man spielen will, wenn man die ganzen Memes da draußen verstehen will. Mein Teil 3 ist jetzt nicht schlecht, aber ich... Wenn man die Reihe sich anschauen will, Teil 1 zu Clunky, nimm das sofort zurück. Nee, ich denke, mit Remaster ist Teil 1 okay. Das Original... Jo. Schon ein bisschen träger, aber ich denke, mit Remaster schon ganz flott. So, mein großer, verehrter Dämon. Oh. Kein Teil cut für mich, ist okay. Ist okay, müssen wir auch gar nicht machen. Frage ist Teil 2, es gibt mich... Keine Ahnung. Ich meine, ich wusste, dass es passiert, aber ich hatte trotzdem hoffnung, dass es nicht passiert. Reiskeiler-Helm. Egal, krieg ich trotzdem hin. Kriege ich hin, kriege ich hin, kriege ich hin. Ich persönlich würde sagen, dass Dark Souls 2 eher einer der letzten Teile sein sollte, die man spielt. Genau, Leute, Leute hören das nicht gerne. Deswegen sage ich einfach, mach, was ihr für richtig haltet. Ja, es war eine stolze Belohnung. Magst du Sekiro? Ich habe es viel zu kurz gespielt, aber an sich nicht wirklich. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem ganzen Parry-Kampfsystem. Apropos, lass ich mal schnell parieren. Okay. Ist das der erste Run? Das ist der erste Randomizer Run des Jahres. Anwesenschlüssel. So fickbar anwesend. Statt der Untoten. Ach, da kann ich eh mit Generalschlüssel rein. Okay. Göttliche Glut. Göttlich! Würde es ihm noch eine Chance geben, wenn ich du wäre. Ich meine, sollte ich wahrscheinlich. Ich habe auch ein bisschen in Volong reingeschaut. Und da war ich auch schon an einer halben Stunde so fucking genervt davon. Ich mag dieses ganze Prinzip einfach nicht. Für die Kurve gut, wenn man mit Teil 1 startet, er dann sich durch Teil 2 durchzwängt und dann mit Teil 3 belohnt wird. Angegeben, als das nervigste zum Schluss zu machen. Ich kann sogar einfach Blattboden spielen oder so. Volong ist aber auch einfach Müll. Kann ich ja nicht viel zu sagen. Ich hatte es nicht lange gespielt, aber... Ich weiß nicht. Nein, Hashtag PC Master Race. Warum? Ich verstehe auch nicht, warum sie... Ach Gott, ich muss da links ausdrucken gehen. Ich verstehe nicht, warum sie Blattboden einfach nicht auf PC bringen. Das bringt jedes dumme andere PS4-Spiel und sowas auf dem PC. Aber Blattboden? Nee, das geht einfach zu weit. Redet auch keiner bei Elden Ring. Fang mit Elden Ring an. Ich denke, wir haben mehr als oft genug über Elden Ring geredet, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, es gibt nicht allzu viel Neues mehr für mich zu erzählen. Oh oh. Oh oh. Kam da nicht letztes Reveal mit Bloodborne comes to PS5 and PC? Ja, es war so wie... Es passiert einmal pro Jahr. Einmal pro Jahr zieht sich irgendjemand das Gerücht aus dem Arsch, dass Bloodborne jetzt auf PC kommt. Jedes Jahr aufs Neue. Und Leute glauben es immer wieder. Ich verstehe nicht, warum. Jedes dumme Jahr aufs Neue. Also wirklich. Nur einmal pro Jahr. Ich würde sagen, einmal pro Jahr kommt ziemlich gut hin, tatsächlich. Die Hoffnung. Ja, die Hoffnung ist, irgendeinem fucking Typen, der Scheiß verbreitet, Reichweite zu geben. Das ist das Einzige, was dabei rauskommt. Jedes Jahr aufs Neue. Ich meine, in dem Fall war es, glaube ich, so, dass irgendwie... Fuck, wer war es? Jemand von Bungie oder so das erzählt hat? Ich habe keine Ahnung, was sein fucking Problem überhaupt war. Selbst wenn er das wissen würde, er kann das doch nicht einfach ausplaudern, hä? Ach du Scheiße. Oh, der wird beängstigend. Oh, der ist beängstigend. God of War Entwickler war das. Ja, was war das überhaupt für eine seltsame Aktion? Warum sollte er auf einmal irgendwelche Bloodborne-Release leaken, hä? Das ist immer so komisch. War das nicht gut? Ich wollte, ich wollte, I'm sorry, werfen. Mies. Da oben liegen nämlich 30.000 Seelen. Die hätte ich eigentlich ganz gern wieder. Aus dem Kirschenkaiser, sechs Monate. Wie, wie, lieben Dank. Das ist ein ziemlich pinker Stein. Ja, der Stein ist immer lila, wenn er nicht in Blythown ist. Mit mich an Half-Life 3-Gerüchte. Ja, da wird es wahrscheinlich auch viel über die Zeit gegeben haben. Das habe ich aber nie mitverfolgt. Ich bin ganz froh, dass es keine Metro Prime 4-Gerüchte gibt. Denn so kommt niemand in die Versuchung, sich eventuell auszumalen, dass das Spiel jemals rauskommen wird. Der erste Boss war ein Gargoyle. Und, äh, ja. Dementsprechend würde ich sagen, Metro Prime 4 ist da... Der von läuft alles ziemlich gut. Niemand malt sich aus, dass das Spiel jemals rauskommen wird. Das Spiel wird niemals rauskommen. Und alle sind zufrieden. Es ist mittlerweile offiziell, dass Half-Life 3 nie kommen wird, oder? Ich meine, sie haben Half-Life Alyx gebracht. Was ein neuer Half-Life-Teil ist. Ich meine, nicht genau der, der es ursprünglich werden sollte, aber... Das ist neuer Half-Life-Teil. Half-Life 2, Episode 3. Ich habe nicht beide von den Episoden gespielt. Ich habe die erste gespielt und die war schon ein bisschen scheiße. Muss ich leider sagen. Mächtige Wachen. Ah, fuck, da kann ich nicht rein. Au. Junge von heute, weiß doch kaum noch, was Half-Life ist. Half-Life ist heute... Ich denke, es ist heutzutage bekannter, als es damals jemals war. Ich glaube, damals ist niemand über Half-Life reden gehört. War überhaupt noch Aktivspieler? Ich glaube nicht. Ich meine, Half-Life Alyx... Aber generell... Ja, ich habe das Gefühl, die machen mehr Hardware inzwischen. Ich habe letzt gesehen, es gibt so einen Dock für das Steam Deck. Wo ich mir dachte, ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Und da dachte ich mir, nee, warte, was will ich denn damit? Ich habe meinen PC am Fernseher angeschlossen. Wir haben gar keine Verwendung dafür. Früher hat Half-Spiele gemacht, heute machen sie nur noch Geld. Sie haben das Steam Deck gemacht. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass jetzt die Tür offen sein wird. Das ist nicht, Isaac, ich drehe durch und guten Morgen. Ja. Isaac ist erstmal... Ich meine, wenn der Run früh fertig wird, werde ich danach noch ein, zwei Isaac-Runs machen. Ah! Ah ja, Counter-Strike... Shit ist das CSGO 2, nennen sie es einfach Counter-Strike 2. Stimmt, das kommt ja. Stimmt, das ist eine Sache. Das ist ein HP, bisschen Dex. Wirst du da bitte weggehen? Das ist fände ich eigentlich echt nett von dir, muss ich sagen. Wisst ihr, was ein Valve-Spiel ist, dessen Hype ich nie nachvollziehen konnte? Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt für ein paar heiße Nehmer bezüglich Valve. Ähm... Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du überhaupt Left 4 Dead und Left 4 Dead 2? Erstens sind beide genau das gleiche fucking Spiel. Wofür, wofür überhaupt... Äh, tatsächlich gibt es einen Charakter mehr oder was auch immer der Unterschied ist. Wofür überhaupt die fucking Mühe im zweiten Teil zu machen, das hätte easy ein Patch sein können. Und zum anderen... Generell Left 4 Dead. Ich fand's Arsch langweilig. Wenn ich reingeschaut habe, dachte ich mir, das ist es jetzt. Das war's. Wirklich. Fucking 4 Level. Ich habe nie ganz verstanden, wie Left 4 Dead über generell ein eigenständiges Spiel sein kann. Geschweige denn zwei Stück. Left 4 Dead wurde zum Sterben zurückgelassen. Ich meine, sie haben doch... Sie haben nicht welche aus dem Left 4 Dead Team irgendwie das Spiel nochmal gemacht. Back 4 Blood oder so. Und dann ist allen Leute aufgefallen, hier eigentlich habe ich doch gar keine Lust drauf. Ich habe solche Humble Bundle nicht installiert. Meinst du Back 4 Blood? Back 4 Blood? Ich meine... Keine Ahnung. Ich mochte Left 4 Dead nicht, also... Ja. Gab's da für mich nicht allzu viel zu erledigen. Ich freu mich mit Left 4 Dead gut. Das kann man halt über jedes Spiel sagen. Schon eine Leistung, Spiel zu machen, das im Multiplayer scheiße ist. Vor allem, wenn es einen Multiplayer-Fokus hat, aber... Ich weiß nicht. Hätte nie viel Spaß mit Left 4 Dead. World 4 Seas ist auch das gleiche, mehr oder weniger. Das habe ich nie gehört. Ich wollte sagen, jedes Spiel ist mit Freunden gut. Ja. Außer Mario Party. Es macht nicht mal dein, wenn es mit Freunden spielt Spaß. Oh, warte. Ich kann meine Waffe upgraden. Mario Party ist so eine Scheiße. Vor allem Mario Party 5. So ein fürchterliches Spiel. Kostet 2.000. Hinterher hat man keine Freunde mehr. Ja, das ist das Problem, weil manche Leute nicht unterscheiden können, dass eigentlich das Spiel scheiße ist. Oder die ihren Freunden die Schuld dafür geben. Ist halt wichtig. Ist halt wichtig, dass sie nicht schuld sind, dass das Spiel scheiße ist. Außer es ist Johnny. Der hat es schon verdient. Wir sind die Schuld zu bekommen. Und dieses Jackbox-Bomb-Core, das war... Das Gefühl, Jackbox ist auch immer... Machen auch irgendwie immer echt komisches Zeug. Manche Spiele sind echt lustig, was sie machen, aber Jackbox ist unfassbar Hit or Miss, habe ich immer das Gefühl. Manche Spiele sind einfach so... Echt nicht gut. Ich habe auch bei Bomb-Core nicht ganz den Sinn verstanden. Ich meine, das war... Bomb-Core... Irgendwie da wollten sie in dem Spiel eine Story quasi einbauen, wo man dann über die ganze Woche hinweg das jeden Tag macht. Da macht er immer nur das gleiche Spiel, das von sich aus selber einfach nicht so gut ist. Kein Wunder bei dem Output von Jackbox. Ja, aber... Das ist ja auch bei... Es war ja immer so, dass... Manche, die... Dass manche dabei sind, die irgendwie kompletter Müll sind. Zweifel anfangen an so irgendwie. Ah ja, ja, das stimmt schon. Goldstrahl. Schon Zombie-Roguelike-Death-Road-to-Canada probiert? Nee, ich bin aktuell nicht in der Roguelike-Stimmung. Er hat halt mehr Abwechslung gebraucht. Bei dem Bomb-Ding waren nur drei Minispiele. Ja, und von diesen drei Minispielen... Ich meine, das Bomb-Manschärfen... Okay. War okay, denke ich. Das Pin raussuchen war ganz nett. Und das Namen sortieren... Das ist doch nicht mal ein Spiel. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Und jetzt sortieren wir die Buchstaben. Halt doch die Schnauze. Was soll das für ein Spiel sein? Spiel, wo Johnny dabei ist, was erwartest du? Johnny ist übrigens nicht... Das ist nicht offiziell, dass die Fan-Ubersetzung... Wo Johnny dabei ist. Sollte ich dazu noch anmerken. Kennst du Keep Talking and Nobody Explodes? Ja, aber ich mag das ganze Konzept nicht. Ich kann mir die Scheiße nicht merken. Ich kann mir nicht die Aufmerksamkeit spannen für sowas. Ja, der ist ziemlich eifrig am Angreifen gerade. Ich meine, das Problem ist halt, wenn Zeit ja mit dazu kommt, finde ich das auch bei... Wenn es um Rätsel geht... Finde ich sehr belastend. Kriege ich nicht hin. Kann ich nicht. Ich sehe auch nicht, dass der Spaß der Challenge ist, wenn ich nicht Zeit habe, um mir Gedanken zu machen, was genau überhaupt mir gefordert wird. Das fühle ich nicht. Das Geräuschspiel war wirklich lustig. Ja, vom Geräuschspiel haben wir danach noch eine Folge aufgenommen. Das nennt sich Schwächer. Ja, kann gut sein. Äh, wir lassen die mal... Wir lassen die mal nicht. Au! Ich kann gerade jetzt durch die fucking Tür. Oh nein, das ist roter Vagrant. Ich wünsche, sie hätten von Earwax mal ein erweitertes Sequel oder so gemacht. Ich verstehe nicht ganz, warum Cripplash irgendwie so ein großes Ding von Jackbox ist, dass es irgendwie einen Namen Cripplash 4 bis 5 gibt oder was auch immer. Ich fand Cripplash immer ziemlich lahm. War immer Ritter nicht was zu essen? Doch. Das heißt, das erste, was von denen bekannt geworden ist, die wollen nicht loslassen. Ne, das erste war doch, you don't know Jack. Was auch übrigens die Sache ist, you don't know Jack. Ah. Johnny schwört immer darauf und findet es so toll. Ich denke mir mal, das ist echt... Nee. Ich meine, es ist bestimmt ganz nett, dass es ein Quiz ist, wo man die Lösung nicht wirklich weiß, aber das ist ja fucking Sinn. Beziehungsweise ist es nett für 10 Minuten, aber... Ja. Ich denke, die besten Jackbox-Spiele sind die, wo man selbst irgendwie kreativen Input hat. Zumindest finde ich die beim Interessantesten. Sowas wie das Spiel, wo man ein T-Shirt macht oder sowas. Das mit den Patenten. Das Rap-Battle-Spiel. Von mir aus auch Joke-Boat. Aber wenn sie dann irgendwie Minispiele... Irgendwas mit Gameplay machen wollen oder so, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Woody muss losing, ja. Sollten Joke-Boat mal wieder machen. Ich liebe Codenames. Ja, Codenames ist aber kein Jackbox-Spiel. Und ja, Codenames ist ziemlich stark. Aber das ist ja ein komplett eigenständiges Spiel. Uh, lassen wir mal den im Baum. Lassen wir den einfach mal im Baum. Talking-Points fand ich super. Ja, Talking-Points haben wir auch super oft gemacht. Außer von, äh, so Dreck. Äh, frischer Sub. Wie, wie lieben Dank. Jetzt höre ich, wie Johnny sich bei Codenames immer Feinde macht. Na, das ist eine Mal, aber passiert das öfter. Weil sonst noch ein Szenario, wo er sich unbeliebt gemacht hat. Das ist Gwyn. Wer nicht wagt, der nicht Gwynnt. Oh Gott, das ist so höchst. Wenn deine KI kaputt ist, sage ich übrigens auch nichts dagegen. Na gut. Dann machen wir das eben so. Ganz schön hell hier. So, hast du zufälligerweise mal die erste Flamme gefunden oder so? Keine Ahnung, warum er broken ist, aber... Wir hätten auch ohne, äh, das ist jetzt gar keine Chance gehabt. Ich mache viel zu wenig Schaden. Bruder, das ist eine lebende Fackel. Das stimmt, das stimmt. Ich würde eh runterfallen. Ne, man kann bei der Arena nicht runterfallen. Ich habe hier gegen den 1000 Fuß Dermon gekämpft. Und er ist nicht runtergefallen. Unglaublich, er hat es drauf angelegt, runterzufallen. Er hat es wirklich versucht. Wie fühlt es heute nicht? Er hat gehört, als Ashen One kann es ganz cool sein. Und er würde eigentlich ganz gern mal Dark Souls 3 miterleben. Deswegen muss er es jetzt über sich ergehen lassen. Gwyn ist eine Depressivion. Ist ja wirklich. Ich fände es nicht gut, wenn er am Ende, kurz vor dem letzten Treffer, sich umdreht und er umdringt. Oh mein Gott, er spielt so gut. Mit der Plus-Eins-Raffe Gwyn besiegt was? Er gibt trotzdem nur die Moonlight-Butterfly-Seelen. Pass mal auf. Wanderfluch. Und? Menschlichkeit. Und? Warte, habe ich überhaupt Seelen bekommen? 10.000. Wuhu. Ich meine, viel mehr habe ich auch nicht verdient, also. No Hit, ja. Dazu muss man fairerweise sagen. Wenn man das Setup kennt, ist No Hit Gwyn jetzt nicht so schlimm. Das war nur Scheiße. Alter Mann. 10.000 ist schon zu viel. Ich meine, ein Leverb dürfte da noch drin sein. Und jetzt hauen wir... Ah ne Moment, es gibt hier noch einen Weg, den ich gehen will. Wir hauen noch nicht ganz ab. Es gibt noch den, äh... Den Artorias-Ring, den Wolfs-Ring mitzunehmen. Und ich weiß nicht ganz, was der... Ich glaube, der sollte auch als Key-Item zählen. Gwyn wäre ohne Parry eine Herausforderung mit, ist er eh ein schlechter Witz. Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Witz ist mit Parry, aber... Ja, aber das ist halt sein Ding, sein Gimmick. Er ist der Boss, den man parieren kann. Warum habe ich das Gefühl, ohne Parrys würde er auch nicht so ganz funktionieren, weil er sehr... Er schlägt einfach so viel zu schnell zu. So ist man gar keine Zeit überhaupt zu erkennen, dass er gleich zuschlagen wird. Die 10 Kaiselen waren nur eine Aufwandsentscheidung für die Zeit. Yeah. Die Vagrants sind heute aber auch außer Kontrolle. Was ist mit dir? Nein? Okay. Sehr passive Gegner heute. Sehr viele, sehr, sehr passive Gegner. Gehen wir zum Schwein. Und viele Vagrants. Ach du Scheiße, der hält so viel aus. Doppelmenschlichkeit. Lass mal da nicht hintergehen. Dann wiederum... Warum greift mich die Gegner hier nicht an? Leichte Armbrust. So leicht ist sie gar nicht. Ja, der Wald scheint wirklich generell einfach... Warte, kannst du denn, dass mich niemand aus dem Wald angegriffen hat? Hier, ich habe keine Hallen gebraucht. Mich hat niemand aus dem Wald angegriffen, oder? Was machst du denn um die Uhrzeit online? Naja, mir soll es recht sein. Ich streame immer um die Uhrzeit. Inwiefern ist überhaupt halb elf früh? Hä? Ich bin seit fast vier Stunden wach. Verslash, fliegst du eigentlich in den Urlaub demnächst? Nein. Warum? Willst du mich nach Mallorca einladen? Der Hexer hat dich eingegriffen. Ah ja, stimmt. Der Typ war auch schon so passiv. Hä. Weg mit dir. Der Hollow mit dem Schild. Hier, stimmt, ich habe ein paar angegriffen. Aber echt nicht viele. So, ich kann mir jetzt noch ein zweites Upgrade von meinem Dingens machen. Mallorca, 17. Bundesland. Wieso nicht auf dem 18. Auf nach Madeira? Keine Ahnung. Ich werde nicht weder nach Mallorca noch nach Madeira, ehrlich gesagt. Wenn ich mal ganz ehrlich zu euch sein soll. Komm, wir nehmen noch ein, zwei Level-Ups mit. Bisschen Ausdauer. Ja, André hat abgenommen. Ich glaube, ich will generell nirgendwo, also wenn ich mir jetzt gerade vorstellen würde, irgendwo hingehen, wo es, äh, hinzugehen, wo es wirklich warm ist, fände ich jetzt mehr belastender als alles andere. Schon aktuell in Deutschland warm genug. Möchte ich gar nicht noch hören, wo es noch wärmer ist. Auf nach Finnland also. Ich weiß nicht, ob ich aktuell zwangsweise in einem Landurlaub machen will, dass es sich mit Russland verscherzt hat, beziehungsweise Russland sehr stinkig auf sie ist. Ich weiß ja nicht, ob das aktuell mein, äh, Urlaubsziel sein sollte. Das macht spannend. Ja, ein bisschen. Also die halbe westliche Welt. Ja, aber die halbe westliche Welt grenzt sich direkt an. Also. Da, da ist ja ein Unterschied. Also nach China. Ja, China grenzt an Russland an. Au. Ich glaube schon. Das ist so fucking riesig. Das müsste ja in China... Doch, ich glaube, die haben eine relativ große gemeinsame Grenze. Ja, ja, Russland ist einfach so ein riesiges, unförmiges Etwas. Über die gesamte fucking Welt. Oh Gott. Werden wir einwohner China oder Hamburg. Kommt drauf an. Also, ich mein... Au. Baden-Württemberg hat auf jeden Fall mehr als Indien. Große Glut. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Außerhalb von Lemmy96, 16 Monate. Ries up. Wie viel lieben Dank. So. Irgendwann mal verreisen, als es wäre es. Wolltest du nicht nach Südkorea oder sowas? Wie oft hast du schon Dark Souls 1 gespielt? Äh, ich führe Buch. Und das ist gerade das, ähm... 378. Mal. Ja. Da hat der... Der Sanctuary Guardian hat mehr Widerstand geleistet, als üblich. Das Buch hängt über seinen Monitoren. Ja. Oh, der schnelle Hebel ohne Hose. Weg mit dir. Oh, du hast kein Poise. Peinlich. Au. Au. Okay. Ist nicht Solares Hut? Ja. Der Ei-Beseitiger. Der uneheliche Sohn von Hevel und Solaire. Hevel ist kein Typ, der einen unehelichen Sohn hätte. Hevel war ein Priester. Apropos... Yo, Madenfreund, willst du das Fass mal... Ich bin hier nicht tot. Ich bin hier nicht. Okay. Jetzt rollt's los. Ich hab mich gestern von der... Ich hab mich gestern von der Kirche gelöst, abgemeldet. Ah, fuck ein Silberretter. Und zwar bekam ich irgend so'n Brief, was... Mir nach einer saftigen Nachzahlung aussah, aber keine Ahnung, es war irgendwie... Es war irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, neben dem, was ich für die nächsten beiden Quartale zahlen muss, noch eine Zusammenfassung der letzten vier Jahre oder so. Ich dachte mir, oh shit, die wollen von mir so viel haben, das sehe ich ja gar nicht ein. Nur ich denke, das ist der Zeitpunkt, an dem ich mir auch die Mühe machen werde, auszutreten. Weil sie sich im Nachhinein herausgestellt hatte. Nicht wirklich der Wahrheit entsprach, aber das ist schon okay, schon okay, schon okay. Sind trotzdem 2400 Euro pro Jahr. Und ich mein... Lass mich erstmal die Schatzruhe mitnehmen. 2400 Euro für was? Richtig, richtig, richtig. Vor allem, ich glaube auch nicht an die... katholische Kirche, aus diversen Gründen. Also an die Organisation an sich. Ich denke nicht, dass sie wirklich... das Geld brauchen. Ich verstehe nicht, wofür man die Steuer zahlt. Man würde davon ausgehen, dass wenn man die Steuer zahlt, dass man dann eine Beerdigung bekommt. Dass sie sagen würden, hey, du hast dein Leben lang Kirchensteuer gezahlt. Dafür, äh, dafür ist dein... Dafür werden deine sterblichen Überreste, das zahlen wir natürlich, die Beerdigung. Aber das ist ja nicht mal der Fall, die übernehmen ja trotzdem nichts. Und generell, Beerdigungen an sich sind super teuer und sowas. Und ich verstehe nicht wirklich, wofür man zahlt. Schulen, Pflegeheim, Krankenhäuser und so weiter. Verstehe nicht ganz, warum ich dafür dann über die Kirche zahlen muss. Okay, ich habe das Gefühl, sie sollten für die Beerdigung was. Sie sollten die Beerdigung zahlen. Ich weiß nicht, wenn man sein fucking Leben lang Steuern gezahlt hat. Aber gut. Wie auch immer. Ich habe mir also die Mühe gemacht, letztendlich, ähm, äh, letztendlich anzurufen und zu sagen, hey, ich würde gerne austreten. Das war super schnell. Ich habe viele soziale Projekte wie Altenpflege, etc. Bin aber auch raus. Ja, ja, ich meine, würde ich hoffen, dass sie, äh, auch gute Dinge machen. Dass sie nicht 100% schlecht sind. Das wäre... Das wäre sehr wünschenswert. Aber natürlich wissen wir vor allem, wenn wir jetzt von der katholischen Kirche reden, dass es natürlich gewisse negative Aspekte gibt, die nicht wirklich tragbar sind. Ich denke auch allein die Tatsache, dass Pfarrer nicht heiraten dürfen, ist sehr menschenunwürdig. Und man merkt es auch ganz stark daran, dass niemand mehr ein katholischer Pfarrer werden will. Weshalb dann, äh, üblicherweise in der Kirche, vor allem auf Dörfern, das waren die einzigen Kirchen, die ich in den letzten Jahren war, einfach ein Typ aus Indien ist, der die Sprache nicht richtig spricht, aber... Ja. Ich wüsste halt auch nicht, warum jemand das machen wollen würde. Ich meine, wer, wer will sich sagen lassen, yeah, für dein Berufsleben ist da und darfst halt keine Familie... Was? Nein. Das ist ja absolut Schwachsinn. Warum würde, warum würde das jemand machen? Ich glaube, in griechischen Mythos, das sind auch Werte, die ich vertrete. Oh Gott. Ich weiß nicht, welche fucking Werte in der griechischen Mythologie verbreitet werden. Aber, ich glaube, du solltest sie nicht vertreten. Ey, ich weiß nicht, was die da alles getrieben haben. Ich glaube, du wirst im Gefängnis landen, wenn du irgendwas davon nachmachst. Priester verdient schon gut, oder? Ich frage mich, wie viel Zeitaufwand der Job hat. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was einem das Geld bringt, wenn man... Ich meine, wenn du viel Geld verdienst, okay? Das ist halt die Frage, was willst du damit machen, wenn du keine fucking Familie gründen kannst? Was ist der Sinn? Willst du dir eine eigene Villa kaufen, oder was? Kannst du die Jungs einladen und dir ein bisschen Bier brauen? Keine Ahnung. Schreibt mir auch dann, auch wenn du viel Geld hast, was ist der Sinn dahinter? Einen Hund holen? Ja. Keine Ahnung, kannst ja nicht wirklich was machen damit. Die Jungs einladen. Auf jeden Fall, genau, 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 wie war halt im A-Team. Genau, wie das Aussteigen lief. Ich habe halt angerufen. Wisst ihr was, ich werde jetzt kurz erzählen, bevor ich zu Gwendolyn runtergehe. Ich habe angerufen, ich habe gesagt, hey, ich würde eigentlich ganz gern austreten. Und an die frommen Telefon meinte, oh, okay, ja, aber ich habe jetzt noch ein paar andere Aussteiger. Das heißt, zeitlich ist es nicht so, ähm, es ist eher ein bisschen schwierig. Da meinte sie so, ach so, ja, kein Problem, können wir auch nächste Woche machen. Ist ja, macht den Braten ja auch nicht mehr fett. Meinte sie, ja, aber nächste Woche, morgen fängt schon der nächste Monat an. Das heißt, eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir das heute machen. Dann müssen sie nächsten Monat nicht mehr zahlen. Und dann bekam ich noch eineinhalb Stunden später einen Termin. Direkt am gleichen Tag, was relativ interessant war. Ich fand das relativ interessant generell, dass sie auf meiner Seite zu sein schien. Sie gesagt hat, nee, können wir noch früher einen Termin reinquetschen, damit sie nicht noch einen weiteren Monat zahlen müssen. Ich würde mal eher meinen, dass diese Leute eher ein bisschen hinhalten würden. Sie auf gar keinen Fall. Aber ja, und dann bin ich halt hingegangen. Und ja, innerhalb von drei Minuten war das dann durch. Also das war, ich musste meinen Ausweis zeigen und 35 Euro zahlen. Und dann war ich draußen, ich dachte mir, ja gut. Ist auch noch ein Mensch auf der anderen Seite des Telefons. Ja, sie macht halt den ganzen Tag mit denen zu tun. Und ich denke, sie, oh yeah, schon wieder nichts machen. Ich meine auch vor allem, wenn man in der Kirche arbeitet, wenn man mit Aussteigern und sowas dann mit denen, die Aussteigen zu tun hat. Ich meine, sie hat ja am ehesten mitbekommen, wie stark das Ganze angestiegen ist in den letzten Jahren. Aus Gründen des, nennen wir es mal, Nichthandelns. Um es freundlich auszudrücken. Und ja, ist halt, was soll man machen? Du musst bezahlen, um nicht mehr bezahlen zu müssen. Ja, bei Arbeitungsgebühr halt. Also, ja. Finde ich auch ein bisschen komisch gemessen daran, dass man... Dass ich in meinem Fall jetzt davor für zwölf Jahre monatlich gezahlt habe. Habt nicht das Gefühl, dass das nötig gewesen wäre, mir jetzt die 35 Euro noch abzuknöpfen. Aber okay, Twitch macht inzwischen das Gleiche. Twitch macht inzwischen das Gleiche. Da muss man auch bei dem neuen Vertrag... Das kommt man auch irgendwie, damit man kündigen kann, 35 Euro Bearbeitungsgebühr oder so dazu. Wobei bei denen natürlich, dass die ganze Sache noch ein bisschen schäbiger ist. Denn im Falle von Twitch wissen sie genau, was darauf hinausläuft, dass es viele Streamer gibt, die einfach den Minimum betragen, um eine Auszahlung zu bekommen, was ich glaube 55 Euro sind. Äh, den nicht erreichen. Und dementsprechend ab irgendeinem Punkt, aus irgendeinem Grund werden sie dann sagen, vielleicht haben sie eine Selbstständigkeit und sowas angemeldet, waren vorbildlich. Dann werden sie sagen, ja, nee, das ist 14, ich will jetzt eigentlich eher auflösen. Dann müssen sie zahlen. Und dann behält Twitch sowohl... Oh, mies. Dann behält Twitch sowohl... Oh, mieser! Dann behält Twitch sowohl das Geld, was die paar Leute für die Subs eingezahlt haben, als auch die Bearbeitungsgebühr. So einen König mit Twitch aufhören zu wollen, wann wäre das? Ähm, also bis der neue Vertrag umgesetzt wird im Oktober. Ich bekam aber bisher den... Also alle anderen Streamer, damit meine ich jetzt fully Johnny Maeve, den ich geredet habe, sie bekamen schon, ähm, die Meldung, dass sie einem neuen Vertrag zustimmen müssen, schon vor einem Monat sowas. Ich bekam den neuen Vertrag aber nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht werde ich meinen aktuellen Vertrag behalten. Das Problem ist nämlich, es gibt einen neuen Vertrag und dann... Ja, mit dem 70-30-Split, den ich aktuell habe, wird es dann halt so sein, dass dann... Dass man 20% weniger durch die Prime Subs bekommt. Also bei den Prime Subs dann nur noch 50%. Au. Au. Huiuiuiuiui. Ich weiß gar nicht, was überhaupt... Weiß gar nicht, was da überhaupt gerade passiert ist. Es hat aber gereicht, um ihn zu besiegen. Äh, genau, genau. Ähm, das Problem daran ist, Twitch hat ja auch, ihr erinnert euch noch, als sie die Preise der Subs von 5 auf 4 Euro gesenkt haben. Was, äh, eine Sache ist, die sie, wie ich anmerken möchte, während der Inflation... Als Inflationsausgleich haben sie das Geld, das man bekommt, verringert. Möchte ich nur noch mal anmerken. Ich habe das Gefühl, dass es eine Sache, die generell sehr stark irgendwie untergegangen ist, aus irgendwelchen Gründen. Aber wo ich denke, dass es absolut, äh... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen anderen Bereich gibt, wo sowas auch nur ansatzweise denkbar wäre. Aber das ist okay, das ist okay. Das haben sie gemacht. Dann zwei, drei Monate später haben sie dann Neuregelungen gebracht. Und die war, dass wenn man pro Jahr mehr als 100.000 Dollar über Twitch verdient, dass sie dann, wenn man den 70er splittert, also 70% von den Subs bekommt, dass man dann nur noch 50% bekommt. Das heißt, ab etwa 8.000 Dollar pro Monat, ähm, ohne Steuern logischerweise, muss natürlich noch alles im Nachhinein versteuert werden. Ist denen egal. Ähm, äh, kannten sie haben dann weitere 20%. Dann wollten sie zuletzt, was sie, äh, wollten sie noch machen, dass man keine Sponsorings und sowas mehr im Stream annehmen kann, einfach so. Was sie dann, wo sie zurückgerudert haben, weil sie mussten. Es gab nämlich den großen Aufschrei. Äh, das war okay. Und dann haben sie diesen neuen Vertrag gebracht, welcher dann bezweckt, dass im Endeffekt, ähm, 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 dass im Endeffekt, ja, die 20% dann mir von den Prime Subs genommen werden. Prime Subs machen bei mir etwa die Hälfte aus. Das heißt, wenn wir von den, äh, wenn wir 20% wegnehmen von den Prime Subs, verliere ich weitere 10% meiner Twitch-Einnahmen. Und an dem Punkt ist halt einfach, Twitch ist halt keine lukrative Seite mehr. Und ich, ich, die Sache war, nach den Sponsorings habe ich mir halt auch gesagt, Sponsorings, äh, durftest du, die Werbefläche durfte nicht über 3% des Streams einnehmen. Ja, 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 sie wollten irgendwas daran machen, irgendwas Dummes. Sie sind sehr im Komplett zurückgerudert, weshalb es sowieso absoluter, äh, Schwachsinn ist. Und, ähm, ja, ist halt sie, bei der Sache dachte ich mir, okay, betrifft mich jetzt nicht wirklich, aber, ich werde es mal im Auge behalten und wenn sie jetzt nochmal irgendwas kürzen werden, ich denke, dann werde ich Twitch verlassen. Sowieso eine Sache ist, über die ich ein paar Mal nachgedacht habe. und, ja, eine Woche später kam sie dann mit dem neuen Angebot, weil was dafür sorgen wird, dass ich dann durch Primes auf 20% weniger bekomme, ist halt, ich werde noch schauen, wie das Ganze sich in der Praxis, äh, so sieht es so leer, wie es aus, wie das Ganze in der Praxis aussehen wird und sowas, aber, ich werde natürlich auf YouTube gehen, ich meine, wohin sonst? Scheint ja die einzig logische Möglichkeit zu sein. Kommen sie über die 350 Paid Subs? Klar. Ich habe im Durchschnitt, ähm, 800 bis 1000 Subs und wie gesagt, Hälfte davon ist, ähm, Prime, Hälfte davon regulär, also, ist nicht das Problem, dass sie nicht über die 350 kommen, das Problem ist, dass wenn sie mit dem neuen Vertrag aufdrücken, dass ich trotzdem insgesamt 10% einbüßen werde. Bei irgendeinem Punkt ist halt auch die Frage, wie, wie, wie viel werde ich mir von Twitch noch erstreichen lassen? Nicht Mixer. Ich bin Facebook Gamer, musst du wissen. Mixers Tod wird erwachsen. Facebook Gaming ist jetzt der Ort für die, für die Kids. Geht zu Rumble. Ich habe von Rumble einmal gehört und das war irgendwas, dass da irgendwelche Leute mit zurechtem Gedankengut für andere Streaming-Plattformen hingehen. Ich weiß nicht, ob ich da gut aufgehoben wäre. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ort für mich wäre. Kick ist genauso schmutzig. Ach so, ja, Kick ist auch Schwachsinn, aber ich denke, über Kick hat jeder auf genug geredet. Kurze Kirche, als ich damals ausgetreten bin, habe ich einen Brief bekommen, dass ich jetzt nicht mehr auf geheiligten Boden begraben werde, sondern quasi mit dem Gesicht zur Sonne in der Wüste verscharrt werde. Ja, ich meine, können Sie einen Brief verschicken oder so. Fände ich lustig. Kick die Streaming-Seite, wenn kein anderer dich will. Nicht direkt, nicht direkt. Das Problem ist halt dann, also, du wirst schon gekickt auf der Kick, wenn du Scheiße machst. Aber, äh, das Problem ist halt, dass generell hier, es ist halt, die Website ist halt gegründet von Leuten, die ein Krypto-Casino haben und es ist natürlich der ganze Sinn auch, dass dieses dadurch vermarktet wird. Weshalb ich, weshalb ich auch davon ausgehe, dass Kick sich auf jeden Fall auch länger halten wird, als Mixer. Denn ich sehe, dass es einen gewissen Markt für Kick gibt, für Leute, die die Plattform nutzen werden. Der ganze Markt ist nur sehr kritisch. Ich denke, es ist ein sehr schwieriger Markt. Einer, der nicht, äh, unreguliert einfach so sein sollte. Und dass, äh, die Plattform da ist, damit er weiterhin unreguliert sein kann. Kleidung bei Kick kaufen ist, äh, aus anderen Gründen, äh, ebenfalls, äh, bisschen schwierig, fürs Protokoll. Au! Der will nicht bluten. Twitch scheint seine Streamer auch nicht wirklich halten zu wollen. So viel, wie sie mittlerweile auch, äh, für sich behalten wollen. Die Sache mit, ähm, Twitch ist, dass es abzusehen war, als sie von Amazon aufgekauft wurde. Dass die Taktik zuerst die war, dass sie erst ein bisschen was reinbuttern werden mit den ganzen Prime Subs und sowas. Da hatte man über Prime keine Werbung, über Amazon Prime, aber ist ja immer so. Ab irgendeinem Punkt, ab irgendeinem Punkt muss das Geld halt auch reinkommen. Ich weiß immer der Punkt, an welchen dann irgendwelche, ich meine, man kann Twitch jetzt auch nicht wirklich Startup oder so nennen, an der Punkt, wo man, wenn man verkauft hat, dann irgendwann angezogen wird, damit das Geld reinkommt. Und ich denke, auf Twitch sind wir auch an der Stelle. Vor allem gibt es noch eine Sache, ähm, auf die hat Maeve mich aufmerksam gemacht, die ich auch extrem interessant fand. Und zwar, Twitch hat auch so eine Alertbox inzwischen. Alertbox ist, ach Gott, ist einfach der Dienst, den man nutzt, um, ja, sein Alert zu haben. Sei es, wenn jetzt, keine Ahnung, jemand subbt, dass da diese kleine Meldung kommt. Oder worüber man natürlich auch Donations direkt empfangen kann. Die, die direkten Donations sind natürlich auch, ich verstehe, warum eine Streaming-Seite diese nicht haben wollen würde, denn sie verdienen nichts daran. Das ist das nicht gut für sie. Und bei, äh, Twitch ist eine interessante Sache, sie haben ihre eigene Alertbox gelauncht. Und, äh, darüber kannst du keine Donations empfangen. Also, nicht über Bits oder so eine andere Scheiße. Das heißt, es würde mich doch sehr wundern, wenn wir nicht in ein paar Jahren, äh, wenn Twitch dazu übergehen, wird, dass nach und nach diese Alertbox von ihnen aufgezwungen wird. Beziehungsweise, man kann direkte Donations empfangen, aber, 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 ähm, um das zu machen, muss man für, äh, Charity streamen. Ansonsten ist es nicht, äh, gestattet. Soweit ich das verstanden habe. Kann man nicht vorstellen, so etwas zu blockieren, wenn es in irgendeiner Form legal ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form legal sein sollte, dass Twitch einfach die Preise der Subs um 20% kürzt. Und dann einfach sagt, ja, das machen wir jetzt. Und dann sagen sie, hey, aber, äh, es werden einfach 20% mehr Leute subben. Hä? Weiß nicht, was du dich so anstellst. Also, ich, ganz, ganz zu schweigen davon, Amazon macht viele, 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 viele Dinge, gerade wenn wir, äh, rechtlichen Bereich sind, die sehr, sehr kritisch sind. Riesenzellenschlüssel. Ich sehe Politik im Chat, ich habe Angst. Äh, scheint irgendwelche komischen Twitter-Takes zu sein. Weiß nicht ganz, ob das als Politik wirklich zählt. Amazon bezahlt sein Steuern sicher auf ganz legalem Weg, ja. Und ich bin mir sicher, dass, äh, Angestellte oftmals erwiesenermaßen, vor allem auch welche, die für Jeff Bezos selber arbeiten, dass sie keine Toilettenpausen machen dürfen. Waren dir keine Sorgen. Oder auch, wenn Amazon-Lieferanten in der Flasche pinken müssen unterwegs. Ist okay. Der Versand von Prime ist aber so günstig. Schon, das ist unfassbar eklig, aber ich denke, weil wir keine Angestellten bei Twitch sind, können sie mit sowas durchkommen. Sie können mit allen durchkommen, weil wir nur in der, äh, ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich akkurat ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass das Ganze, die ganze Streaming-Nummer immer eine Schein-Selbstständigkeit ist, als eine tatsächliche Selbstständigkeit. Denn wir haben nicht wirklich viel Kontrolle über irgendwas. Wir sind voll, wir müssen uns an alles halten, was die Plattformen uns vorschreiben. Nur bekommen wir absolut keine Absicherung für irgendwas. Also sie könnten, ohne mit der Wimper zu zucken, uns halt komplett einfach, äh, alles nehmen. Jegliche Möglichkeit, irgendwas hier drauf, äh, Geld zu verdienen oder sowas. Und sie können natürlich auch viele Kürzungen und sowas machen. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass es, weiß ich nicht, irgendwann hätte sich vielleicht irgendjemand mal vor fünf Jahren oder so um das Ganze kümmern sollen, aber schon okay. Schon gesehen, wie viel der, äh, der Monty verdient. Sollen sie mal nicht so anstellen. So, absolut keine Selbstständigkeit, wird es abhängen von YouTube und Twitch. Yeah. Hab ich gar nicht was von Steuern gehört. Nein, nein, nein. Herr Steuerfahndung auf Fische. Streamer müssen halt, äh, schauen wir halt auch YouTuber, dass man sich mittlerweile anders absichern kann, schon allein, wenn es irgendwas Richtung, äh, Rentenalter geht. Ja, ja. Absolut. Aber man sollte trotzdem gewisse, ich meine, was ich mir halt auch wünschen würde, wäre, dass man sowas wie Urlaub, äh, irgendwie hätte. Da ist auch in anderen Selbstständigkeiten nicht anders. Dass man halt sagen muss, sehr gut, wenn ich Urlaub hab, dann kann ich halt nichts, äh, verdienen und sowas, aber, keine Ahnung. Auf Twitch und YouTube wird dann sowieso immer sehr suggeriert, dass, ähm, allgemeine Einstimmung ist halt, du solltest es nicht machen. ist nämlich nicht gut für dich. Ich kann mich mir vorstellen, zwei Wochen Urlaub im Jahr oder sowas wäre, das wäre wild. Das wäre eine wilde Zeit. Ich habe das Gefühl, wenn, dann sieht man nur relativ große Streamer und YouTuber, die sowas machen. Nein, ah! Den krieg ich. Den krieg ich noch. YouTube wäre das praktisch, damit die Relevanz nicht sinkt. Äh, was meinst du? Als wenn man Urlaub oder sowas macht. Die Sache ist, auf YouTube, ich mein, auf Twitch und auf YouTube kannst du halt auch weg sein und sowas. Es macht nicht wirklich einen Unterschied, aber, man bekommt halt auch nie wirklich zugesichert, dass dem so ist. Das heißt immer so, ja, sollte nichts ändern. Wahrscheinlich. Wo willst du hinfahren wollen, wenn du mal zwei Wochen frei hättest? Ich will nirgendwo hinfahren, ich will nur zwei Wochen frei haben. Die zehn Tage, die ich durch Covid nichts machen konnte, waren meine längste Pause seit 2017. Obwohl das im März war, habe ich seitdem ich nicht mehr wirklich recovered, also im Bereich Zuschauerzahlen. Oh, wirklich? Ist das zurückgegangen bei dir? Anmerkung, bei YouTube kann man doch mit Scheduled Uploads arbeiten. Ja, ich mein, du musst einfach nur für die nächsten, für die nächsten zwei Wochen alle Videos vorbereiten. Ist jetzt auch nicht so einfach. Das Upload-Datum einzustellen, ist nicht der Punkt. Interessant, dass es wirklich zurückgegangen ist. Wie viel ist es zurückgegangen? Bei mir war nämlich die Sache immer, dass wenn ich, keine Ahnung, ich habe auch für längere Phasen immer wieder mal nicht gestreamt, weil Streaming und ich immer wieder mal Sache ist, die mal besser und mal schlechter funktioniert. Bei mir hat es nie wirklich einen Unterschied gemacht. Mehr Arbeit, um deinem Wegen zu arbeiten. Ja, das ist halt auch, das ist halt auch ein bisschen Shit. 30 bis 40 Prozent, was? Wirklich? Das ist fucking viel. Ich mein, natürlich gewisse Schwankungen gehören immer dazu. Ist immer gern mal der Punkt, an dem man die Nerven verliert. Aber fucking 30, 40 Prozent? Stell dir mal vor, du willst deinen Bürojob zwei Wochen Urlaub machen? Ja, mach doch einfach mal eine 120-Stunden-Woche, dann kannst du die auch frei nehmen. Ja, ich mein, ja. Ich mein, an sich wäre es nicht so, ähm, so schwer zwangsweise. Ich mein, außer man lebt wirklich von der Hand in den Mund, aber, also, ich würde es nicht, äh, ich hätte es nicht als größte Problem, wirklich damit, in der Woche nichts zu machen oder so, aber, keine Ahnung. Eigentlich würde ich das Gefühl, dass man das machen sollte, was auch dumm ist, hauptsächlich. Nur eine Absicherung von YouTube oder Twitch oder sowas, dass man, keine Ahnung, zwei Wochen pro Jahr oder so wirklich nichts machen kann oder was auch immer, wäre eine ganz nette Sache. Samstag ohne Isaac, dass ich das noch erleben darf. Yeah. Wir sind aktuell auf einem guten Weg in die Isaac-Pause. Der gute Tante Jacob hat es wieder mal geschafft. Oh Gott, der Typ da hinten ist sauer. Oh, der ist so sauer. Der ist so sauer. Samstag ist noch nicht vorbei. Ich habe bisher, glaube ich, nur eins von den, äh, ja, ich habe eine von den Fürstenseen-Scherben. Sei es, uns fehlen noch drei Stück. Noch drei weitere. Oh nein. Ich sehe da hinten jemanden tanzen. Muss die Lord Vessel im Rando auch finden? Yeah. Stimmt, Lord Vessel fehlt auch noch. Und die Lord Vessel hat man nichts, wo man die Seelen abgeben kann. Nein. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt einfach. Okay, dann. Ich weiß nicht, warum ich den Boss hier überhaupt versuche. Der Bosskampf hier ist nämlich immer ein absolutes fucking Elend. Oh, der alte ist so leer. Das Problem ist, haben wir die Boss im HP, wenn ich das mitnehme. Oh. Oh ja, die kriege ich hin. Oh ja, das schaffe ich aber, du. doch Glück. Doch Glück. Glück, 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 Glück. Doch Glück gehabt. Yeah. Easy. Was ist mit dir? Du hast keinen richtigen Soundeffekt. Was hältst du davon? Und weg. Kann ich runterfallen? Ne, hier kann niemand runterfallen. Außer mir. Niemand außer mir. Ich kann natürlich runterfallen. 10.000 Seen. Ich meine, die habe ich mir dieses Mal aber verdient. Das hätte sehr viel unangenehmer werden können. Die Sache ist, ich habe aktuell einfach eine wirklich gute Waffe. Kann man nicht anders sagen. Mit der kann man wahre Wunder bezwecken. Das war aus der Veranimation. Sieht aus, als hätte jemand kräftigen Juwelen getreten. Ich meine, wenn du jetzt ungefähr schaust, auf welcher Höhe sich die Schläge befinden, die man macht, dann... Moonlight Butterfly wäre premium gewesen. Der kann, glaube ich, nicht einfach so... Ich meine, da muss man, glaube ich, irgendwas extra einstellen, damit auch random Moonlight Butterfly und sowas passt. Wahrscheinlich müsste ich dafür dann machen, dass auch Bosses spawnen, die nicht hinpassen. Doppelmenschlichkeitsmoe war schwanger. Niemand erinnert sich mehr an diesen Joke. Ich schon. Aber niemand sonst. Lebensjagd-Sense. Obsidian Großschwert. Ach du Scheiße. Sense von Priscilla, dem rein weißen Mischwesen. Hm. Welches in der gemalten Welt von Ariamis gefangen ist. Selbst die Götter fürcht Priscilla das lebensfeindliche Macht und in den Händen eines Sterblichen würde sich die Macht gegen ihn wenden. Nehmen wir mal mit. Ach, ist das eine Felfwaffe, die Sense? Ich hätte wahrscheinlich mal nachschauen sollen. Nee. Einfach nur Stärke und Dex. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Stärke dafür. Mal schauen. Außerdem von Bommel 1990, 49 Monate. Re-Sub. Und von Tian Bao, 4 Monate. Re-Sub. Auch dafür. Vielen, vielen lieben Dank. Bartok Talks, 66. Mr. Chocolate Chip, 4 Monate. Lemmy, 16. Ah, shit. Ich glaube, es war es. Äh, viel, viel lieben Dank. Au. Oh, Jungs. Das muss doch jetzt nicht sein. Das muss auch nicht sein. Und Dankeschoss 3, äh, ist die, ähm, Lebensjagd-Sense in der Wunderwaffe. Geben wir Priscilla's Schweif streicheln? Ne, ich kann nicht in die gemalte Welt. Ich kann doch nicht in Sens Festung. der Zweihänder. Wir haben aktuell generell noch nicht so viele Wege zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, mies. Den werden wir wohl noch umbringen müssen. Die sind aber auch unnachgiebig. Au. Ich meine, der Waffe ist ein richtiges Wunder zum Zaubern. Au. Fairweise muss man sagen, wer verwendet jemals Wunder in Dark Souls 3. Ich wünsch dir, du könntest bluten. Au. Glaubst du, der Schweif ist flauschig oder kratzig von der Kälte? Es gibt Füchse im Schnee, die ziemlich flauschig aussehen. Ich würde mich ja daran orientieren. Der Blitzbogen ist das einzig gute Wunder. Ja, der kann wahrscheinlich okay sein. Ich möchte eine Aussage auf wer verwendet Wunder in der Dark Souls 3 ändern. Ich meine, ja. Ich weiß aber nicht, was mit Dark Souls 2 ist. Dark Souls 2 ist nämlich immer fucking seltsam bei sowas. Das heißt, vielleicht ist einfach ein Wunder der ultimative Dark Souls 2-Bild. Ich habe keine Ahnung. Würde mich nicht wundern. Auch in Dark Souls 2 ist ein Wunder Quatsch. Okay. Ich kann eigentlich mal zu Priscilla runter. Pre-Nerve war Dark Souls 2 der Lightning Spear komplett OP. Oh Gott, wenn du jetzt von Pre-Nerve in Dark Souls 2 redest, von welchem Jahr reden wir an dem Punkt? Das muss ja ewig her sein. 1997. Das war noch ein Jahr. Ich habe bisher nur Dark Souls 3, Eldrion und Sekiro gespielt. Würde ich dir empfehlen, Dark Souls 1 und 2 nachzuholen. Ich meine, Dark Souls 1, ja, Dark Souls 2. Wer weiß. Man bekommt Dark Souls 2 auf jeden Fall günstig im Sale. Das heißt, man macht nicht den größten monetären Verlust. Pre-Nerve hat Twitch gut gezahlt. Hat Twitch halt wirklich... wirklich. Oh, das ist so eine fucking coole Rüstung. Ich bin vor nicht zu langer Zeit mal, ähm, ja, weil ich steuermäßig was nachholen musste, bin ich durchgegangen. Ich habe noch meine Einnahmen dann von Twitch von 2021 gesehen und ich dachte mir, ah shit, man hat mit Twitch mal wirklich Geld verdient. So lange her inzwischen. Für 30 Euro die komplette Trilogie. Ich denke, 30 Euro für die Dark Souls Trilogie ist ein akzeptabler Preis. Warte, habe ich eigentlich den Schlüssel für die, äh, Schleuse hier? Ja, habe ich. Naja, den Ring nicht, um, äh, Rockings zu bekämpfen. Gehen wir also runter nach Blicktobende. Da habe ich übrigens eingestellt, dass die Moskitos nicht alle randomized sind. Denn die fucking Moskitos zu randomisen ist so ein Elend. Es ist so ein Elend. Imagine dann, dass bei manchen Streamern, äh, Mods bezahlt werden wollen. Ich meine, kann man halt drauf an, wie viel man verdient, denke ich, und wie viel die Mods machen. stellen wir generell, ich habe das Gefühl, generell scheint, äh, sollte ein Stream relativ anstrengend sein, wenn, äh, wenn man Mods wirklich zwingend braucht. so so dringend, dass man sie sogar bezahlt. Weil es auch so viel zu tun gibt. Das Gefühl, dann sollte es schon, au, ein ziemlich toxischer, äh, Chat sein an dem Punkt. Was ist denn morgens zum Mario RPG Remake? Ich fand Mario RPG scheiße. Keine Ahnung. Ich habe nie ganz verstanden, was der große Mario RPG Hype soll. Ich habe es gespielt und ich dachte mir, das ist schlechter als, das ist so viel schlechter als Paper Mario. Ich meine, die Wolke war ganz lustig, denke ich, aber, ja, keine Ahnung. Ja, Mario RPG ist nicht gut gehalten, das ist wirklich nicht so spannend. Ja, es ist halt, du merkst halt, dass einfach Paper Mario viel primitiver ist. Ich denke, es ist sehr abhängig davon, wie viele Mods machen. Ich sehe aber auch manchmal coole Hot-Tags, dass Leute bei 200-Plus-Zuschauern safe genug verdienen. Was machen Mods bei 100 Zuschauern-Streams? Weiß nicht, ich wüsste auch nicht wirklich, was Mods bei, also jetzt aktuell ist der Stream natürlich ein bisschen gediegener, aber, wir hatten bei dem Dark Souls-Marathon bei, wenn ich die Dark Souls-Zeit gespielt habe, auch üblicherweise so 1000, 1200 Viewer und, ich denke nicht, dass da ein Mod nötig gewesen wäre, aber es hängt natürlich auch von Stream zu Stream von ab. Ich kann mir vorstellen, wenn du, keine Ahnung, FIFA Ultimate Team machst, ich habe das Gefühl, da kannst du, da brauchst du schon mit 300 Viewer Mods. Mods. Das liegt an Dark Souls, no joke. Ja, ich finde, ich wäre schreckt, dass dieses Klischee herrscht, dass die Dark Souls-Community irgendwie diese elitären Arschlöcher sind, was halt irgendwie so überhaupt nicht der Eindruck ist, den ich jemals hatte. Ich meine, klar, ich finde es so in Contano so irgendwelche Arschlöcher, aber, ich habe das Gefühl, das ist nicht wirklich die Community. Der ist schon etwas. Ich meine, überall hast du Leute, die etwas anstrengend sind bei Blind Runs. Ja, 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 definitiv, definitiv. Das stimmt. Bei mir kommt halt all die Jubeljahre ein Timeout. Die Hand rotiert. Ja, bei mir ist halt auch nicht so viel. Vor allem, wenn einer kommt, dann üblicherweise ist nicht mal ein Mod da. Ich habe auch nicht viele. Dann mache ich es einfach schnell selber. Ich will einfach nur sagen, Frogger, ich werde euch nicht bezahlen, okay? Ja, genau, bei mir auch, ja. Backseat Gaming ist teilweise echt schlimm. Ja, ja, absolut, absolut. Solche Spiele sind auf jeden Fall sehr, sehr einladend für Backseat Gaming, dem stimme ich zu. Soll ich bei jemandem, als Mod eingestellt wurde, streamt sie nicht mehr? Das heißt eingestellt. Gibst du Geld dafür? Zum starken Mod-Gig klar gemacht. Hast du Starks aus Pinocchio Darks uns eingeguckt? Äh, nein, ich will schauen, ich will warten, bis es rauskommt. Au. Nein, im Sinne von Einstellung. Du meinst, du wurdest zum Mod gemacht? Ja, genau, okay. Gab eine Ausschreibung am örtlichen Supermarkt, hallo? Die suchen einen Mod für meinen Stream. Margaret, da wird ein Mod gesucht für den Stream. Au. Schau mal auf ModDB. Ich meine, ich war vorhin auf Nexus für die Randomizer. Ich habe wieder gesehen, dass Nexus Mod inzwischen, oh, vorhütte Seele, wichtig. Nexus Mod auch relativ scheiße wurde. In dem Fall bezogen darauf, dass man einfach um eine fucking 8 MB, ich meine, bei größeren Dateien, okay, ich verstehe, dass man Account braucht. Das ergibt Sinn. Verstehe ich, aber 8 MB, ist das wirklich eine Dateigröße, bei der man erfordern muss, einen Account zu brauchen? Wirklich. Sind 8 MB heutzutage für Nexus Mod zu groß. Okay. 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 Mach Mogi zum Mod in meinem Stream, wenn ich jemals streamen würde. Ich muss nicht mal streamen, du kannst auch so einfach jeden, den du willst, zum Mod machen. Slash User, dann den Namen eingeben und dann kannst du ihn modden. 8 MB, das ist schon eine Playstation Memory Card. Richtig. Können wir nicht einfach kostenlos runterladen lassen. Ich meine, wie gesagt, ich habe eine gewisse Dateigröße, ich verstehe Sinn, dass sie nicht einfach, dass es ergibt Sinn, ich verstehe es, dass sie nicht einfach, dass sie jeden so runterladen lassen wollen, aber 8 MB, Jahr 2021. Früher konnte man noch größere Dateien runterladen, ohne dass sie gemeckert haben. Wie viele Blöcke wohl 8 MB zu Gamecube-Zeiten wären? Ich glaube 800. Eine Sache, die ich erfahren habe vor nicht zu langer Zeit, was ich gar nicht wusste. Es gibt eine offizielle Gamecube-Memory Card mit irgendwie 1024 Blöcken. Ich dachte immer, die größte offizielle Memory Card wären 256, aber scheint einen zu geben mit einem Tausender. Ich hatte halt immer so eine Third-Party-Memory Card. Habe ich bis zum heutigen Tage. Keine Ahnung, die hat 3000 Blöcke oder so und ich weiß, dass bei vielen das Problem ist, dass die corrupten, bei mir aber nicht. Ist bisher noch nicht passiert, also alles gut. Habe vor kurzem Dark Souls 3 plus DLCs als mein erstes Souls-Game durchgespielt und es war super, aber irgendwie kann kein anderes Souls-Game bei mir zünden. Habe Dark Souls Remastered, Sekiro und Elden Ring getestet. Elden Ring Comet ist sehr nice, aber die offene Spielwelt ist stellenweise einfach zu langweilig und repetitiv. Ja, ähm, Bloodborne. Bloodborne ist effektiv so. Ich meine, es ist ein bisschen anders als das Kampfsystem, aber das Kampfsystem aus Dark Souls 3 ist prinzipiell größtenteils das aus Bloodborne. Nur nicht, dass das aus Bloodborne besser ist. Problem ist dann natürlich die Playstation. Man braucht eine Playstation dafür. Aber generell ist Bloodborne natürlich ein sehr starker Kandidat. Ach, der ist schon wieder da drüben. Ne, lass mich jetzt nur hoch. Das Frame-Pacing von Bloodborne ist schlimm, finde es unspielbar. Ja, ich bin nicht, ich vermute meins, Frame-Pacing bedeutet generell Frame-Rate. Ich bin mit dem Begriff ansonsten nicht wirklich vertraut. Ich vermute es mal aus dem Kontext. Ich bin nicht sonderlich anfällig für Frame-Rate-Probleme. Dementsprechend war das für mich jetzt nie das größte Problem. Also ich kann da hinten direkt noch zwei Schatzruppen mitnehmen. Aber ich glaube, ich will noch nicht Great Hollow nach unten. Das Problem ist nämlich Great Hollow. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, wenn ihr Great Hollow wart, dann muss ich nicht weiterreden. Dann wisst ihr, was das Problem ist. Ah, fuck, zwei! Zwei für den Kettenfreunden. Ich mag bei Dark Souls 3 das Bad Wade, aber hier ist noch eine Bossphase und neue HP-Balken nicht. Ja, bin ich auch nicht der größte Fan. Ich denke, das hat auch Bloodborne besser gemacht. Haben sie das in Bloodborne überhaupt mal gemacht? Dass die zweite Phase direkt einen komplett neuen Lebensbalken hat. things to do in Blytown lief. Ich glaube nicht, oder? Aber ja, ich denke, sie sollten nicht irgendwie, Bosses sollten nicht die Möglichkeit haben, ihre Leben einfach so wieder herzustellen wie Merlinia oder generell einfach aus dem Nichts aber in der nächsten Phase dann sagen, oh hey, hier ist nochmal ein kompletter Lebensbalken. Da bin ich auch gar kein Fan davon. So, im extra Lebensbalken war glaube ich bei uns sein und der Smough und sonst der ersten Elden Ring wieder. Ne, in Dark Souls 3 war es super oft. Gibt es in Dark Souls 1 noch jemand mit dem extra Lebensbalken? Ne, 4 Kings haben den gemeinsamen. Ne, auch nicht, oder? Auch nur Onsen und Smough. Wo es soweit auch Sinn ergibt dafür. Ne, okay, die Gargoyles sind zwei Gegner, die haben jeweils ihren eigenen. Aber, ähm, ja, ich meine Gargoyles technisch gesehen ein Stück weit, yeah. Meinst du Bad of Chaos? Bad of Chaos hat, ähm, Bad of Chaos hat generell den seltsamsten Lebensbalken. Beziehungsweise generell ein komischer Boss, weil der Fortschritt, den man macht, erhalten bleibt. Wer hatte sonst in Dark Souls 3 Lebensbalken außer Cindy? Also, wir haben erstmal die Abyss Watcher. Wir haben, ähm, ja, äh, Soul of Sinner, warte, ich bin grad mit im Spiel. Ich mein, Friede hat einige Lebensbalken, die Dämonenprinzen aus dem DLC. Stück weit können wir wahrscheinlich auch den Typ ohne Hose aus dem Schnee DLC gelten lassen, wo dann der Wolf dazu kommt. Nameless King, ja, genau, genau. Ja, es sind schon ein paar. Die beiden Prinzen? Ja. Wer haben wir denn hier? Ist das ein fucking Gargoyle? Okay. Okay. ein paar fair. Die meisten hatten aber halt den Phasenwechsel bei 50% Leben. Ja, aber es gibt auch viele, die einfach dann noch einen Lebensbalken dazu, also einfach einen neuen bekamen. Fühlt man sich immer so ein bisschen verarscht, wenn das passiert. Ich wünsche dir wirklich, sie wären einfach bei einem Konzept aus Bloodborne geblieben, dass man den Lebensbalken hat und dann viele verschiedene Phasen, klar, aber Menschen hatten einen Lebensbalken. Und lass mich gar nicht erst darüber reden, dass fucking Merlin jetzt nicht aufheilen kann. Das ist immer noch, das ist so, das ist so frustrierend. Es ist so frustrierend. Nervigster Boss in Dark Souls 3. Was ist er von mir? Nervigster Boss in Dark Souls 3. Hast du Merlinia besägt? Ja, mit so einem Asche sammeln halt. Oh ja, der Baum ist nervig. Merlinia finde ich persönlich noch spaßig zu lernen. Ich glaube, ich fand den Typen, den Wolfstypen ohne Hose ziemlich nervig. Der Bosskampf ist nicht spaßig und ist einfach nur ein dummer Boss. Ich weiß nicht, warum er überhaupt im Spiel ist. Ist einfach nur Schwachsinn. Meinen zum Xbox Game Pass. Ist an sich eine nette Sache, wird er wahrscheinlich auf kurz so lange sich dafür sorgen, dass Konsolen nur noch Streaming-Maschinen sein werden. Wenn ich mal raten müsste. Schneid mir auch noch eine Scheibe ab. Außer im Fire Lion, sieben Monate. Resub, Retro Games on Twitch, 49 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mag das nicht wirklich, ich bin auch kein Fan in so einem Spiel, dass wenn man Phase 1 geschafft hat, Phase 2, der Boss dann vor ihr Leben nochmal bekämpfen muss, dass man jedes Mal Phase 1 machen muss dafür. Vor allem wenn man Phase 1 dieses Jahr üblicherweise nicht das, was einem Probleme macht. Game Pass finde ich immer schwierig, weil ich nicht genug verschiedene Spiele sich lohnen würde. Inwiefern ist das dann schwierig für dich? Ist doch eine relativ eindeutige Sache in deiner Situation oder nicht? Gar keine Lust. Oh, okay. Heute ist wohl der Randomizer, in dem einfach alle Gegner einschlafen. Ich finde immer Dragon Slayer, armer Scheiße, ich finde sie nicht schwer, sondern einfach nur zeitverschwenderisch. Ob wirklich? Ich finde Drachentöter Rüstung eigentlich immer ziemlich spaßig. Fairerweise muss man sagen, Nito ohne seine Skelette, ich denke nicht, dass wenn er kämpft würde, dass er viel mehr ausrichten könnte. Ich hasse es, wie sich Game entwickelt, wenn es schon anfängt mit Alienwake 2 nur Download. Aber es gibt auch super viele Spiele, die nur noch Download sind. Ist doch schon seit Ewigkeiten so. Ich habe es geschafft! Ich wollte den Siegesspruch ablassen, aber hat nicht geklappt. Boah, Ritterseele. 1000 Fuß Model. Wo ist 1000 Fuß Model? Wenn eine CD dabei ist, ist das halbe Game wenn überhaupt noch drauf. Ich meine, auf dem PC ist halt schon wirklich lange Zeit so, dass man Spiele nicht mehr wirklich kauft oder besitzt. Wenn wir schon bei Randomizer sind, ich weiß, besonders gegen Enderfallen ist das anstrengend, aber Monster Sanctuary hat einen echt super spaßigen integrierten Randomizer Mode. Spalancing ist auch besser mittlerweile. Öff, ja, aber, ja. Weiß nicht, Monster Sanctuary, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Spiel, das, wenn ich mich zwangsweise im Randomizer bräuchte. Wenn Steam irgendwann dicht macht, haben wir alle verkackt. Ja. Ist ja eine Sache, die passieren wird. Gibt auch Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt aber von Konsolen selber reden, ist jetzt auch nicht... Komm, gehen wir runter. Ähm, wir gehen gleich runter. Wenn wir zum Beispiel von, also von Playstation 2 spielen oder sowas reden, ist halt auch nicht eine Sache, dass die für ewig existieren werden. CDs haben halt auch nur eine begrenzt lange Lebensdauer. Und wir sind nicht mehr so weit davon entfernt, dass, ähm, diese erreicht sein wird. Das heißt, irgendwann muss man halt auch, das ist halt generell mit allen Dingen, irgendwann werden sie verschwinden. Das heißt, da sollte man dann schauen, was Alternativen sind. Und ich würde sagen, wenn meine Spiele anfangen kaputt zu gehen, was ich halt dafür gemacht habe, ist, geh mal weg. Ich habe halt sowohl auf der Wii als auch auf der PS2 und generell eigentlich bei allen älteren Konsolen habe ich die Möglichkeit, dass ich Backups abspielen kann. Oder, oder auch Spiele, die ich nicht besitze. Das heißt, sei es über irgendwelche Flashcards oder bei der PS2, wie gesagt, kann man eine Festplatte einbauen. Über die Wii kann man auch Spiele einfach über USB starten. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Sache, was die Spiele soweit überdauern wird. Hoffentlich, was ganz nett ist. Frage ist natürlich, wie lange werden die Konsolen leben? Das ist halt auch die Frage, wie es da laufen wird. Wenn wir jetzt von 16-Bit-Konsolen und sowas reden, was ich super cool finde, ist der Mr. FPGA, was dieses FPGA-Emulationsgerät ist, was quasi Hardware-Emulation ist und nicht Software. Das ist irgendwie besser als Software-Emulation. Ich meine, macht bestimmt irgendeinen Unterschied. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache, wenn man das Zeug weiterhin spielen kann. Also auch mit richtigen Kontrollen und sowas, wo es Adapter für gibt. Oder auch aktuell noch am Röhrenfernseher anschließen. Da ist ja das Problem, dass Röhrenfernseher natürlich auch stark auf dem Weg nach draußen sind. Tragischerweise. Was mir das Herz bricht, aber so ist das Leben. Aber ja, generell ist halt immer, man muss halt auch immer ein bisschen schauen, was für Dinge es gibt, damit man sich selbst einfach darum kümmert, und dass man ein bisschen Dinge weiterhin haben wird. Zum Beispiel auch, wenn wir über sowas reden, wie wenn jetzt bei Wii U und der 3DS der eShop down gegangen sind. Ja, gut. Ist jetzt. Dauert bestimmt 20 Minuten, um herauszufinden, wie man die Spiele auch jetzt noch darauf installieren kann. Also, gibt immer Wege, gibt immer Wege. Und natürlich bei, wahrscheinlich wird früher oder später sowieso jetzt dann auf PC-Emulation einfach hinauslaufen. Was auch okay ist. Imatoren werden auch immer besser und akkurater. Das ist also auch eine Sache, mit der man durchaus leben kann, würde ich sagen. Sie wird das DRM angeblich entfernen, sollten sie schließen. Also kannst du alles runterladen und kannst sie dann normal spielen. Ja. Was ja eine ganz nette Sache ist. Die Emulation ist jetzt schon mega gut, kannst sogar Switch easy auf PC spielen. Du kannst nicht einfach generell, du kannst es nicht verallgemeinern. Jeder Emulator, jeder Emulator ist nur so gut, wie der spezifische Emulator ist. Also du kannst wirklich absolut nichts verallgemeinern in dem Punkt. Aber ja, die Menge an Konsolen, die man nicht emulieren kann, ist natürlich stark zurückgegangen. gesetzlich ist nicht legal. Doch, klar ist Emulation legal. Darfst du nur die Spiele nicht runterladen. Emulation ist vollkommen legal. Und es gibt kein Problem damit. Das Problem ist, nur die Spiele natürlich aufzutreiben. Und streng genommen ist das natürlich, Sony verlor vor Gericht dagegen. Ja, zum Teil, zum Teil. Aber hey, wird vielleicht jemand dem nächsten Video über die Geschichte von Blumen machen. Wer weiß das schon. Sondern du den Source-Code selbst machst? Richtig. Es ist wahrscheinlich dass einige nicht zu nennende Entwickler so hart gehen, dass sie was sichern von Roms vorgehen. Das verstehe ich nicht, was immer, ich verstehe die ganze Argumentation immer nicht mit dem, oh, Nintendo ist so, sie sind irgendwie gegen Roms. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht mal, ich weiß nicht mal, wann zuletzt eine von meinen üblichen Rom-Seiten runtergenommen wurde. Das ist Jahre her. Ich verstehe mal die ganze Argumentation nicht und natürlich sind sie dagegen. Hä? Warum sollten sie dafür sein? Das sind ihre Spiele. Es ist auch ihr gutes Recht dagegen vorzugehen, aber keine Ahnung, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie so nicht effektiv dagegen vorgehen. Weil es eine Sache ist, du kannst halt eh nichts dagegen machen, keine Ahnung, deswegen. Ich denke, es ist auch absolut legitim, dass Nintendo gegen Roms vorgeht und sowas. Nicht gegen Fangames, okay, gegen Fangames, Assisters ist das ein bisschen scheiße. Bin ich auch nicht für. Aber gegen Roms an sich, klar. Und ich denke nicht, dass ihr euch einsetzen solltet für Leute, die davon profitieren, dass sie Raubkopien im Internet anbieten. Ist halt eine Hydra, wenn eine von den Seiten down geht, gehen zwei neue hoch. Also würde ich keine Träne drum vergießen. Denn ich würde sagen, die Rom-Seiten zum aktuellen Zeitpunkt, es gibt eine, bei der ich sagen muss, die ist okay. Aber alle anderen sind halt einfach nur, sind einfach nur voll gemüllt mit fucking Werbung und sie wollen ihren komischen Downloader einem andrehen und sowas. Ja, ich habe kein Mitleid mit den Seiten, die runtergenommen werden. Ich habe keine Ahnung, was mit der Switch-Emulation wirklich, was da die Sache ist. Der Reddit-Mega-Fritz fantastisch, wenn man jede Rom ohne ätzende Pop-Ups. Weißt du, was auch hilft gegen ätzende Pop-Ups? Das wisst ihr aber nicht von mir. Aber ein Ad-Block. Ich stelle jetzt noch keine fucking Rom-Seiten und eine Ad-Block an. Das ist doch... Nee, 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 nee. Es gibt gewisse Seiten, da willst du einen Ad-Block haben. Oder Opera GX. Ich meine, er hat auch integriert einen Ad-Block. Ist doch trotzdem ein Ad-Block. Hilf nicht gegen die Drecks-Twitch-Ads. Da kann ich leider nichts machen. Und damit meine ich, ich könnte was machen. Ich habe eingestellt, dass eine Minute pro Stunde geschaltet wird. Weil man dafür einen kleinen Bonus bekommt von Twitch. Das heißt, ich könnte ein bisschen was dagegen machen, aber... Ich meine... Irgendein Punkt muss man natürlich auch sehen, wo man bleibt. Mancheseits sind Ad-Blocker sicherheitsrelevant. Ich weiß nicht, wiefern das heutzutage noch eine Sache ist, dass sie zwangsweise sicherheitsrelevant sind. Ich glaube, diese ganze Werbung mit diesen extrem stimmenden Pop-Ups und sowas, das gibt es doch gar nicht mehr, oder? Also auch wenn ich jetzt über meinen Browser, über meinen Nicht-Ad-Block-Browser auf irgendwelchen, ja, auf irgendeiner Website lande, wo ich sehe, oh, da ist viel Werbung. Ich bekomme da auch nicht mehr irgendwelche Pop-Ups, sodass ich dann drei verschiedene Fenster öffne, die ich einfach nicht schließen kann und sowas. Gehen wir mal ohne Ad-Block auf Heise oder Golem? Ja, ja, ich weiß, das ist, da müsste die Sache sein, dass irgendwie das halbe Bild so ein Video ist, das abgespielt wird oder so eine Scheiße. Ist es je nach Browser-Einstellung? Okay. Wir haben sie dir heute auch nur noch da, um Crypto-Shit zu meinen. Das ist so viel lokalierter geworden als irgendwelche Trojaner und Adware. Das fände ich viel schlimmer. Wie soll ich einen Elden Ring in 4K mit Raytracing streamen, wenn im Hintergrund jemand seine Shit-Coins, Shit in dem Fall, das erstbestimmte Dollar-Zeichen meint über meinen PC. Kann ich gar nicht gebrauchen. ist hier wirklich so ein Gift-Knabel? Ich finde mir gar nicht. Einfach mal RAM downloaden, dann läuft das trotzdem. Oh, ich habe eine Menge RAM. Ein bisschen mehr könnte nicht schaden. so ein kleines Spürchen. Ich weiß nicht, ob ich zu dem rüberspringen kann. was ein Arschloch. Die sind alle Arschlöcher da unten. Ich habe zur Zeit 64 GB RAM, werde ich nie brauchen. Ich glaube, ich habe nur 32 GB, ehrlich gesagt. Ich glaube, die 64 GB habe ich nicht. So, es gibt auf jeden Fall da drüben noch was zu holen und zwar da, wo eigentlich die Feuerhüterseele liegt. Ich denke, ich werde einfach reinrennen und sterben. Denn, äh, ja. Ich glaube, den Raum zu clearen ist mir zu blöd. Habt ihr Schirmtext eigentlich wirklich gekickt oder musste er los? Wir haben ihn gekickt. Die Regeln waren klar. Wer zu unlustig ist, der wird aus TTT rausfliegen. Alle sollten wissen, dass sie jederzeit fliegen können. Fully. Sollte es nicht vergessen. Man sollte sie besser nicht versuchen, zu unlustig zu werden. Komm schon, Leute, hassen mich eh schon. Oh ja, dich mögen sie in TTT nicht. Wollte gerade sagen, sie sind eigentlich mein Stink auf Johnny, aber, nee, in TTT, da sind auch beide ein bisschen stinkig. Aber ich bin auch oft stinkig auf dich in TTT, also kann ich nicht zu viel dagegen sagen. Das ist schon wieder so ein Ketten-Typ. Auuu. Gott. Das war es nicht wert. Ja, komm, killt mich. So, ich werde mir schon was zum Trinken holen. Dann finden wir heraus, wer als nächstes in TTT rausfliegen wird. Aber nee, bei der nächsten Aufnahme ist Schirmtext wieder dabei. Er hat schon zugesagt. Das war es nicht wert. Ja, das war es nicht wert. Okay, keine Ahnung. So, das war es nicht. Das wäre ich funny gefunden, wenn KG Random nach dem Joke mitgemacht hätte. Nee, nee, nee. Ich meine, wir... Wir taggen ihn manchmal in der Gruppe. Aber ich glaube, er hat die Gruppe gemutet. Ich glaube, er hat die Gruppe gemutet. Außerdem, er misst er zu dem Green, frischer Sub und Flunk Live, 33 Monate. Free Sub, wie viel ihm dank. Meanwhile, SJ, wo? Ich meine, wir... Ich glaube, er traut sich nicht so ganz. War nämlich auch schon damals, wo er nach längerer Zeit bei TTT wieder dabei war. Ein bisschen nervös. Und er ist halt auch... Ja, bei SJ ist halt generell... Er streamt nicht und macht nicht Videos und sowas. Und deswegen... Ich kenne auch die Leute nicht. Dann direkt sehen es auch so viele Leute. Leute, die kritisch sind. Manchen Spielern gegenüber sind sie sehr kritisch. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, da denkst du dann... Ich weiß nicht. Naja, Hockey gegenüber auch. Solche ein Discord? Ja, für Twitch-Subs und Patreon-Dingens. Ich habe nicht vor, einen öffentlichen Discord zu machen, weil... Uff... Nee. Es ist halt... Es ist halt... Muss man die ganze Scheiße moderieren und sowas. Und nee. Es ist halt echt keine Sache, womit ich meine Zeit... Wo ich meine Zeit rein investieren will. Gar keine Lust. Dem Blauen kann man nicht lange böse sein, dachte ich auch, aber... Sag das nicht mir. Ah, fuck. Der ist ja noch hier. Oh. Ich habe mit Hockey letztens über Anime geredet. Wahrscheinlich sollte ich die Geschichte noch weiter erzählen. Ähm... Was er mir dann... Äh... Er hat mir dann was empfohlen. Punkt. Der Dark-Anime würde man meinen. Äh... Nee. Er meinte dann, sein Lieblings-Anime ist... Äh... Full-Metal-Alchemist. Von... Keine Ahnung. Das neuere, nicht das ältere, weil das irgendwie... Äh... Super-Shit und alle hassen es. Ihr werdet wahrscheinlich damit... Welche ist das Gute? Da meinte ich so... Ja, ich könnte es eigentlich anfangen. Klingt eigentlich ganz lustig. Ich habe es auch angefangen. Ich habe sechs Folgen geschaut. Dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren, so ein bisschen. Ich sollte mal weiterschauen, weil ich mochte es eigentlich an sich. Folge 4. Ähm... Ja, mies. Miese Sache war das. Was soll denn das? Was soll denn Folge 4, hä? 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 Das war die mit der Tochter, ja. Ja, das war, ähm... Oh, war man nicht vorbereitet. Ich habe ihn auf jeden Fall im Gegenzug dazu gebracht, dass der Evangelion anfängt. Ich glaube, ich habe drei Folgen geschaut. Ich weiß nicht, ob wir weitergeschaut haben. Wir haben irgendwie nicht mehr... Wir haben gesagt, oh ja, werden wir quasi... ...unser Tagebuch hier führen und uns austauschen, wie es läuft. Aber wir haben nur das für einen Abend gemacht. Danach haben wir aufgehört. Da wäre wirklich so gerne wissen, was er davon hält. Als ob das so früh war. Ja, das war eine sehr frühe Folge. Du hast gerade alles ein bisschen, ähm... ...über die Charaktere kennengelernt. Bisschen die Welt. Hey, sowieso, sowieso, sowieso ist passiert. So wurde er zum Fullmetal Alchemist. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der zu einer Ritterrüstung wurde. Da wechselt man gerne. Und, äh... Ja, hier ist dieser Biologie-Typ. Er macht Chimären. Und seine Frau ist... ...verschwunden. Vor zwei Jahren. Der weniger Fullmetal. Das finde ich immer noch lustig. Wenn ich meine Meinung über Neon Genesis Evangelion äußere, ...hasst mich das I nicht. Warum? Du kannst es ja nicht mögen. Hä? Was ist das? Was ist das? Ich denke, ich denke, über Evangelion gibt es generell viele, äh, komische Meinungen. Ich habe nicht immer mich viel damit schlau gemacht, aber... Ich, 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 äh, ich habe schon, ähm... Ja, nee. Nee. Ich habe neulich die Rebuild-Evangelion-Filme gesehen. Ist anders. Ja, ich mag sie nicht so sehr. Ich mag sie nicht so sehr. Ich meine... Es gibt ein paar nette, äh, neue Charakterinteraktionen. Man sieht neue Seiten von gewissen Charakteren, aber... Ah, die generelle Richtung ist fucking seltsam. Außer von Baomai, äh, frischer Sub, wie, wie lieben Dank. Der Anfang von Brotherhood ist leider nur etwas, äh, etwas bisschen Speedrun, also die ersten 10 Folgen haben sie schnell erzählt, wie, äh, weil es die zweite Adaption war. Aber sonst Banger-Serie-Slash-Manga. Seh ich schon. Ich mag es nicht über, äh, overrated und wenn ich, äh, Post im Internet kommen die Tryhard-Fans. Und das ist jetzt ein Hot-Take, dass du es nicht magst und overrated ist. Ist der lauwärmste, äh, Nähmer, den ich jemals zu irgendeiner Serie gelesen habe. Dieses eine populärste Ding überhaupt, ich glaube, ist ein bisschen overrated. Was? Was? Glaube ich ja nicht. So, ich habe die, ah, shit, ich kann nicht, was weiß ich, ob das so schwer ist. Ach, der olle Schild. Eigentlich eine leichtere Hose. Ne, die ist schon sehr leicht. Ah, fuck. Ah, da habe ich auch Ringe gefunden. Müll, Müll, Müll. Gut, dann, äh, kein, kein Schild für mich. Für die Vollmatter-Alchemist-Brotherhood-Story gar nicht mal so gut, wie alle immer sagen. Es ist halt ein langer Anime, aber abseits von manchen Jokes ist nichts hängen geblieben. Ich meine, dazu kann ich mich nur nicht äußern. Oh, sie ist ein bloody Alonso-Freak, 35 Monate. Re-Sub, wie viel lieben Dank. Vor allem auch der Evangelion damals auch nicht so sehr, als er es geschaut hat. Ich glaube, er war auch zu jung, um es zu verstehen. Das will ich einfach nur sagen. Jetzt mit 17 oder so geschaut. Hey, warum lebst du noch? Ich war 20. 20 ist das neue 17. Wer hat erwachsen? Zu jung, um es zu verstehen. Was soll das überhaupt heißen? Wie, was soll das überhaupt heißen? Dass es gewisse Dinge gibt? Keine Ahnung, ich denke nicht, dass ich die in dem Alter verstanden hätte. Gewisse Dinge aus dem, äh, Subtext, wo man sich denkt, oh, okay, das wollen sie damit sagen. Verstehe, deswegen ist, äh, die Kammer, in der sie sich befinden, also eine Fruchtblase. 20 Jahre, aber die Größerein ist 15-Jährigen. Ich denke, die meisten Leute waren mit 15 größer als Fully. Vergerein ist der Schauber, der mal nachdenken muss beim Schauen. Ich meine, man muss nicht. Ich habe gehört, dass viele Leute sich auch eine Zusammenfassung auf YouTube anschauen. Was, glaube ich, eine Sache ist, die ich nicht machen will. Ich glaube, es wäre nicht. Ich glaube, das würde, ich mag meine, ich will, äh, ich mag meine Interpretation. Ich weiß nicht, ob ich das mögen würde. Ich habe auch gelesen, dass einige sagen, hey, und da musst du ein bisschen, du sollst auch ein bisschen schauen, was, ähm, der, 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 äh, keine Ahnung, nennt man das Producer. Ich wollte sagen, Manga-Cover, es war ja ein Anime zuerst und dann erst ein Manga. Keine Ahnung, der Typ, der es gemacht hat halt, was sein Lebenslauf und sowas war. Was aber auch so eine Sache ist, ich habe das Gefühl, es ist relativ, sein ganzer Standpunkt, wo er in seinem Leben stand und sowas. Ich habe das Gefühl, es ist relativ eindeutig. Ich weiß nicht, ob man es noch wirklich erklären muss. Ich habe das Gefühl, anhand der Handlungen und allem, worum es in der Serie geht, ist das alles sehr offensichtlich wird es einem präsentiert. Denn zu jeder Scheibe, ob man sie mögen wird oder nicht, ist eine Zusammenfassung kein Ersatz. Das soll ja kein Ersatz sein. Ich meine, nur für mich jetzt quasi. Als jemand, der es schon gesehen hat. Oder ich meine, gibt es ja Erklärungen und was auch immer alles. Also Sicherheitsventil, 16 Monate habe ich dir angemacht. Ich habe keine Ahnung. Thief Souls, 41 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Hm. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht. Der ist nur schon wieder ein Quiter-Pickel. Opinions zum Gans-Anime. Ich kenne nicht wirklich irgendwelche Anime. Falls ich gemeint bin. Der Manga ist viel besser. Das ist ja mal die größte Basic-Anime-Meinung, die es jemals gab. Warum will man generelle Zusammenfassungen schauen, wenn man den Anime einfach gucken kann? Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte mir eine Erklärung, nicht eine Zusammenfassung als Ersatz. Das meinte ich gar nicht. Wenn so ein fucking Video sowohl erklärt wird, worum zum Fick es überhaupt geht. Das war so eine allgemeine Frage. Achso, ich meine, ja. Keine Ahnung. Also meinst du eine Analyse? Ja, quasi. Au. 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 So, da hinten liegt ein Ring. Ich weiß, ich glaube, der als Key-Item-Location zählt. Wir werden mal darauf warten. Ach du meine Fresse. Das ist heute ja ewig. Au. Du bist keine Mimik. Edler Ritterhelm. Okay. Ich kann gleich rein. Dankeschön. Der Katerina-Helm. Hm. Hm. Hat sich ja nicht so gelohnt. Warum ist das blutbraun? Hat der mal braun geblutet? Stell ich mir unangenehm vor, ehrlich gesagt. Ich habe mir letztens, ich habe mir mein, äh, mein großer Zehennagel ist ein bisschen länger geworden, als man sich wünschen würde. Okay? Ihr kennt den Struggle. Und dann dachte ich mir, äh, das ist immer komisch. Ich habe so einen Nagelzwick, aber der funktioniert für die Zehen nicht so richtig. Deswegen dachte ich mir, ja, ich werde einfach, äh, das ist gröbste, einfach mal mit dem Finger einfach entfernen. Okay? Und dann habe ich das gemacht. Und dann über N2Ls das ein bisschen, äh, zu weit eingerissen. Dann dachte ich mir, ja, fuck. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Das kriege ich auch nicht wirklich weg. Das heißt, ich habe dann, äh, ein Stück dann noch ein bisschen abgestimmt. Jetzt habe ich irgendwie so eine kleine Ecke, die bei meinem Zeh noch vorsteht. Aber das wächst raus. Das war nicht angenehm. Schöne Story. Ich habe sie nicht mal zu Ende erzählt. Lass mich die Story zu Ende erzählen. Dann kannst du darüber urteilen, ob sie schön war. Zeig mal in die Cam. Nee. Ich meine, es ist nicht so wild. Es klingt übler, als es ist, aber... Der Moment, wo man sich denkt, ah, shit, ich glaube, ich reiße mir gleich den gesamten C ein. Das ist nicht schön. Zaubererumhang. Wenn der C noch dran ist, kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ja, aber um ein Haar. Ich habe mit dem Tod gerungen. Noch ein Millimeter mehr. Und das hätte vielleicht geblutet. Geblutet. Vielleicht. Können wir ein bisschen Mitleid im Chat haben für den Streamer? Braun oder rot? Blau. Meine Uroma. Au. Mein Uroma hat manchmal gesagt, oh ja, bei unserer Familie, da wir haben blaues Blut in den Adern. Das ist eine komische Sache. Er war zu sagen. Dazu muss man fairerweise sagen. Sie war dement. Und heute muss ich sagen, ich würde mir wünschen, kein adliges europäisches Blut in den Adern zu haben, denn das sind keine guten Gene. Fuck. Das sind überhaupt keine guten Gene. Die mal schön fern, so weit fern von mir wie möglich. Und ich weiß, was da alles passieren kann. Die Abkrankheit gibt es gratis. Hier. Die ein oder andere. Hey. Du da unten. Schön da, wo du bist. Ich kann euch da drüben noch schnell. Ah, nee, da, nee, nee. Da gehen wir später runter. Du würdest mich nicht wundern, wenn das Blut wirklich blau ist. Ja. Bist du ein Wittelsbacher, oder was? Also, gibt es ein Zinsfestung für mich noch was zu erledigen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann einfach abhauen. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir so sicher, wenn ich jetzt vorlaufen werde, dann rollt mir ein Ball ins Gesicht. Ganz oben bei dem Giant und Chop. Ja, das ist ja die obere Hälfte von Zinsfestung. Da gibt es natürlich noch was zu holen. Ex-No-Hit-Runner, by the way. Ich weiß noch nicht mehr, wie die ganze Scheiße hier umgedreht wird immer. Aber im Sinn davon habe ich den neuen Bosses-Run eh nie geschafft. Also, ich will mich nicht mal so nennen, zwangsweise. Denn ich denke, der Any-Percent-Run ist nicht die größte Leistung. Ich hoffe, Altern hört gerade nicht zu. Ja, wenn wir von All-Bosses reden, da gehört schon ein bisschen was dazu. Das ist ein langer Run, da kann viel schief gehen. War die Gefängniszelle noch ein Item? Äh, das ist kein Key-Item, also egal. Ich muss nicht alle Items mitnehmen. Was ist das in der Muschel? Da gehe ich direkt hoch. Ih, Sonic! Ich habe mir gestern Sonic Frontiers geholt. Weil aktuell bei Humble Bundle und der Steam der Summer Sale ist. Und ich habe es ein bisschen gespielt. Ich muss sagen... Wäre vielleicht nett, wenn man drei Minuten hätte spielen können, ohne dass man die ganze Zeit genervt wird. Mit Millionen fucking Tutorials, weil es wirklich kein so kompliziertes Spiel ist. Aber generell, das Boosten finde ich komisch. Ich habe das Gefühl, das mochte ich in der Unleashed-Engine mehr. Und ja, generell die Open World ist auch... In der Open World ist, glaube ich, nicht das, was ich mir in einem Sonic-Spiel wünsche. Hm, einfach mal schauen. Ich denke nicht, dass Sonic Frontiers Trash ist, es ist nur... Ich denke sogar, dass die Aufmachung und sowas super gut ist. Frontiers war gut, Forces war mild. Forces war absolute Scheiße. Gott, ich hasse Forces so sehr. Oh mein Gott, Sonics deutsche Stimme in Sonic Frontiers. Sonics deutsche Stimme in Frontiers ist quasi... So, als würde jemand einen Nerd nachmachen wollen. Ja, ich bin Sonic. Und jetzt... Hier ist Tails. Das ist ganz komisch. Ganz, 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 ganz komisch. Aber ja, die Level, die ich gespielt habe bisher, waren auch echt kurz. Ist das nicht Marc Stachel-Grocko aus Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir seine Visitenkarte nicht geben lassen. Ich dachte halt auch ein bisschen an Johnny, als ich seine Stimme gehört habe. Stimmt, Julian Bam hat den in, ähm... Oder zumindest war es ursprünglich der Plan, dass sie in dem Film spricht. Keine Ahnung, was mein Endeffekt hat der Fall war. Ich habe den Sonic-Film nicht gesehen. Direction für den Sprecher ist sehr viel ruhiger geworden. In Forces war es sehr extrem. Weiß aber auch nicht ganz, was das soll. Ja, ich... Ich finde es trotzdem echt nicht gut irgendwie. Sprich dir im Film? Okay. Ja, der Soundtrack von Frontiers ist ziemlich wild. Ich wünsche, sie würden mich Eggman sprechen lassen. Aber nein, das ist ja wieder... nicht erlaubt. Ach, hat der überhaupt Bomben geworfen? Fällt mir gerade auf. Ich glaube, der hat gar keine geworfen, oder? Außer von Leona. Vier Monate. Wie viel lieben Dank. Hat der nicht. Ja, hätte ich nicht mehr sparen können, direkt hochzugehen. Der ist ja gar nicht... Der hat ja gar nicht genug Kraft in den Armen, um sie zu werfen. Gar kein Schmackes. Du, der Synchronsprecher wäre tatsächlich passend, finde ich. Nee, nee, das wäre es wirklich nicht. Sehr viele Leute reagieren sehr negativ auf meine Stimme. Funkelteater... Niet. Mach ich mir doch die Taschen voll. Sag ich doch nicht nein. Wurde die Ersatzbank wieder aufgegeben. Ja. Wir wollen noch Erfolgen machen, aber wenn, dann sind wir in Kürze und mit einem spezifischen Thema. Diese... lange Ersatzbank wird nicht zurückkehren. Schwarzeisenschild? Nee, ich kann schon, wenn ich den HP-Schild trage, nicht mehr fast rollen. Weiß ich, die Nase, die putzt richtig. Jetzt ist die Ersatzbank auf die Ersatzbank gekommen. Ja. Das Problem ist halt, dass die Ersatzbank... Ich meine, man hat dann diese dreieinhalb Stunden Videos, wo man natürlich auch dreieinhalb Stunden Aufnahme hat, was typischerweise, wenn wir am Dienstag aufnahmen, wir dann nehmen, nicht will ich was anderes schaffen. Und im Endeffekt wird es halt weniger geschaut, als alles andere, was wir sonst aufnehmen. Ich meine, im Endeffekt über lange, längere Zeit pendelt es sich halbwegs ein, aber da ist auch hauptsächlich der Grund, weil Leute, die es angefangen haben, es öfter anklicken, was dann nur die gleichen Leute sind, aber im Endeffekt schon es weniger an. Ich freue mich auf die Tatsache, dass ich es auf Podcast-Plattformen hochgeladen habe, vor allem Spotify, ob es das war, was im Endeffekt die Ersatzbank gekillt hat. Und ich denke, ja. Au! Wir sind wieder runterfallen. Es ist halt die Sache, wenn jede Folge dann auf Spotify, im Endeffekt keine Ahnung, wenn ich um 6.000 Leute hatte, die es angehört haben, es fehlt halt dann auf YouTube Endeffekt. Was ist da los, mein Alter? Bist du, bist du kurz im T-Posen oder was? Na gut. Ne, die Bosse haben die HP, die der übliche Boss normal hat. Fürstenseele! Die Treppe hat ihn kurz zum T-Posen gebracht. Das fand er nicht gut. Das fand er gar nicht gut. Aber warte, mir fehlt noch was. Ich muss noch zum alten Riki rüber. Heißt, dass der Podcast kommt aber noch, nur kürzer? Richtig, ja. Ich meine, die Quizfolgen, die wir gemacht haben, sind ja an sich auch Ersatzbank, soweit. Oder gehören mit dazu. Weil hier ursprünglich auch Ersatzbank-Segmente. Was ich auf jeden Fall machen will, das werden wir wahrscheinlich am Dienstag dann aufnehmen, ist eine Folge über, äh, ne, äh, weil das generelle Sache, die ich machen will, mit ein paar Erinnerungen quasi an eine gewisse Konsole oder so und dann, dass wir ein bisschen über den, über den alten Gameboy reden. Der gute alte Gameboy. Dem Mond-Titanit, zwei Stück, das ist auch nicht übel. So, wir haben da drüben noch zwei Schatztruhen. Müsst du eigentlich in Pikmin reinschauen? Nee. Ich denke, die Dungeons aus Pikmin 2 sind scheiße. Eigentlich hatte ich auch das Gefühl, alle waren sich soweit einig, dass die Dungeons aus Pikmin 2 echt nicht so gut waren. Und sie haben die Dungeons aus Pikmin 2 wieder zurückgebracht und sie sehen auch genauso aus wie die Dungeons aus Pikmin 2. Und man hat irgendwie auch nicht mehr, hat man, hat man, oder inzwischen ist die Demo draußen, hat man mehrere Charaktere, die man spielt oder sind sie wirklich bei einem, geblieben und dem dummen Hund. Das fand ich nämlich auch komisch. Ich hatte das Gefühl, Pikmin 3 war so nah an der Perfektion für ein Pikmin-Spiel. Bei einem, soweit ich die gesehen habe, ach Gott. Also sie haben wieder so viele Rückschritte gemacht, irgendwie, gefühlt. Naja, Pikmin 4, keine Ahnung, wenn es irgendwann mal, wenn man es für 20 bekommt, werde ich es holen, aber... ja, und bei Nacht kann man auch noch draußen unterwegs sein, was halt auch wieder... Ich meine, gewisse Änderungen ist okay, wenn man sie macht, aber... Oder alle Änderungen könnte man... könnte ich mich drauf einlassen, aber dass sie die Dungeons zurückgeholt haben, ist... Nee, 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 warum? Wirklich? Warum haben sie die Dungeons zurückgeholt? Ich verstehe es einfach nicht. Haben sie... Haben sie nicht irgendwie mitbekommen, dass jeder, der über Pikmin 2 zum Teil redet, sagt, ja, die Landes sind gar nicht mal so gut. Pikmin 4 überhaupt noch eine Zeitbegrenzung? Ich meine, Pikmin 2 hatte auch keine, zum einen. Zum anderen, also wenn wir von Tagen reden, bei Pikmin 3 war es auch schon sehr großzügig. Aber ja, Zeitdruck war nur im ersten Pikmin wirklich eine Sache. Ah, die fucking Dungeons. Nee, 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 nee. Das hätten sie sich von mir aus sparen können. Ja. Oh ja, dann die große Blut, was auch immer. So, dann gehen wir doch mal auf plus 5 und dann schmettern wir richtig los. Denn dieser Goldstrahl, der wird jetzt richtig Schaden machen. Mein Gott, der wird so dämlich stark. Er ist so dämlich stark. Damit kann ich jeden Boss im Spiel relativ problemlos down bekommen. Und ich habe mich so als Leute geben, die Dungeons mögen. Ich habe viele im Chat gesehen, mein Pikmin 2 wäre der beste Teil. Was? Nein, warum? Die Sache ist, ich dachte ja auch mal, dass Pikmin, beziehungsweise Pikmin 2 war für lange Zeit mein Lieblingsteil. Aber ich habe ihn dann immer wieder mal angefangen zu spielen und mir ist aufgefallen, dass ich nach nicht zu langer Zeit die Motivation verliere. Und ja, ich weiß inzwischen warum. Das sind die Dungeons. Fucking Dungeons. Vor allem, dass die auch... Was mich halt am meisten stört, ist in dem letzten Trailer von dem letzten Nintendo Direct, den man gesehen hat. In dem Trailer habe ich halt gegen 1 zu 1, ich habe dieses Dungeon-Segment gesehen und ich wusste genau, in welchem fucking Dungeon ich ungefähr genau dieses Stück bereits gesehen habe. Und zwar in dem... Ich glaube, das war in dem Dungeon, wo man die weißen Pikmin bekommt. Und dann dachte ich mir, warum sieht das genau gleich aus? Also wirklich, der Aufbau der Dungeon-Teile war der gleiche. Es war der gleiche. Warum? Dungeons sind wirklich mies und auf der Overworld hast du halt echt nicht viel, weil alles darauf hinausläuft, dass man Dungeons findet. Ja, ja, genau. Ich denke, du hast mehr auf der Overworld in Pikmin 4, aber... Ich denke, sie hätten das nicht zurückholen sollen. Oh, 40 Decks. Jetzt wird reingeschmettert. Ich habe übrigens auch einen Hot-Take zu... zu Mario. Zu dem Mario-Trailer, von... Ich habe vergessen, wie es heißt. Das ist eine neue Mario. Und zwar... Ich habe gesehen, dass sehr viele Leute sich sehr freuen. Ich sehe seitdem auch super viele... Spekulations-Videos und was auch immer in meinen Vorschlägen. Und... Genau, Super Mario Bros. Wanda. Ähm... Ich habe da in dem Mario Bros. Wanda-Trailer gesehen, ich dachte, sieht hier alles ganz nett aus, aber... Sieht schon sehr kindlich aus. Zwischendurch haben die Charaktere dann noch irgendwas reingerufen und sowas. Ich habe es gesehen, ich dachte mir, das ist halt wirklich... Für mich sieht das einfach nur wie ein Kinderspiel aus. Und ich weiß, dass Mario-Spiele immer Familienfolge und sowas sind, aber... Dem Punkt habe ich das Gefühl, dass halt echt sehr... Es schien mir sehr kindlich zu sein. Deswegen... Wenn wir dann irgendwie... Keine Ahnung, Leute... 30er dann sagen... Oh mein Gott! Da hatte ich mir... Ich meine, ihr habt scheinbar darin was gesehen, was ich nicht sehe, aber... Ich weiß nicht, ob Johnny sich zu sehr drüber gefreut hat. Ich meine, wahrscheinlich würde man davon ausgehen, aber ich habe nur von ihm ein paar Tweets zu der Elefantentransformation gesehen. Weiß nicht, ich finde, es sieht ganz süß aus. Ja, aber wie gesagt, es wirkt sehr kindlich auf mich. Was an sich natürlich Sinn ergibt, speziell auch nach dem Mario-Film, dass wir da noch ein bisschen mehr Richtung gehen wollen. Und natürlich, weil 2D-Mario generell immer bei Familien sehr populär war. Moggi will ein edgy Mario. Ne, ist schon vollkommen okay, dass ich es so mache. Ich verstehe auch, warum und alles. Ich mochte 2D-Mario eh nie zu sehr, also... Ändert für mich nicht allzu viel. Ich wäre vielleicht ein bisschen stinkig, wenn 3D-Mario in so einem kunterbunten, sehr kindlichen Look und sowas wäre. Würde ich sagen, ich komme, das ist doch... Das ist jetzt zu viel des Guten, aber bei 2D-Mario, mein Gott, es ist halt... Es ist, wie es ist. Juckt mich jetzt nicht zu sehr. Solange 3D-Mario weiterhin überlebt, soll mir alles recht sein. Ich brauche echt mal wieder ein neues Donkey Kong. Naja, Donkey Kong ist wieder fucking tot. Imagine Shadow, der Hedgehog, aber Pokémon. Ich meine, hast du mal von Mario Smash Football, äh... die Artworks und sowas gesehen? Die sind sehr kantig. Nichts ist so tot wie F-Zero. Bist du mir den Ice Climbers vertraut? Sie bekamen ein fucking Spiel. Dann kamen sie in Smash, was man dachte, sich... Ah, shit, wir sind die Ice Climbers seit Melee. Dann kamen sie immer weiter in Smash Bros. Man würde sich denken, ah, shit, kommt neuer Ice Climbers-Teil. Ice Climbers kamen dann auch in... Uh, die Maske Spurs, das wäre super gut. Ich will dabei bei dem Look bleiben. Ice Climbers kamen dann auch in NES Remix vor. Sie bekamen... Das Spiel wurde als NES Classic auf dem Game Boy Advance re-released. Und dann haben sie sich gesagt, yep, genug Ice Climbers. Und fucking Kid Icarus hat ein, äh... Reboot bekommen. Ich meine, ich glaube nicht, dass Ice Climbers-Fans draußen sind, abseits von... Ich meine, es gibt ein paar bestimmt, aber das NES-Spiel ist halt auch eigentlich nicht so Besonderes. Deswegen generell, dass sie sie in Melee zurückgebracht haben, ne extrem komische Wahl ist, aber... Yeah, shit, Ice Climbers. Ich würde so gerne mal ein neues Extreme-G oder Blastcore sehen. Hmm... Ich meine, Blastcore würde ich sehen als so ein Indie-Spiel. Als irgendwas gibt es davon, die inspiriert ist. Extreme-G war jetzt nicht einfach nur so ein generischer Future-Race auf Nintendo 64. Neues Kid Icarus wäre wild. Komm, als ob. Als ob er Sakura jemals an was anderem arbeiten dürfte als fucking Smash Bros. Als ob er jemals wieder diesen Luxus in seinem Leben haben würde. Der Mann wird nie das bekommen, was er will. Und das ist nicht, an Smash Bros. zu arbeiten. Nein! Lasst Sakurai frei. Ja, aber irgendjemand muss Smash Bros. machen. Und irgendjemand wird Smash Bros. machen. Der Sakurai-YouTube-Kanal war... Ich mochte ihn anfangs ganz gerne, aber... Ich habe das Gefühl, Videos sind zu kurz, als dass sie wirklich interessant wären. Keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, dass sie nicht sonderlich aufschlussreich sind. Irgendwie. Zwei Graue-Schollen. Funktioniert. Zehn Ringe der Opferung! Was ist der Fick, hat der alles gedroppt? Hat ein paar einzelne interessante Videos? Ja, auf jeden Fall. Aber generell habe ich immer das Gefühl, dass viele Themen sehr belanglos sind. Hm. Verlockend. Findest du okay, wenn keiner mehr Smash Bros. macht? Warum? Hä? Ich stehe mit Smash Bros. nicht. Hä? Hä? Was soll das denn? Warum, warum? Auf einmal... Warum die Anti-Smash Bros. Haltung? Hast du ja einfach neue Nasenklammer holen und dann kannst du auch mit der Community gut interagieren. Vielleicht hat er einfach kein Interesse an Smash Bros. Oh, habe ich auch nicht. Äh, heutzutage bin ich auch extrem nicht interessiert an Smash Bros. Ich weiß noch, ich habe den Smash Bros. Marathon damals gemacht, als Smash 4 rauskam. Ironischerweise war Smash 4 dann der Punkt, da war ich mich absolut nicht mehr interessiert, war in der Reihe. Ein Port von Ultimate auf der neuen Konsole würde reichen. Ja, ja, ich stimme zu. Vielleicht noch ein paar... Ich meine, sie können bei Ultimate ja, wie Mario Kart 8 Deluxe, vielleicht noch ein paar neue Charaktere und Maps dazu machen. Aber ansonsten... Es ist das ultimative Smash Bros. Ich meine, wenn sie vielleicht einen Singleplayer tatsächlich machen würden, vielleicht hätte ich da auch ein bisschen Spaß mit, aber das ist okay. Wir müssen auch nicht. Wir müssen auch nicht. Ich möchte einfach nur Double Dash mit besseren Grafiken. Ah, das wird nicht passieren. Double Dash ist nicht unbedingt das, was man ein beliebtes Spiel nennen würde. Singleplayer muss wie ein Brawl. Ich meine, ich denke, ja. Keine Ahnung, ich mochte die ganzen Event Matches und Trophäen freischalten und sowas immer sehr. Und den Adventure Mode vom Prinzip, wenn wir von Millen reden. Sub-Rom-Emissaire fand ich generell irgendwie immer unspaßig. Aber ja, ja, prinzipiell sowas wäre ziemlich cool. Aber vor allem diese ganzen Event Matches und das ganze Zeug zum Freischalten. Dieses Brett, was... Yes! Lord Vessel. Ah, dieses Brett, was man hat, wo man dann verschiedene Dinge freischaltet, diese ganze Mission hat und sowas. Ich glaube, sowas hat man auch in Kitty Icarus. Ich denke, das war super spaßig und super cool für Smash Bros. Weil man da auch wirklich diese ganzen Ziele hat von Dingen, die man erledigen kann. Es gab die Soundtracks zu sammeln. Oh, natürlich auch noch die ganzen Trophäen und sowas. Ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die ich sehr mochte. Nur noch zwei Seelen. Ja, wir sind nah dran. Wir sind nah, nah dran. Was normalerweise in der Chest... Äh, Divine Blessing. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das ist dieses komische, dieses Fläschchen, das einen komplett auffüllt, wenn man es verwendet. Das Zeug, das nie jemand verwendet. Weil es irgendwie... Weil es einfach nur eine Humanity ist. Nur ist die Humanity nicht so begrenzt. Ach, du Scheiße. Der Goalie will es aber wissen. Göttlicher Segen, genau. Kirby's Air Ride. Ah ja, Kirby's Air Ride hatte auch dieses Brett. Aber Kirby's Air Ride hat das Problem, dass es generell einfach echt nicht viel Videospiel ist. Kirby's Air Ride ist auch so... Das ist auch ein Spiel, wo ich ja kein Interesse habe, es für meine Gamecube-Sammlung zu holen. Ich meine, ich habe damals den... Ich hatte es nicht selber. Ich habe es beim Freund ein bisschen gespielt. Ja, diesen Roaming-Modus zu spielen war ganz spaßig. Dann natürlich auch, bis man da rausführt, wie man die super Fahrzeuge macht und sowas. Aber im Prinzip hier ist halt auch so eine Sache, keine Ahnung, das heißt, es ist nicht viel Spiel. Das Gefühl, vier Stunden Spielzeit ist schon sehr großzügig berechnet bei dem Spiel. Ich weiß nicht, was mein absolutes Shit-Game ist, wozu ich ja nachfolge, der Bomberman Adventure. Gibt es nicht mehrere Bomberman Adventure? Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dazu irgendwann ein Sequel machen werden. Leute reden öfter über Bomberman Adventure. Sie mögen ihre Bomberman-Abenteuer. Ich habe gerne einen Remake von Bomberman 64. Das war super. Ich verstehe immer nie, warum Leute Remakes zwangsweise wollen. Ja, ich habe das Gefühl, wenn... Ich meine, Bomberman 64 sollte auch soweit für das, was ist, relativ okay spielbar sein auf Nintendo 64. Framemate ist wahrscheinlich ein bisschen Shit, aber wenn du jetzt nur einen Emulator spielst, sollte doch alles passen, oder? Ist das der richtige Ring? Wie? Nee. Das ist nicht der richtige Ring. Nee, das ist doch der richtige Ring, hä? Zählen wir doch nichts. Nee, gut. Werde ich eben deine Schwester umbringen? Hast du was zu dem Spiel Dosh and the Giant geplant? Nö. Ich will es aber auf jeden Fall mal spielen. Hätte gerne einen Remake von Digimon World 2003 inklusive Quality of Life Changes, aber ein Game in der Richtung wäre auch fein. Ich meine, es gibt einige Digimon Adventures, vor allem wenn wir jetzt von Digimon World rein auf dem Nintendo DS reden. Da hat man auch... Ich meine, die ist nicht direkt ähnlich, aber es ist halt sehr viel umfassender, was man alles machen kann und sowas. Aber ja, Digimon World 2003, das ist ein Spiel, das ich... Irgendwann werde ich es durchspielen. Irgendwann werde ich es durchspielen. Ich habe es so oft angefangen und ich bin immer gescheitert. Ich bin immer gescheitert, das ist einfach... Okay, pass auf, pass auf, lass mich, lass mich, pass auf, pass auf, pass auf. Man kann diese drei Start... Es gibt drei verschiedene Starter-Teams, die man nehmen kann, Digimon World 2003, okay? Mit verschiedenen Starter-Digimon. Was ich genommen habe bei meinem letzten Playthrough, versuchten Playthrough, war vor zwei Jahren, glaube ich, an dem Punkt auch schon. Was ich da verwendet habe, war das Team mit, ähm, Kumamon. Der mit der Bears-Mütze. Go Bears! Und... Problem ist, wenn man ihn nimmt, er hat... Er bekommt effektiv keine Digitationen. Geht auf fucking Spiele-Tipps, lest euch die Digitations-Guides durch und ihr werdet sehen, dass man nicht wirklich vernünftig auf das Mega-Level mit Kumamon kommt. Was ein unglaubliches Problem ist, auch wenn man levelt Kumamon selber auf Level 40, was einfach extrem lange dauert. Ich hatte noch nie einen Digimon auf Level 40. Das heißt, mit dem kommt man nicht wirklich voran. Und das ist ein großes Problem. Das heißt, mein gesamtes Team, ich musste dann... Mit dem konnte ich halt nicht kämpfen, weil er nur so ein Ultra-Digimon-Shit-Teil war. Er hatte noch die ganze Zeit über meistens noch den... Ich hatte ihn sogar auf dem Champion-Level die längste Zeit und es war halt fucking nutzlos. Ja, und dann hat sich das irgendwie wieder auf... Da hat sich das wieder im Sande verlaufen. Das war mies. Das war sehr, sehr mies. Das heißt, wenn ein Digimon World 2003 spielt, nimmt nicht das Team mit Kumamon. Kumamon hat keine passenden Entwicklungen. Ach, du Scheiße. Welches Digimon-Game? Digimon World 2003. Was inzwischen übrigens auch super teuer wurde. Ich habe das doch für 10 oder so bekommen. Inzwischen ist, glaube ich, 60, 70 Euro gebraucht. Einfach emulieren. Ja, ist der einfachere Weg. Ah ja, Spieletipps. Die Sache ist, Spieletipps war mal eine Website, wo Leute Tipps eingetragen haben. Und ich sage es euch, wenn ihr Infos zu Digimon World 2003 braucht, ihr werdet sie brauchen. Das Spiel ist gut darin, viele Dinge nicht zu erklären. Dann werdet ihr früher oder später, vor allem wenn ihr in der Wüste seid, die fucking Wüste. Dann werdet ihr im Spieletipps-Guide landen. Und dann werdet ihr das Problem haben... Digimon World 2003 ist in so einer isometrischen Perspektive, okay? Und bei dem Guide in der Wüste muss man halt ein paar Mal in die richtige Richtung jeweils gehen. Die Mirage-Wüste. Es ist so eine Scheiße. Ich weiß nicht mal, wo man jemals erfährt, welche Richtung man gehen muss. Keine Ahnung. Es ist halt so oben, rechts, links, links, hoch und sowas. Und das Problem an dem Guide ist, dass er halt sagt, Norden, Osten, Westen und sowas. Oder war es oben, rechts, links? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es waren Himmelsrichtungen. Das Problem ist aber, dadurch, dass alles in einem 45-Grad-Winkel ist, ist es so ein bisschen Ansichtssache. Und bei ihm ist es so, wie er es geschrieben hat, dass er das oben links als Norden bezeichnet. Für mich dagegen wäre das oben rechts Norden. Und dementsprechend... Ah, jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal aufs Neue spaßig. Hat er sich vor 15 Jahren mal nicht perfekt akkurat ausgedrückt und hat einfach für Jahre, über Jahre Verwirrung bei den Leuten gesorgt. Discount Lost Woods waren das. Ich glaube, so eine Wüste, wo man in die richtige Richtung gehen muss, das müsste aus Zelda 1 stammen. Tatsächlich. Daran habe ich nämlich den Weg auch nicht gefunden, als ich Zelda 1 mal ein bisschen spielen wollte. Ich hasse das Konzept. Ich hasse es, dass so viele Spiele, die ich das gesehen habe in Zelda 1, und sich dann gesagt haben, oh mein Gott. Das ist einfach die beste Idee aller Zeiten. Das müssen wir auch einbauen. Das fucking Wüste, wo man irgendwie... Ah, der fliegt hoch. ...fünfmal in die richtige Richtung gehen muss, aber man weiß nicht, welche Richtung es ist. Das ist einfach die spaßigste Idee, die es überhaupt gibt. Könnt ihr das bitte mehr Spiele machen? Ein Guide für den Guide schreiben. Ja, Leute haben es da... Deswegen gibt es Kommentare, wo Leute es dann erklären. Außer von Belia, 17 Monate. Resub, wie wir lieben Dank. Selbst fucking Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories hat das am Ende. Das ist ein Visual Novel mit Duell-Einlagen. Oh mein Gott, ich muss das eine PS1-UGO-Spiel. Das muss ich auch mal spielen. Vielleicht sollten wir es im Stream mal anschauen. Ihr wisst, welches ich meine. Das eine. Das ist das? Au. Oh nein. Ja, Forbidden Memories ist irgendwie super viel Grinding. Ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde, aber... Okay, okay. Ich sehe schon... Okay. Okay, es ist keine gute Idee. Okay, 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 okay. Genau deswegen habe ich es nie angefangen, weil ich immer ein bisschen gehört habe, dass irgendwie... Irgendwas daran scheiße sein soll. Wie ich sehe, ist bisher... Was ist mit diesen ganzen... Mit diesen ganzen roten Vagrants aktuell? Stachelschwert. Ich liebe die alten Yu-Gi-Oh!-Spielen, nichts mit dem echten Yu-Gi-Oh! zu tun haben. Kapsel-Monster-Kolosseum finde ich auch immer wieder mal erschreckend spaßig. Ich sollte Kapsel-Monster-Kolosseum irgendwann mal durchspielen. Vielleicht sollte ich auch generell über Yu-Gi-Oh!-Capsule-Monsters mal ein Video machen. Denn... Das war nicht nur ein PS2-Spiel, sondern sie wollten das wirklich ähnlich wie auch Dungeon-Eyes-Monsters. Ich glaube, das war nach Dungeon-Eyes-Monsters. Sie wollten Kapsel-Monsters auch zu so einem Spin-Off machen. Und ähnlich wie Dungeon-Eyes-Monsters hat das natürlich so gut geklappt, dass ich mir sicher bin, nicht viele Leute von euch werden überhaupt wissen, dass das eine Sache war. Also das ist alles überhaupt für Anime, was ich sehe, meist zum ersten Mal. Das ist der Igel, der ist aus dem Wald. Warum halte ich ein, Henrik? Hier ist kein Silberritter. Ich war schon so bereit, ihn zu parieren. Habe das Game geliebt. Kapsel-Monster-Kolosseum ist super. Vor allem hat es super coole Animationen. Auch wenn man sie mit der Zeit trotzdem ausmacht, weil... Das Spiel muss sehr lange laden, bevor die Cutscenes kommen, aber sie sind schon ziemlich cool. Ist das nicht eine Katze? Es ist eine Katze, aber sie hat Stacheln am Rücken und sie kann sich einrollen. Und rollt dann in hoher Geschwindigkeit durch die Gegend. Und ich denke, du verstehst, warum ich sie Igel nenne. Außer von GameNick, vier Monate. Wie viel lieben Dank. Das Element Dunkelheit war komplett OP am Ende. Ich glaube, ich kam am bögenden Punkt bei Kapsel-Monster-Kolosseum nicht weiter. Ich glaube, es war irgendein Duell gegen Marek oder so. Irgendwie sowas. Das war schwer für mich. Das ist auch super cool bei Kapsel-Monster-Kolosseum. Das ist auch ein bisschen ähnlich in der Hinsicht wie Digimon World 2003. Dass es einfach diese unzähligen Kombinationen gibt von... Ich wollte Digimon sagen. Von Monstern, die miteinander fusionieren können und sowas. Was einfach... Das ist auch ein langer Spieletippsartikel, meine Freunde. Mit verschiedenen Blöcken, die alle irgendein Element hatten. Ich... Pass auf. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ich glaube ja. Die Sache ist nämlich, es war... Was ich in Erinnerung habe, ist einfach... Man ist im... Keiner war vermutlich im Reich der Schatten. Es ist alles dunkel und die Stage besteht halt... Es kann sein, dass die generell einfach Quadrat ist. Aber es waren ganz viele verschiedene Würfel auf jeden Fall, über die man läuft. Also ja, wenn du jetzt Blöcke sagst, da klingelt definitiv was bei mir. Das war das? Yeah. Da kam ich irgendwie nicht weiter. Kann Zauberkarte mit Zauberkarten fusionieren? Er ist das Leben. Götterglut. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Die Götterglut, die tut gut. Oh ja. Kam damals nicht mit Permatod der Monster klar. Ne, Kapselmonsters, äh, Kolosseum hat keinen Permatod. Monster, die setzen nur für drei Runden sowas aus. Für drei Matches, wenn sie sterben. Also, ja, es ist ein bisschen, ist nicht so einfach, wenn man, äh, zu gute, wenn man, äh, eine Runde richtig reingeschissen hat. Dann ist das schon sehr ungünstig. Also nicht, äh, permanent tot. Aber ich würde sagen, dass das Reich der Schatten gar nicht existiert, aber die Kapselmonsters, aber da Kapselmonsters von 4Kids commissiont wurde, gibt's dort vielleicht wirklich das Reich der Schatten. Ich, ja, ich mein, ja, ja. Ich weiß, ich wusste jetzt nicht, wie es mit reicher Schatten ist, ob es da nicht, äh, original, ob es nicht einfach eine Hölle ist oder sowas, wo man hinkommt, aber keine Ahnung. Gibt's nicht irgendein Schattenreich in der Yu-Gi-Oh-Lord, in der Yu-Gi-Oh-Lord tatsächlich, wo sie dann landen oder sowas? Ich mein, ich weiß, dass natürlich Seelen im Schattenreich verbanden, dass das nur eine Ausrede dafür war, dass die Charaktere nicht sterben dürfen, aber... Müsste es da nicht wirklich irgendwas in der Richtung geben? Original ist man tot? Okay, es gibt also keine Sohle Schattenwelt. Okay. Hm, ich glaub, ich hätte gern ein paar Homeward-Bounds, ehrlich gesagt. Ja, komm, 39. Einer noch günstigere gewesen, die sind teurer. Der alte Havel? Wisst ihr was, wo wir gerade über den Manga reden von Yu-Gi-Oh! Eine Sache, die mich immer noch ein bisschen anpisst, ist, wenn man von Medi-Mob-Sachen bestellt über Ebay. Aber hier kommen wir manchmal einfach französische Scheiße. Ich hab mir ein paar Bände von Yu-Gi-Oh! bestellt, weil ich wollte ein Video machen über das Season-Zero-Kartenspiel, was ich immer noch, immer noch irgendwann machen will, okay? Ich hab die Karten da, ich hab die Karten da, seit vielen Jahren. Damals bekam man sie sogar noch super günstig, weil sie niemanden interessiert haben, vor Trading-Cards endgültig viel zu teuer wurden. Und, ähm, genau, dafür wollte ich auch ein Video darüber machen und das war... Ja, zu der Zeit wollte ich dann auch immer ein bisschen irgendwie was haben, was ich als Speed-Roll filmen kann. In dem Fall ein bisschen den Manga. Machen wir heute Tag auch ganz gerne mal, aber... Ja. Hab mir da auf jeden Fall ein paar geholt von Medi-Mob-Sachen, die waren dann einfach französisch. Was soll das jetzt? Da stand überhaupt nichts davon, dass die französisch sind. Aber das ist oft bei Medi-Mob-Sachen, dass man einfach französische Sachen bekommt. Ja, das passiert oft, oder? Also, nicht. Ich weiß noch nicht, was das soll. Also, an der Stelle, wenn ihr Manga bestellen wollt, dann, ähm... Ich weiß nicht, ob ich Medi-Mob-Sachen zwangsweise empfehlen würde. Aber wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite haben die meine ich eine dicke Warnung wegen der Sprache. Das will ich auch hoffen. Auf Ebay haben sie aber keine. Da steht sogar oftmals einfach dran, dass es auf Deutsch ist. Also, das ist wirklich einfach nur... Einfach nur falsch. Ach, Publisher kann man drauf achten. Wenn der alte Carlsen draufsteht. Was ist nur mit Carlsen los? Auch Spiele, was an sich, äh, kein Thema ist. Ja, bei Videospielen ist, ja... Mein Gott. Deutschland und Frankreich sind üblicherweise eh immer in der gleichen, ähm... Sprachgruppe von Carl. Außer, außer, wir reden von Shadow Hearts. Was, äh... Ich habe mir Shadow Hearts 1 gekauft. Ich habe viel zu viel dafür gezahlt. Ich habe 190 oder 100 Euro dafür gezahlt. Ich habe viel dafür gezahlt. Es ist ein teures Spiel. Es ist dieses kleine Horror-JRPG, das Leute sehr mögen. Kultklassiker. Und ich habe davon den dritten Teil gespielt, den Leute scheiße finden. Ich dachte mir, ja, ist eigentlich ganz gut. Deswegen wollte ich das dann mal spüren. Dann habe ich eins... Dann ist ewig keins mehr aufgetaucht auf Ebay und so. Dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt relativ teuer. Ich werde es mir mal holen. Und das ist, glaube ich... Ich weiß gar nicht, ich weiß genau, welche Sprache es. Ich glaube, das ist die französische Version vielleicht. Aber in dem Fall ist sie mit, ähm... Nein, es ist halt mit Englisch. Also... Teil 3 hatte keine deutsche Übersetzung. Also dachte ich, ist bei dem Teil auch der Fall. Aber wie sie herausgestellt hat, habe ich jetzt die englische Version. Aber es gäbe eine deutsche Übersetzung. Aber die habe ich nicht. Weil ich die falsche PAL-Version habe. Ich meine auch hier wieder... Nicht der größte... Kein Beinbruch an sich, aber... Trotzdem Lost hat die deutsche Version. Was soll denn das? Von dem habe ich überhaupt erst erfahren, dass es eine deutsche Version gibt. Französische Spiele sind günstiger. Französische Karten sind auch generell immer günstiger. So, was haben wir denn hier alles vor uns? Na, der sieht relativ regulär aus. Oh nein! Smough und Smough! Nein! 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 Oh Gott! Der eine ist super, Smough! Ach du Scheiß, wie mache ich denn das jetzt? Okay, guter Schaden von der Waffe. Alles geschmeidig, Freunde. Ist doch nicht mein erster Rodeo hier. Ohne getroffen zu werden bei Smough und Smough. Ich schwöre, dass der eine nicht super Smough wäre, aber das ist okay. Schon. Au! Okay. Puh! Wie früh hast du die Waffe gefunden? Ich konnte sie direkt bei Petrus kaufen. Hoffentlich wird jetzt nicht zu super Smough. Ich habe keine Ahnung, zu was er jetzt mit in der Katze ist. Das ist noch Smough, aber... Jemand hat geschrieben, los, Mernus, bitte! Ich will nicht gemeint sein, aber... Dankeschön. Oh. Ich bin... Ich war jetzt gar nicht vorbereitet auf die Scheiße. Wann bekomme ich hier? Meine Waffe ist definitiv stark genug. Das war nur ein schlechter Start. Das war nur ein schlechter Start. Der Run wird wohl nicht mehr weiter als hier gehen. Nee, komm, ich habe... Komm schon. Ich habe Goldstrahl plus 5. Also bitte. Goldstrahl plus 5 ist ja wohl ausreichend, um mit Mernus fertig zu werden. Ist ja nicht so eine Situation, dass wir jetzt hier bei den Gargoyles sind oder so. Aber du bist nicht mehr deiner Blüte. Ja, aber das ist nur Mernus. Das ist nicht so wild. Ich wünsche, dass ich diese Phase nicht nochmal machen müsste. Die ist ein bisschen gruselig. Ob ihr es glaubt oder nicht. Okay. Au. Egal. Trotzdem gute Hits reingeholt. Das war nicht ganz so gut. Nehme ich noch ein Schlückchen. Ja, bleib hier drüben bei mir. Nein! Okay. Los geht's! Oh, easy! Easy, meine Freunde! Und ich kann sogar getroffen werden. Ist nicht mal No-Hit. Absolut kein Ding! Ja, mal ein Schlückchen. Seht ihr das? Manus klingt wie Anus. Was willst du jetzt machen, Drachentöter-Ornstein? Au! Ja, mies. Das habe ich wohl herausgefordert. Ähm, der fucking Zauberstabschlag. Nach dem Zauberstabschlag panischt man nicht. Und er hat ihn zweimal nacheinander gemacht. Das war ein bisschen unglücklich. Das war ein bisschen unglücklich, muss ich auch mal sagen. Dankeschön. Ein ganz, ganz kleines bisschen unglücklich. Manus arm sieht echt nicht so cool aus außerhalb seiner Arena. Er sieht nachher nicht so cool aus. Er hat mein freches Mundwerk ziemlich gut gestopft. Aber es ist keine Schande, gegen einen Anus zu verlieren. Das ist schon viel besseren Spielern, als mir passiert. Hauptsächlich schlechteren, wie dir zum Beispiel. Wenn der Jürich jetzt die Frage stellt, meint der mich gerade? Ganz recht. Au! Verdient. Fahne ich jetzt ein bisschen unfair. Aber das ist okay. Oh! Ich bin mal ganz entspannt hier. Das machst du jetzt. Auf den stinkenden Fingernagel. Der stinkt nämlich. Au! Ich, ich weiß. Okay. Okay, ich erinnere mich wieder an meine Taktik gegen Manners. Ich erinnere mich wieder an meine Taktik. Ich panische nur gewisse Angriffe. Denn wenn ich nah an ihn ranrenne, schlägt er mit seinem Zauberstab zu. Und wenn er mit dem Zauberstab zuschlägt, ist es nicht gut. Denn dieser Angriff hat sehr wenige Frames als Vorbereitung. Du könntest Supersmode zuerst töten. Oh ja, wollen wir schauen, wer kommt, wenn ich Supersmode zuerst kille? Ja, das stimmt. Ich meine nicht, dass ich Angst vor Manners hätte. Jetzt, wo ich mich langsam wieder dran erinnere, wie ich den Kampf mache. Aber ich will auch sehen, wer kommt. Vielleicht wird es hier jemand, der noch viel schwerer ist. Supersmode zum Beispiel. Supersmode zuerst töten könnte übrigens ein bisschen dauern. Der Dicke hat nämlich viele HP. Das Wichtige ist hier halt immer um die Säule herum. Generell, Ornstein und Small, wenn ihr Probleme mit dem Kampf habt, um die Säule herum. Small kann man so gut an der Säule festhalten. Dann macht er sowas. Au. Oh, man hat ein bisschen Zeit, um was zu machen. Oh, geblutet! Ist Frogger da? Ich wollte nämlich gerade sagen, geblutet wie ein Bluter. Ich würde gerne fragen, ob das der Weite entspricht. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, was? Als ob. Als ob. Na gut, der war nicht ganz so schwer wie Manus. Die Lore. Oh. Die Lore-Implikationen. Außerdem Eiswolf. Äh, frischer Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Fucking Doppel-Small. Wenn man Super-Small killt, kämpft man gegen den normalen Ornstein. Das heißt, wenn jeder Boss nur einmal da ist, ist Super-Ornstein noch wo. Ach so. Ich weiß nicht, ob jeder Boss einmal da ist. Ich glaube, die können sich wiederholen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe gar nichts zum Werfen. Reicht die Jaureküchlein, um sie zu killen? Nee. Habe ich Pfeile? Schwere Bolzen. Ich habe eine Armbrust. Leichte Armbrust. Schwere Bolzen. Ach shit. Ich habe es geschafft. Small hat sie schon bei Gargoyles. Oh ja, stimmt. Ich habe Small bei Gargoyles schon einen besiegt. Oh. Und jetzt bleibt nur noch Dunkelheit. Dunkelheit. Also wir können uns auch teleportieren. Das heißt, ich kann dann auch direkt mal Great Hollow mitnehmen. Aber vorher würde ich natürlich ganz gerne zu meinem kleinen Freund Gwindolinius rübergehen. Das war ein sehr tiefer Fall. Das reicht der Schatten. Yeah. Ich würde aber sagen, der Doppelsmoke-Kampf lief ziemlich gut. Prinzipiell. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich meine, ich bin nullmal gegen sie gestorben. Lass mich mal in Ruhe. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Habe ich dir gerne mit den Kampffist-Only gemacht? Ich habe den Broken Sword Run versucht anzufangen. Ich habe ihn ein gutes Stück gemacht. Dann habe ich ihn aufgegeben, weil ich schwach bin. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Also den Broken Sword Run aufgeben. Oh, das ist so nervtötend langweilige Scheiße. Für eine halbe Stunde auf Quillac einschlagen ist halt echt nicht so spaßig. Er hätte theoretisch auch zweimal der rote Drache von der Brücke als Kampf sein können. Nein. Zum einen habe ich eingestellt, dass nur Bosse kommen, die auch in der jeweiligen Arena Platz haben. Das heißt, das würde ich schon mal nicht hinhauen. Und zum anderen ist der rote Drache auf der Brücke kein Boss. Der hat keinen Boss-Lebensbalken. Four Kings haben dich gebrochen. Ja, das war halt scheiße. Ich weiß halt immer noch nicht, wie man die Four Kings mit Broken Sword machen soll. Schlagen... Oh Gott. Das sind einfach Gegner, die von irgendwo außerhalb auf einen einschlagen. Oh. Starker Sprung, Siffa. Leider hast du ja nicht ganz so viel Platz, um irgendwas zu machen. Es tut mir jetzt leid für dich. Findest du da so eine Wendelin? Aber was soll ich machen? Kannst du jetzt rüberkommen? Und dann können wir das Ganze unter vier Augen klären. Der humpelt nicht mal. Tja, wer hat den Hund reingelassen? So viel zu Bosse, die genug Platz in der Arena haben. Hey, ich habe das nicht gemacht. Ich habe die Einstellung im Randomizer gemacht. Ich bin nicht schuld, dass er nicht wirklich Platz hatte. Schlüssel und Toten Asyl West. Nee, das haut mir nicht um. Ist hier was drin? Yeah. Uh. Stark. Stark, 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 stark. Ah, nee, die war leer. Da ist aber auch was drin. Ja, schwach. Schwach, 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 schwach. In dem Raum würde ich gerne mal heiraten. Ist für einen Iron Ring normalerweise, oder? Nee. Der Eisenring ist in Sensfestung. Hier findet man die eine Rüstung von der Feuerhüterin, von Anor Londo. Und die andere Truhe ist leer. Tochter des Chaos. Ich glaube, die Kirche wird dich nicht wieder willkommen heißen. Naja. Ich gehe zur Kirche und sage ich, hey, Kirchenfreunde. Ich will wieder Kirchensteuer zahlen. Sagen sie, uh. Willkommen. Sollen wir dich vielleicht noch taufen? Bin mir sicher, die wären, die wären ja ganz froh, wenn ich sagen würde, hey. Weil hier will ich ja nicht hin. Lass uns das mit der Kirchensteuer auch nochmal machen. Bist du bei der Kirche vorliegen oder bist du auch mal ausgetreten? Oder warst du generell überhaupt mal drin? Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, ob du als Heide geboren wurdest. Dann sagen sie, oh, gerne. Aber erst nach einer kleinen Bußenzahlung. Habe ich später im Leben taufen lassen. Also ja, aber ich bereue es wie jeder andere auch. Also bist du nicht ausgetreten? Ich war mal ein Messdiener. Bei mir war es damals in der Grundschule, da war ich auf einem Dorf. Und da war es auch eine große Sache, dass viele von den anderen Kindern Ministranten waren. Sie wurden die Minis genannt. Ich habe den Appeal nie ganz gesehen, weil ich mir dachte, aber warum sollte ich bei der Kirche irgendwas machen wollen? Das ist auch keine spaßige Veranstaltung. Nee, sollte ich aber. Yeah. Das hat für mich auch immer so lame gewirkt. Ja. Ich will jetzt chillen mit Jesus. Chillst aber nur mit dem Pfarrer. Das ist auch unbedingt der Austritt. Die werden keinen Pfennig von mir sehen. Naja. Wenn du noch nicht ausgetreten bist, sehen sie so einige Pfennige von dir. Fangen wir mal damit an. Man wollte nicht mehr die Kirche einfach, weil ich zocken wollte. Ich will kein Messdiener mehr sein. Ich will Paper Mario spielen. So, hier gibt es auf jeden Fall auf dem Weg nach unten einige... Ah, fuck. Wo sind die ganzen Schatztruhen? Der Super Messdiener 2. Boah, habe ich schon gehört, die Remaken Super Messdiener RPG 1. Oh, okay. Falkenschnabe. Ich habe es überlebt. Ich muss auch noch ganz dringend aussehen. Wir sind momentan auch Ausbildungssuchend. Also werden die von mir auch keinen Pfennig sehen. Ja, ich meine, du kannst aber trotzdem... Es geht halt echt schnell auszutreten. Musst halt wirklich nicht viel machen. Ich musste denen meinen Ausweis zeigen und das war es dann halt. Und natürlich 35 Euro zahlen. Oh ja. Schon okay. Es ist... Ich verstehe immer noch nicht, wie es sein konnte, dass fucking Super Noah's Ark 3D einen Steam Release bekam. Wie könnte das überhaupt passieren? Es kostet 35 Euro auszutreten. Ja. Und nimm es bitte passend mit. Ich hatte 40 Euro. Und meinte sie, ja, ist okay, ich kann wechseln. Heute sind schon vor ihnen ein paar Leute ausgetreten. Dann haben wir beide gelacht. Ich glaube, wir haben über den elendigen Zustand der Kirche gelacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht austreten kostet weitaus mehr. Ja. Also ich habe mir sagen lassen, wenn man relativ reguläres... Ich weiß nicht, ob ich durchschnittliche Unterschiede oder was auch immer sagen will. Keine Ahnung. Wenn du 1800 Euro sowas verdienst, dann sollte das so 20 Euro trotzdem pro Monat sein. Wo man als Selbstständiger wesentlich mehr Kirchensteuer zahlt. Das ist eine Sache, die... Bestimmt Sinn ergibt. Ich meine, die Austrittsgebühr, die ist schon effizient, um Leute rein zu hindern rauszugehen. Kann man jetzt auch nichts gegen sagen. Das erfüllt schon seinen Zweck. Das war so gut getimt. Willst du mich verarschen? 45 Euro sind jetzt nicht wirklich viel. Ja, weil jeder Schritt, der es ein bisschen unangenehmer macht, hilft ja auch, damit Leute es nicht machen werden. Wenn du zum Beispiel das einfach... Was soll das denn jetzt? Pfff. Wenn du es zum Beispiel einfach online machen könntest, dann würden auch so viel mehr austreten. Aber wenn du dann extra noch einen Termin machen, hingehen musst, das ist eine Hürde. Und dann kostet es noch 35 Euro. Und dann denkst du dir, äh, gar keine Lust. Das stört es mich wirklich so sehr. Das sind so kleine Hürden, die eine große Wirkung erzielen können. Vor allem, wenn man es auf so viele Leute hochrechnet, wie in der Kirche sind. Muss ich 45 Euro im Monat wegen der Kirche bezahlen. Mir sind die 35 Euro Austrittsgebühr wert. Ich zahle 660 Euro pro Quartal. Also um die 150 pro Monat. Was halt... Ja, nee. Nee, nee. Das muss jetzt nicht. Also hier, ich habe die 35 Euro schnell reingeholt. Wenn sie nicht die 40 Euro hätte wechseln können, hätte ich ihr sogar die 5 Euro noch geschenkt. Ich würde lieber mein Geld verbrennen, als der Kirche so viel zu geben. Oh, ich verschwende viel Geld. Nee, ich verschwende nicht wirklich viel Geld. Ich will mich eigentlich nur aufspielen. Ich... Verhältnismäßig kauf nicht wirklich irgendwas. Ich habe nicht mal ein fucking Auto. Gaming ist keine Verschwendung. Ja, aber auch da kaufe ich nicht so viel. Dadurch, dass ich nie irgendwelche neuen AAA-Spiele kaufe, gebe ich halt auch nicht so viel aus. Verhältnismäßig. Ich kann nicht sagen, jemand, der pro Monat zwei neue AAA-Spiele oder so kauft, der gibt mehr aus als ich. Ah, shit. Ich kann nicht parieren mit dem Schild. Ach, hier einfach generell weiter. Das ist halt gerade ein ganz unangenehmer, belastender Raum. Kein möge YouTube, Mann. Ich meine, ich hau viele Spiele, aber... Ich schaue dann halt immer, dass irgendein Sale oder so ist, weil... Digitale Spiele ist halt auch immer für 60, 70 Euro. Nee, ich weiß nicht. Hin und wieder. Dazu kommt, dass ich generell eigentlich in der Regel lieber Indie-Spiele kaufe, weil ich sie generell einfach interessanter finde. Und Indie-Spiel für 60 Euro ist eine Sache, die man eher nicht sieht. Also diese Full-Game-Mods von Dark Souls 3 gespielt. Äh, was meinst du genau? War ich ja nicht jemals hier unten. Du warst bestimmt irgendwann mal hier unten. Irgendwo, wenn man reingeht, ist das... Ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Da geht die Musik aus, wenn man nach unten schaut. Ah, ich hab keine Ahnung. Wenn du Spiele kaufst, ist das halt oft auch für Content, also faire Ausgabe an dem Punkt. Ja, an sich, streng genommen ja, aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein bisschen... Das ist natürlich auch eine... Der hat keine Hose an. Oh Gott, iiih, was? Oh, jetzt, okay. An sich ist aber natürlich auch ein bisschen, äh... Eine Sache, wo man sich selbst ein bisschen was vormachen kann. Hey, ich kaufe gerade gar keine unnötige Scheiße. Ist doch für Videos. Also ist ja okay, wenn ich das jetzt... Wenn ich dafür viel zu viel Geld jetzt ausgebe. Dann... Kaufe ich mir fucking Resident Evil auf dem DS für 60 Euro, damit ich... Vielleicht mal ein Video machen kann über DS-Spiel ab 18, aber... Dann irgendwie doch nicht. Aber ich werde die DS-Version eh nicht spielen, weil sie eigentlich echt nicht so gut ist. Ich meine... Keine Ahnung, ob es das zwangsweise wert war. Ich hoffe, wir deswegen nie selbst spielen oder fast nie. Inwiefern. Das heißt, du hast so einen Sugar Daddy, der... Der dich versorgt. Oh, und das war Nito. Ich meine, ich kaufe sie eher für den Stream als für mich. Ah, okay. Wollte gerade schon sagen. Er stiehlt. Es gab da diese eine Geschichte bei Fully. Es gab da diese Review. Von Mighty Number Nine. Wo man munkelt. Dass Fully das Spiel eventuell gar nicht gekauft hat. Unerhört. Unerhört. Drachenkopfstein. Ist auch interessant hier unten zu finden. Dark Souls 3 Convergence Mod. Oh ja, das Convergence Mod und sowas wollte ich auch mal reinschauen. Die haben auch neue Bosskämpfe und sowas hinzugefügt, was super cool ist. Fully kauft doch die Mangas für die Streams. Mangas zählen nicht als Videospiele. Das würde dich jetzt schockieren. Aber ich glaube, die zählen nicht als Videospiele. Ich möchte sagen, dass sie weder Spiel noch Video sind. Hallo, Overhaul ist auch eine gute Mod. Ja, ich weiß schon. Dark Souls 3 hat ein paar wilde Mods. Ich sollte mal reinschauen. Ich will, glaube ich, zuerst mal den Dark Souls 3 Randomizer machen. Was mit Card Openings. Ich meine, die kannst du auch absetzen. Kannst du halt alles. Aber da ist natürlich auch wieder die Sache. Nur weil du es von der Scheuer absetzen kannst. Heißt ja nicht, dass du es gratis hast. Du musst ja trotzdem dafür zahlen. Also ist nicht wirklich geschenkt oder so. Ich meine, technisch gesehen ein Teil davon kannst du dann weniger an Steuern zahlen. Aber das Großschwert des Fürsten. Bücher zählen doch. Ich meine, es gibt interaktive Bücher. Bei denen du dann sagst, hey, was willst du machen? Seite 10, um durch die Tür zu gehen. Seite 12, um durch das Fenster zu springen. Und Seite 13, wenn du dich im Keller versteckst. Spart man dann ein, die 19 Prozent? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, es gibt bestimmt viele, viele Variablen, wie man Dinge zurückerstattet bekommen kann. Ich habe keine Ahnung von sowas. Aber, äh, ja, wenn du wenige Einnahmen am Ende des Jahres hast, dann zahlst du einen niedrigeren Steuersatz. Und wenn du mit Ausgaben deine Einnahmen drücken kannst, kannst du im Idealfall dann auf den niedrigeren Steuersatz kommen. Es gibt natürlich noch bestimmt unzählige andere Dinge, aber... Ich möchte sagen, dass ich sowieso nicht wirklich viele Ausgaben habe. Ist das jetzt nicht wirklich zu relevant alles für mich? Also ich habe keine Ahnung. Steuern sind kompliziert. Ah ja, da muss man durch den Baumstamm, äh, hier irgendwo runterspringen. Ja, den haben wir heute, den sehen wir gerade zum ersten Mal. Den haben wir heute noch gar nicht gesehen. Ich hasse die Stelle hier. Kollege sammelt sogar seine ersten Bäume, der setzt alles ab. Ja, das wird zu blöd. Auch das Zeug für Dekme-Rimmel, äh, setze ich in der Regel nicht ab. Was ich machen sollte, wenn ich, wenn ich irgendeine Süßigkeitenbox oder so bestelle, aber... Viele andere Dinge nehme ich einfach dann mit, wenn ich einfach normal einkaufen gehe. Nehme ich ein paar Sachen zusätzlich für die Dekme-Rimmel-Videos mit, wenn ich was koche oder so. Und dementsprechend, äh... Ja, mein Gott. Was setzt du ab? Vieles, was ich halt kaufe für Videos und sowas. Also wenn ich Videospiele kaufe, generell Technik-Dinge. Ich meine, ich kaufe viele Dinge für die Videos. Manchmal komme ich mir aber auch blöd vor bei manchen Dingen. Zum Beispiel mein, äh... Mein schöner, kleiner, äh... Professioneller Röhrenfernseher. Habe ich nicht abgesetzt, weil ich mir dachte, mhm... Ich weiß nicht. Ich glaube, der gehört mehr mir. Äh, Bionicle, absolut. Ich habe die Bionicle zu 100% für das Video gekauft. Stehen seitdem in einer fucking Ecke rum. Kameras etc. Bestimmt. Ich meine, klar, Equipment-Technik. Also wenn wir von Kamera, Mikrofon und sowas reden. Das kaufe ich ja natürlich nicht zu oft. Ist die ganze Sache aus den Süßigkeiten-Boxen, äh, noch nach und nach weg? Nein. Erstens wäre es fürchterlich für mich. Zweitens sind die Sachen offen und halten auch nicht ewig. Und drittens mag ich die meisten Sachen davon schlicht und ergreifend nicht. Dementsprechend ich, ich werde doch nicht... Ich werde mich doch nicht fettfressen mit Zeug, das ich nicht mal leiden kann. Wenn du dein Leben verkürzt, dann willst du wenigstens ein bisschen Spaß damit haben. Süßigkeiten absetzen wäre funny, haha. Nicht wirklich. Ich meine, das ist halt das, worum es in den Videos geht. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt zum Beispiel... Sagen wir mal, man ist jetzt ein Arbeitgeber, der kein kolossales Arschloch ist. Ist natürlich immer relativ. Ähm, und dann sagen wir, du hast, keine Ahnung, Pausenraum für deine Angestellte. Und sagst du, hey, ich will ein netter Kerl sein. Ich werde dir ein bisschen kleines Celebration schmeißen. Einmal pro Woche. Und dann können sie darum streiten, wer das Dime haben will. Und wer das übrige komische, kleine Snickers bekommt, das echt widerlich ist. Und, ja, ich bin mir sicher, dann könntest du auch in dem Fall auch... Ohne Tüte, Herbst & Pickle, Herbst & Pickle Style, äh, Chips. Und dann könntest du doch bestimmt auch das Zeug... Also ich bin mir sicher, das könntest du dann auch absetzen. Wenn es halt als Verpflegung für die Angestellten zählt und sowas. Ich bin mir sicher, es gibt einige Wege, wie man Süßigkeiten absetzen kann. Muss es nur genug wollen. Kriegen wir einen Pausenraum mit Celebrations oder bist du ein kolossales Arschloch? Ist eine gute Frage. Ich beantworte beides mit Ja. Aus Celebrations meine ich, glaube ich, inzwischen die Malteser am meisten. Ich habe mir von Malteser meine ganze Packung gekauft, weil ich die gesehen habe. Und ich muss sagen, dass es nicht darauf aussieht, dass man eine ganze Packung davon hat. Was für ein Zufall, dass du beim zufälligen Run Gold Tracer gefunden hast. Ich habe ihn nicht gefunden, Alter. Petrus hat Gold Tracer für 2000 Seelen verkauft. Das Erste, was ich gemacht habe nach dem Tutorial war, zu Petrus zu gehen, hat der Gold Tracer verkauft. Aber er kauft das mir ja gut. Was soll ich machen? Dime ist am besten. Ja, Dime ist schon auch stark. Ich habe das Gefühl, bei Celebrations, was da ziemlich reinscheißt, sind die Sachen, die man als normale Person kaufen würde. Also wenn wir von Bounty oder Snickers oder so reden. Die in kleiner Form sind einfach nicht gut. Das Schokolade zu Inhalt fällt. Das ist einfach komplett drunter und drüber. Bin ich gar kein Fan von. Hm. Ich weiß nicht, was ich suche eigentlich gerade. Oh, Hexenumhang. Stark. Das ist auch gut. Bounty ist okay. Na, der, der ist, der ist ein zu langer. Nee, nee, nee. Ich will wieder zurück. Easy Black Knight Greatsword. Nee, aber ich habe schon eine viel bessere Waffe als das Greatsword. Ich mache die Milky Way in Celebrations echt gerne, aber ich würde sie niemals so kaufen. Milky Way sind okay. Ich mag Milky Way mehr als Mars. Spielst du es heute, äh, spielst du es heute schon durch? Ich denke, du meinst noch. Äh, ja, klar. Wir fallen doch nicht in den Dark Souls Randomizer an und machen den nicht fertig. Ab Sinn, davon fehlt mir ja nicht mehr viel. Mir fehlen noch zwei Key Items und wir sind generell auf einem guten Weg, würde ich sagen. Vor allem ist auch nicht unerträglich, dadurch, dass ich Race Mode eingestellt habe und deswegen die Key Items an Key Item Locations sind. Oh, äh, Fully? Bist du noch da, Fully? Wie funktioniert dieser Jar, ähm, Randomizer aus Ocarina of Time? Was war da eigentlich genau die Sache? Ist einfach da ein Zeug in fucking random Vasen drin? Den würde ich nämlich, glaube ich, auch mal gerne machen. Also ich hätte jetzt schon fast zwei Kingdom Hearts, zwei Randos durch. Ich fahre auch mal schneller in Dark Souls 1 Randomizern, okay? Hast du den neuen Haribo mit Kuchengeschmack probiert? Nein. Generell ist Haribo, ja, ist okay, aber sind nicht so interessant, habe ich das Gefühl. Knoppers bringt den neuen Riegel mit Joghurt, den probiere ich, äh, der ist, äh, probiere ich, ist bestimmt gut. Die Knoppersriegel sind generell ziemlich stark. Der Mann ist eingerostet. Ja, ich bin, ich habe gegen Manus verloren. Dreimal. Mein Kampf gegen Onsen und Smough war generell ziemlich wild, Alter, pass mal auf. Was glaubst du, wer Onsen und Smough war? Du darfst einmal raten. Es war ziemlich lustig als kleiner Tipp. Und es waren definitiv Boss. Wie zufällig ist denn dieser Run? Ich weiß auch nicht. Gwyn und Sif? Bisschen random, die Kombination. Es waren aber tatsächlich, äh, Smough und Super Smough. Und wenn ich den normalen Smough zuerst gekillt habe, kam Manus. Und als ich dann versucht habe, äh, Super Smough zuerst zu killen, weißt du, zu was er dann wurde? Zum normalen Ornstein. Und ich, ich meine, fucking Doppelsmough und wenn man Super Smough killt, kommt der Ornstein nicht. Das ist einfach nur, das ist einfach fantastisch. Oh ja, und von, äh, Xhazertour, elf Monate, resub. Vielen, vielen lieben Dank. Es sieht als Ratte richtiger aus als als Mensch. Ich weiß nicht, warum ich hier überhaupt durch die Waffen schaue, ehrlich gesagt. Ornstein-Line ist immerhin easy. Ja, der konnte nichts machen. Ach, die Pot-Randos, okay. Fuck, fuck, oh Gott, was ist das hier? Nein, nein! Großer Gott. Fucking zwei Hunde und der, weiß ich nicht, Lisk. Potts sind dann nur so gelb. Kannst halt einstellen, ob die nur auf der Overworld oder auch in Dungeons sein sollen. Wenn du das Item aus dem Pot hast, ist es nur noch ein normaler Pot. Oh, okay. Spielst du Final Fantasy XVI eigentlich privat? Ich habe keine Playstation 5. Curse in Dark Souls 1 ist anders schlimm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder? Richtig, ja. Man verliert die Hälfte seiner Leben und braucht ein spezifisches Item, das wieder zurückzubekommen. So, hier ist, glaube ich, aber nirgendwo eine Kiste. Ah, nee, jetzt, glaube ich, nichts mehr generell. Können wir mal nach unten gehen. Und dann vielleicht Richtung Untiefen. Das ist nicht spaßig. Die sind so unnormal tief. Ist ein fucking Basilisken hier gerade. Können wir mich mal in Ruhe lassen? Müssen Sie hinter jeder dummen Ecke stehen? Meine Güte. Da oben haben wir noch eine Made stehen. Oh, oh. Oh, oh. Ist nicht normal tief, sondern untief. Richtig. Dark Souls 2 musst du ein paar Mal sterben, um nur noch 50% HP zu haben. Ja, aber du kannst die Leichte wieder herstellen. Dark Souls 1 kannst je nachdem, wo du bist, schon sehr, sehr, sehr verzwickt werden. In meinem ersten und in meinem ersten, ersten Dark Souls Run habe ich das sehr schön miterlebt. Ah, fuck, wer will... Oh, nein. Oh, nein, mir fällt gerade wieder auf Capra Demon. Ist absolut grauenhaft im Randomizer. Und im echten Spiel. Aber im Randomizer noch ein bisschen mehr. Dark Souls 1 muss erst den Zauber in Anor Londo finden. Nee, ich meine, es gibt den Stein, womit man sich heilen kann, aber... Gott, diese fucking Übersetzung. Mit dem Zauber aus Anor Londo. Und sie haben es halt auch im Remaster nicht gefixt. Einfach... Ist einfach so, wie es ist. Welche Version war denn der erste Run? Also, mein allererster Run war damals Playstation 3. Und ich hatte es nicht mit dem Internet verbunden. Das heißt, ich hatte auch... Ich hatte nicht den Patch. Version 1.0 von Dark Souls ist ein gutes Stück anders. Und ein gutes Stück anstrengender. Die zwei Hunde werden schlimmer als der Boss. Ich weiß nicht, der Boss kann auch sowas wie Smough werden. Wenn der dann auf einen zuschlittert, ist das auch angenehm. Mit angenehm meine ich unangenehm. Kannst du bitte aufhören? Den fand ich jetzt auch nicht so angenehm. Muss ich leider sagen. Super, Hans, dann wäre okay. Bei dem kann man... Ist das einzige Problem, dass er von einem wegspringen kann. Und das ist eine Sache, die dann nicht passieren kann. Okay. Und das macht man jetzt heutzutage einfach so, die Rüstung von anderen Klauen oder was? Scheint wohl der neueste Schrei zu sein. Schönes Ding. Sehr schönes Ding. Geh weg, du kommst... Passt eh nicht durch die Tür. Fettsack. Pass hier mal durch von euch? Ne? Ist okay. Ist okay. Hey, greif mich nicht an mit der Scheiße. Mächtiger Kerl. Vor allem kann er sich nicht mal wegworpfen. Jo, gut. Der hat halt auch schon mal mehr überlebt. Muss man sagen. Gute zwei Schläge. Ich hatte Red Teerstorn Ring nicht mal aktiv. Wir müssen uns nicht mal die Mühe machen. Wahrscheinlich vorher wäre gegen Pinwheel gestorben. Es gibt keinen Grund, uns sowas vorzustellen. Wir werden also erst mal noch woanders hingehen. Wo ist ein guter Ort, um Schatztruhen zu finden? Die Archive? Die Archive haben einige Schatztruhen. Sehr angemessenes Aussehen für dich. Müll. Wenn man nicht viel zu viel Schaden gegen Pinwheel macht, ist es nicht der leichteste Kampf? Man macht aber immer viel zu viel Schaden gegen ihn. Deswegen ist es der leichteste Kampf. Aussehen von Lila Larsemann. Fünf Gift-Saps. Für Flame... Flame-Sat. Chaos-Beam. Ranzer-Senf. Schenk. 1990. Au. Nurigella und der Mendon. Äh, viel, viel lieben Dank. Viel, viel lieben Dank. Ist Sif schon tot? Äh, ne, ich kann nur... Au. Okay. Äh, ja, äh, Sif ist noch nicht tot. Wir können noch nicht... Wir können noch nicht, äh... Ah, ich kann einfach hochklettern. Ich kann einfach zu Sif hochklettern. Äh, ach komm, die 30.000 Seelen. Mir egal. Sind mir egal, sind mir egal. Nö. Mache ich mir gar nicht erst die Mühe. Ich meine, ich könnte sie holen, aber der Schott hat es offen, also was soll's. Ähm. Ah, Nord-London. Nein, warte, ich muss noch die Lordwessel abgeben. Nein. Nein. Die orle Lordwessel vergessen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn langsam mal die anderen beiden Seelen auftauchen würden. So am Rande. Das Gefühl, ich bin inzwischen schon relativ lange unterwegs. God of Ramped. 35.000 Seelen hinterherrennen, ist schon Kriegenverdiener verhalten. Ist das? Ich glaube, hinter der Tür sterben ein paar Gegner. Ja, das ist ein, äh, ich hole die, die 35.000 Seelen habe ich gleich wieder zurück. Dann mache ich mir keine Sorgen. 11.000 Seelen farmen. Das ist auch eine Sache, die hier ein bisschen nervig finden, dass so viele Leute bei Soul-Spiele immer sehr besessen davon sind, Seelen zu farmen, irgendwelche Tricks dafür zu finden. Sind Level-Ups wirklich so spaßig. Prinzipiell war das für Randomizer-Verhältnisse ein sehr schlechter Seelen-Farming-Spot tatsächlich. Oftmals, wenn man im Lava-Gebiet in Isoliv unten ist, da passiert es dann sehr oft, dass einfach irgendwie Gegner in die Lava fallen und damit sehr große Gegner sterben. Bei Endring haben sehr viele erwähnt, dass man wohl leicht Runen farmen kann und damit eingedeutet, dass ich das vielleicht mal tun sollte. Ja, das ist immer so. Shit. Ich habe ja auch ein paar Tricks, wie man Seelen farmen kann in Dark Souls 1 gezeigt, deswegen war es auch, wenn ich irgendwelche Challenge-Runs oder so mache, waren auch immer welche da und meinten, äh, willst du nicht, willst du nicht bei Seelen farmen? Nee, das ist nicht der Sinn hinter einem Challenge-Run, dass man ein bisschen mogelt. So, hier oben könnte es jetzt interessant werden. Endring fühlt sich mehr level-gated an als Dark Souls 1 bis 3. Absolut, Endring ist fucking dämlich, weil man einfach, um es wirklich durchzuspielen, effektiv Vitalität auf 50 haben muss, damit man bei späteren Bossen auch nur einen Hit überleben kann. So, Leute, die bei No-Hit-Runs Seelen farmen, hä? Aber in welcher Situation und wofür? Vor allem sollte der eigentliche Weg dann nicht sein, dass man bei dem Gegner einfach einen Hit mehr macht. Also, dass man selber einen Schlag mehr braucht. Aber ein Stück weit sollte man auch, äh, offensiv spielen können. Auch wenn natürlich sehr viel auf sehr passives Gameplay hinausläuft. Aber ein Stück weit. Da hätte ich noch ein Key-Item holen können. Shit. Ich glaube, unter der Treppe war eine Truhe. Nee. Keine Truhe. Was sind denn die ganzen Steinwächtern hier gerade? Oh nein. Oh Gott. Ausgerechnet er. Okay, geht wieder. Nee. Hab ich The Witcher auf Netflix geschaut? Nein. Und mich an meine frühe YouTube-Zeit, wo ich mit jemandem zu tun hatte, der RPG-Sits played hat und nach Part 1 immer alles bis Level 99 gelevelt hatte. Warte, für Videos? Ist doch absolut witzlos, hä? Das Ziel des Runs ist es, äh, den Run zu beenden. Dachte, der Hasch? Nee, dafür sind wir schon zu spät dran. Für vier Stunden Spielzeit ist es langsam. Da muss man langsam sagen, dass der Zug für Hasch abgefahren ist. Ja, für Videos hat er am Anfang schon eine komplett fertige Level-Party gehabt und wollte nicht einsehen, dass das das Ganze super langweilig macht. Ja, das ist komisch. Ich mein... Äh, nee, nee, ich verstehe, ich verstehe nichts daran. Jetzt bin ich das gesamte Kampfsystem einfach nur. Und es dauert auch fucking ewig. Oh mein fucking Gott. Ich kann nicht rollen. Diese Stelle. Diese elendige Stelle hier gerade. Wann machst du ein Run in Dark Souls? Ein Augenbinde-Run. Ich finde sowas wie Runs mit Augenbinde super dämlich und uninteressant. Keine Ahnung. Ich finde es dumm. Kann man machen, wenn man seine Zeit verschwenden will, aber... Keine Ahnung. Interessiert sind. Das ist nicht immer auf YouTube gemacht. Ich habe den Run ja nicht gelernt. Es gibt super viele, die machen die halt dann... So einen Speedrun mit so einer Augenbinde oder sowas machen. Also die würde ich dann mit einer Augenbinde das gesamte Spiel lernen und sowas. Und... Ja, nee. Ich habe mit der Augenbinde das Tutorial gemacht. Und ich denke, das war mehr als genug für mich. Oh, die sind gerade so viele nervige Gegner. Es ist unglaublich. In Bloodborne gibt es eine große Blind-Szene. Du meinst, weil jeder Charakter blind ist? Weil sie die wahre Realität der Welt gesehen haben und es zu schlimm war. Okay, das war der Witz. Verstehe. Also wenn man halt nichts sieht, will ich die Reaktion von Chats sehen. Die halt alles sehen. Ich meine, ja, aber in dem Fall, wenn du einen richtigen Run davon machst, ist halt... Der Sinn ist ja, dass du auch weißt, was du machst. Aber ja, nee, ich weiß nicht. Bin ich dum. Auch, äh, was ich gesehen habe, irgendwie gibt es auch so Leute, die Dark Souls runen mit nur einer Hand. Keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz, was der Sinn dahinter ist. Das finde ich eher langweilig zum Zuschauen und sieht halt nichts. Ja. Das ist halt generell relativ langweilig, weil du musst halt alles genau nach Vorgabe machen. Keine Ahnung, wie viele Backup-Stats man da wirklich hat, wenn man irgendwas verkackt hat. Dark Souls mit Lenkrad. Oder Dark Souls mit Tanzmatte oder sowas. Einfach nur ein Controller, der echt nervig ist. So schlimm sind halt Games, wo du nichts hörst, äh, dass du gegen... Dass du nicht... Äh, wo du nicht hörst, dass du gegen eine Band läufst. Das sind die besonders schwierigen. Ja, wahrscheinlich, aber... Dark Souls mit DK-Bongos. Gute Sache ist, dass das nicht wirklich möglich ist, ohne dass man... Weiß, wie man irgendwelche Steuerungen tatsächlich irgendwie einprogrammiert. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt sterben werde, werde ich so sauer sein. War eh noch scheiße. Dark Souls mit Tanzmatte habe ich gemacht. War eigentlich witzig für einen zu schieben. Keine Ahnung. Tanzmatte sind auch immer so... Finde ich jetzt auch nicht so lustig. Gott, für diese Stelle habe ich so viel eingebraucht, als ich sollte. Oh Gott. Der hat es nicht gut überstanden gerade. Da hast du mit einem Videogamepad. Ich brauche ein neues Netzteil für mein Videogamepad. Meins war nämlich... Ich hatte es mit so... Ja, mit so Drähten zum... Kabelbänder-Drähten halt zusammengebunden gehabt. Und das Kabel nicht überall durchhängt. Aber irgendwie... Irgendwas hat daran nicht ganz gestimmt. Und... Also bitte nicht... Bitte nicht verflucht werden. Dankeschön. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall war bei dem Kabel dann da, wo das... Der Kabelbinder war, war dann irgendwie die äußere Schicht weg. Und es war schon überall das ganze... Der Draht war da und das Gummi ist immer weiter weggegangen. Und da dachte ich mir, ja, shit. Aber ich habe keine Lust mehr mit der Scheiße den Kurzschluss zu holen. Und dementsprechend habe ich es weggeworfen. Ich werde mir nochmal ein neues zulegen. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich nämlich, ich habe, ich bereue es euch sagen zu müssen, aber ich habe zum aktuellen Zeitpunkt keinen Zugriff auf mein Video Gamepad. Ich kann mal darüber reden, wie lustig es ist, dass FaceTrader Live seit einer Woche durchschnittlich fast 10k Viewer weniger hat. Seitdem man den Stream Content für Altersgruppen klassifizieren muss, muss man auf Twitch-Stream deshalb nicht mehr in den Wikis Dauer läuft. Ohhhh! Warte mal, 10k Viewer weniger, was heißt, wie viele sind da noch übrig? Ja, wenn wir jetzt sagen würden, dass noch 12.000 übrig sind, dann würde es mir schwer zu glauben fallen, weil wer schaut, FaceTrader Live Stream. Aber wenn jetzt deutlich weniger als 10.000 übrig sind, dann ist das schon ziemlich lustig. Der Axios ist inzwischen übrigens auch ein Spiel bei dem, wo man bei Twitch die Altersverifizierung machen muss. Inwiefern muss man eine Altersgruppe klassifizieren. Wenn du manche Spiele auswählst, dann wird inzwischen der Streamer dann ab 18 gestellt. Der Axios 1 ist inzwischen auch eins davon. Ich verstehe nicht ganz, warum, denn... Ist da Axios irgendwo ab 18 vielleicht? Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Wirkt auf mich jetzt nicht unbedingt, wie ein Spiel es ab 18 ist. Oh Gott, geh mal weg. Oh Gott, das ist gefährliches Schwein. Was mir gefällt, die Situation hier gerade nicht so gut. Es ist doch Boost bei einem Boss vielleicht deshalb, aber KP. Ne, ich denke nicht, dass das ab 18 gebündet, aber keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, dass man sich nicht irgendwie in eine Region hält, sondern es irgendwo unter Umständen ab 18 sein könnte. Finde ich komisch. Aber gut. Ich bin auch nicht ganz sicher, in welcher Hinsicht Dark Souls wirklich ab 18 ist. Aber es ist nicht so, dass es einen Unterschied macht. Es macht es generell einfach echt komisch. Vielleicht werden Streamer dann auch aufhören, ihren dummen Stream ab 18 zu stellen. Nur weil sie sagen, ich sag hin und wieder Kacke. Mein Stream ist nicht für Kinder. Das finde ich sehr komisch. Vor allem, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Es geht halt wirklich bei der Alters, wenn man Twitch Stream ab 18 stellt, es geht wirklich explizit nur um das Spiel. Das heißt, wenn du irgendein Schimpfwort sagst und dann den Stream ab 18 stellst, das hat damit gar nichts zu tun. Deswegen bin ich hier, der Stream ist sehr kinderfreundlich. Dankeschön. Naja, wir haben vorhin über Steuern geredet. Das ist kein kinderfreundlicher Stream. Was glaubt ihr eigentlich, wie sich die Free Jazz Community fühlt? Dass die bekannteste Erwähnung von ihrem Genre einfach nur daraus besteht, dass sich in einer Kinderserie darüber lustig gemacht wurde. Im Sinne von, niemand würde die Scheiße jemals wirklich hören. Ich habe das Gefühl, Leute, Leute hören das nicht gerne. Bestimmt, egal wo man ist, immer ist irgendjemand da und sagt, oh, habt ihr auch Koteletten? Und man denkt sich, das war vor 20 Jahren nicht lustig. Oh, das ist es auch jetzt nicht. Was ist Free Jazz? Ich vermute mal Jazz, indem man improvisiert. Muss immer dieser fucking Typ hier sein. Gott, das ist Jazz. Gott, das ist Jazz. Da haben wir gehört zu der Idee von Jazz, weil generell das weitestgehend Freestyle ist. Wo ist der Typ denn? Den gibt es einmal im gesamten Spiel und das ist im DLC, wenn man auf dem Weg zum Gebiet von Manus ist. Aber hier in dem Randomizer ist er einfach überall und er ist so fucking nervig. Er ist so unfassbar nervig. Kann ich hier rein? Ja. Den habe ich nie gesehen. Nein, du kannst ihn, wenn du das DLC gemacht hast, kannst du eigentlich ihn nicht wirklich übersehen. Du kannst in ihm vorbei rennen, aber er hat einen komplett eigenen Raum. Man kann ihn auch vergessen, aber übersehen? Nicht wirklich. Die DLC Gegner sind an sich okay, nur er speziell ist halt extrem nervig. Aber wo ging man nochmal hier rüber? War das hier? Nee. Das war dann wohl irgendwo weiter oben. Kann auch den DLC ignorieren. Nö, danke. So ist eins, der DLC ist schon in schweren Ordnung. Würde ich einfach mal sagen. Ich würde den DLC nicht einfach ignorieren. Fuck. Wie ging es nochmal? Ich glaube, ich muss von da oben aus dann rüber. Ja. Ja. Komm schon. Was soll das denn? Dann versuchen wir es eben nochmal. War es schon mal im Klaff, Drachen? Nee, ich habe den Schlüssel nicht, um da runter zu gehen. Dankeschön. Oh, das erinnert mich gerade an was ich habe. Es ergibt nicht wirklich Sinn, warum ich daran denke. Aber ich habe gestern einen Twitter-Account gesehen. Der war von so einer Lochis-Fan-Seite von 2013, 2014. Und die Seite war fantastisch. Sie war für ungefähr sechs Tage oder so aktiv, aber die Nutzer der Seite haben sehr viele Tweets gemacht. Oder der Nutzer, je nachdem. Und es war immer so was, keine Ahnung, wie ein Bild von einem von den Lochis. So, ja, ist er nicht cool? Wer ist denn euer Lieblings-Lochie? Und, äh, so ein Großwiff und ganz was der Inhalt war. Und dann gab es noch, äh, hey, was macht ihr? Ich chill gerade nur so. So, folgt mal, please, irgendwas und dann Username. Nicht eher mit einem Add oder so, sondern einfach nur Username von, keine Ahnung, ihm selber oder so. Und, ähm, sie haben den Account dann nicht lange gemacht. Und sie haben dann, sie haben dann beschlossen ihre... Sie haben auch ein paar Bilder gepostet, was so Boomer-Comics waren. Was auch super lustig war. So fucking Boomer-Comics. Ihr wisst genau, was ich meine. Und davon waren auch ein paar. Like für Roman, Kombi für Heiko. Genau sowas. Und, äh, am Ende... Beim Account war es dann so, dass sie im Endeffekt ja wohl keine Lust mehr hatten. Aus irgendwelchen Gründen... Ich mein... Lochis-Fans waren sehr jung. Das hat man auch da sehr gut gesehen, denn der Account hat 500 Follower. Und manche davon haben mit sehr schlechter Rechtschreibung gefragt, wann, äh, die... Wann, äh, sie denn wieder Videos machen. Was, äh, ja. Ja. Interessant war. Und damit meine ich, also wirklich mehr als nur eine Person, es haben ein paar gefragt. Weiß nicht, wie viel später sie den Account gefunden oder nachgefragt haben und so. Aber, wie auch immer. Am Ende haben, äh, sie haben wohl beschlossen, dass das Leben als, äh... Lochifan-Seite nicht unbedingt wirklich das wahre Leben ist. Da haben sie dann noch einen eigenen Account gemacht. Dann auch mit dem richtigen Ad. Und zwar das neue Projekt, das sie in Angriff genommen haben, war die Schulhasser. Denn sie hassen die Schule. Davon, äh, es war auch ein YouTube-Kanal. Und da dachte ich mir, was, äh, was ist dieser YouTube-Kanal? Dass hier vielleicht irgendwelche Comedy-Skits oder so gemacht ist. Ist da noch irgendwas online? Natürlich ist die Sache, wenn Videos von ihnen selber online wären, würde ich es jetzt nicht, würde ich es jetzt nicht anmerken. Ganz offensichtlich. Aber, was sie halt gemacht haben, war von Pharrell Williams, I'm Happy. War irgendwie ein Lied, dass es ihnen sehr angetan hat. Das heißt, das haben sie jetzt zweimal hochgeladen. Unterlegt von irgendwelchen lustigen Bildern, die sie auf dem Handy hatten. Die Schulhasser. Und es waren dann, es waren halt so, es waren auch so miese Boomer-Facebook-Veams teilweise. Es war dann irgendwie, eins fand ich besonders gut. Es war, ähm, Schneemann. Der war halt aus Matsch gemacht, okay? So ein Matsch-Mann quasi. Und dann stand drunter, Sommer 2013, 2014, ich hab ihn miterlebt. Und ich dachte, äh, Winter 2013, 2014, ich hab ihn miterlebt. Und ich dachte mir, Herr, scheinbar hat es damals wenig geschneit, keine Ahnung. Oh, das ist einfach, oh, es ist so... Oh, das ist ein primitives Meme. Und dann waren noch ein paar Screenshots, was einfach von so einer fackten Instagram-Seite waren. Mit, dass es den, äh, Stone-Throw-Killer, dass der immer noch unterwegs ist oder sowas. Was... Ich weiß nicht, ich glaub, hier ist keine Schatzruhe mehr, ich geh jetzt weg. Ich hab keine Lust mehr auf die Gegend. Äh, was, ich mein, ja, okay. Und dann, äh, es waren drei oder vier Screenshots, die einfach von so einer fackten Instagram-Seite waren. Und der mit dem, äh, Killer, der noch unterwegs ist, den... Dieses Bild wurde zweimal reingepostet. Und die zweite Hälfte von dem Video waren einfach nur Minions-Bilder. In der schlechtesten Qualität, die ihr jemals gesehen habt. Und ja... Ja, ich, ich mein... Es war einfach... Es war eine wundervolle Zeitkapsel. Das heißt, wenn ihr mal dreieinhalb Minuten, äh, Zeit übrig habt und eine kleine Zeitreise wagen wollt... Ich kann sehr den Kanal, äh, die Schulhasser oder Schulehasser, kann ich sehr empfehlen. Oh ja, sie haben auch so komische auf dem, äh, Twitter-Account, auf dem Lochis-Twitter-Account... Haben sie auch so komische, äh, ich glaub, Memes gepostet? Das war irgendwie das... Irgendwie... Das Online-Starter-Set oder so, es waren dann irgendwelche... Ach, fuck, ich find den Account leider. Warte, find ich den Account noch? Ich muss... Warte, warte, ich muss kurz schauen. Ich hab nämlich irgendwas davon gepostet. Vielleicht kann ich das zurückverfolgen. Oh, da... Okay, ich hab's. Genau, der Account ist heiko-lochmann-1. Okay. Also. Und da sind halt auch so... Ich mein, es sind Memes, glaub ich, aber es ist sehr verwirrend für mich. Alles auf einen Schlag. Was auf einen Schlag? Hä? Was ist das? Was alles auf einen Schlag? Hä, 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 hä Hä, hä, hä Hä, 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 hä... Hä, 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 hä... Den, den haben sie dann als Avatar für die Schul-Hasser verwendet. Hä, 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 hä... Die Baby, das runter zeigt, Smiles, »Ne Gitarre,«, »Don't Panic!« Ich glaube Majin Buu als Scheißerhaufen. Oder Aralee natürlich. Ying und Yang, Feuer und Wasser. Smiley in Kreis. Facebook. Alles auf einen Schlag, Freunde. Alles auf einen Schlag. Ich denke, es gibt keine weiteren Fragen mehr dazu. Oh Gott. Und sie haben auch ein paar von diesen, von solchen Memes gepostet, die einfach so unfassbar verwirrend sind. Ich glaube, es ist einfach nur Bilder, die sie auf dem Handy hatten, die sie lustig fanden oder so. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Und dann war auch ein Bild, das war auch einfach nur der Avatar von den Lochis. Aber in schwarz-weiß. Und das haben sie scheinbar bei, ähm, haben sie sich dafür extra irgendeine App oder so runtergeladen. Da war dann so, erstellt mit und dann irgendein Bitly-Link. Das ist ein fucking schwarz-weiß-Filter. Wie kannst du dafür eine externe Website brauchen, mit der du einen Twitter-Account verlinkst, was? Wer erstellt diese Websites, mit denen man Bilder schwarz-weiß stellen kann, wo man dann auf Twitter Werbung dafür macht? Geht es um Firmen, die Werbung mit Memes machen? Nein, 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 nein. Es geht um eine Lochis-Fanseite von 2013, 2014. Das ist quasi eine Firma. Ja. Die Lochis war ein sehr starker YouTube-Kanal. Ja, wir sind auf TikTok populär oder so, aber wen wundert's? Wen wundert es? Mich nämlich nicht. Wo waren hier Schatztruhen? Ich freue mich, was so Szenen heute geworden ist. Ich glaube, die haben weiterhin Musik gemacht. Wird sie verhältnismäßig, äh, populär waren. Aber richtige Banger wie Fanta-Cola-Sprite oder von GTA 5 wird mein Leben bestimmt. Leider, ähm, leider haben sie die, glaube ich, nicht mehr wieder gemacht. Die machen doch jetzt Musik, also hauptsächlich. Ja, würde ich von ausgehen. Hero heißen die, meine ich, wegen deren Vorname oder so. Äh. Ich meine, es ist besser als die Lochis. Denn. Pass auf, es gibt, es gibt, es gab so eine Sache damals mit dem Schlecker. Da gab es eine ganz gewisse Sache, die man hinsprayen konnte. Um das Ganze ein bisschen humorvoller zu machen. Zwar konnte sie vor dem Schlecker ein A und ein R sprayen. Und dann bekamst du natürlich den Arschlecker raus. Bei den Lochis gibt es eine ähnliche Sache. Man konnte sie nämlich einfach die Arschlochis nennen. Deswegen, Lochis ist nicht der optimalste Name. Vor allem heißen sie Lochmann. Und nicht Lochi. Das heißt, es wirft noch mehr Fragen auf. Das ist nicht mal ihr richtiger Name. Was soll denn das? Ich will nie vergessen, wie die Lochis damals zu Anfang interviewt wurden und gefragt wurden, wie viel sie verdienen. Diesen YouTube-Nutzer antworten. Und die Antwort war, naja, ich sag mal so, für die neue Xbox hat es gereicht. Ich weiß noch, dass ich auch damals, es war irgendein fucking Interview, es war auch vor Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wann es gewesen ist, 2009, 2010 oder so. Es war irgendwie mit Simon Desu. Und da wurde er gefragt, wie viel er mit YouTube verdient. Natürlich war das eine Sache, wo... Oh, noch mal... Oh, noch eine Seele. War natürlich relativ frühes YouTube-Partner-Programm und sowas. Und da meinte er, ja, 5000 Euro im Monat. Und ich werde schon öfter erkannt, wenn ich rausgehe und so. Und alle in den Kommentaren, als ob man 5000 Euro mit YouTube verdienen kann. Fairweise muss man sagen, wahrscheinlich hat er gelogen. Aber damals war einfach zu der Zeit 5000 Euro mit YouTube einfach unrealistisch hoch. Konnte man sich nicht vorstellen. Existiert Simon Desu eigentlich noch und Alberto? Ich möchte mir verbitten, dass du Alberto mit Simon Desu auf eine Ebene stellst, okay? Ach, du Scheiße. Heute fragt man eher, warum man noch keine 5000 verdient. Ja, Puli, was ist da los? Von YouTube haben die Lochis den Kitty-Contest gewonnen, meine ich. Zumindest mitgemacht haben sie. Ah, shit, die Lochis-Lore. Ich habe von den Lochis so ein Buch, wie man... Das war ein Buch, wie man Videos machen kann. Das war von McDonald's. Und, ja, das habe ich. Dazu muss man fairerweise sagen, die Tipps drinstehen. Sie sind nicht zwangsläufig schlecht. Ganz offensichtlich nicht von ihnen selbst geschrieben, aber ist trotzdem lustig. Und das ist das kleine Sammlerstift von meiner Seite aus. YouTube und Songpowdin kam danach. Songpowdin-YouTube war das Schlimmste. Die ganze Mediakraft-Scheiße von damals. Gott, Mediakraft-YouTube war so eine wilde Zeit. Ich habe irgendein Video in den Vorschlägen gesehen mal. Das war irgendwie... YouTube 2010 oder so war die goldene Zeit, wo ich mir dachte... Also 2012, wo ich mir dachte, willst du mich verarschen? Das war die schlimmste Zeit. Ich meine, ich vermute, der dir das Video gemacht hat, war damals zu jung, um das zu wissen. Aber damals, die ganze Mediakraft-Scheiße war absolut... Das war... Das war fürchterlich. Also ich meine nicht nur die Videos, die natürlich sehr ähnlich wurden und ganz gezielt... Ähm... Ja, mit dem falschen Titel geworben haben und sowas. Sondern auch, was... Die ganze geschäftliche Seite von Mediakraft war komplette... Das war schon ziemlich fucked, was sie gemacht haben. Was ist das? Das war immer so dieser große Skandal und sowas. Und ja... War... War... War eine miese Zeit. Hashtag Freiheit. Hashtag Freiheit war... Das war so eine fucking dämliche Aktion. Er hat einen Vertrag unterschrieben, hat er gesagt... Nö, ich will nicht mehr. Hilfe, Leute. Hashtag Freiheit. Ich will aus meinem Vertrag raus, den ich aus der Habgier unterschrieben habe. Denn ich habe bestimmt noch nie gehört, was... Ich meine, er war noch jünger, er war noch dümmer. Aber keiner kann mir für nur eine Sekunde erzählen, dass er nicht wusste, was für ein schrecklicher Verein Mediakraft ist. Das wusste jeder. Es war der Deal mit dem Teufel. Entschuldigung, der versteht es auch. Es war der Deal mit dem Teufel. Du wusstest, dass wenn du zu Mediakraft gehst, du wirst wahrscheinlich groß werden, aber du wirst deine fucking Seele verkaufen. Jeder wusste es. Und ja, er hat sich dann irgendwann... Ja, nö, ich will meine Seele doch nicht mehr weiterverkaufen. Dann mit der ganzen Freiheit-Nummer. Weil dann dieser weltweite Aufstand war. Alle haben Hashtag Freiheit geschrieben, damit er... Irgendwas aus seinem Mediakraft-Vertrag raus kann. Früher, was... Fucking dämlich ist. Aber, aber er hat Mediakraft zum Einsturz gebracht damit. Und das ist halt natürlich... Der Zweck rechtfertigt die Mittel. Zu 100%. Mediakraft zu Fall zu bringen, war halt einfach... Das war eine sehr große und sehr wichtige Sache für YouTube. Das war sehr, sehr wichtig. Denke ich. Mediakraft hat sehr viele, sehr nicht gute Dinge getan. Kennst du Pong noch? Ja. Die hießen aber Pong, glaube ich. Ja, Mediakraft gab es noch für längere Zeit. Die waren ja... Die waren super irrelevant. Zum Ende hin waren sie ja absolut belanglos. Er war quasi ein Märtyrer. Naja, er hat nicht wirklich irgendwas geopfert damit. Aber ansonsten, ja. Er wollte nur aus seinem Vertrag raus. Da Mediakraft aber so einen schlechten Ruf hat, hat das dann alles irgendwie so... War es ein Selbstläufer. Aber eigentlich wollte er nur aus seinem Vertrag raus. So ein jedes Opfer ist er nicht eingegangen. Vor allem das, was er machen wollte, war ja nicht... Es war ja nicht für andere. Es war ja rein für ihn selbst. Ich war auch der Y-Play, wo sie einen Bildschirm abgefilmt haben. Y-Play, es gab damals diese eine... Oh, schau ich den an. Mächtig. Es gab damals... Ich glaube, es ist nicht mehr online. Es war ein Video damals von den Super Mega Random Nintendo 64 Game. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Bestimmt. 2013, also müsste es gewesen sein, wo ich Diddy Kong Racing, glaube ich, gespielt habe. Da habe ich dann auch über diese ganzen Kanäle geredet, die angefangen haben, Gameplay-Kanäle zu machen. Das wäre ja gar keine authentischen Let's Player gewesen. Im Gegensatz zu mir. Aber ich sage es mal so. Ich sage es mal so. Der alte Mögi. Der alte Mögi hat sie alle überdauert. Au! Können wir bitte aufhören, Diddy Kong... Meine Güte. Es wurde aus White Titty. Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht... Das Gefühl ist, es ist nicht eine zu interessante Geschichte. Es hat halt keine Lust mehr. Wir haben gesagt, ja, wir haben alles rausgeholt. White Titty... Wobei White Titty an sich interessant ist für die Geschichte von YouTube. Denn... White Titty haben im Alleingang, dank der Unterstützung von Mediakraft, dafür gesorgt, dass es... Zumindest in Deutschland, dass Product Placements gekennzeichnet werden müssen. Wusstet ihr das? Sie haben nämlich so Videos gemacht. Das war auf ihrem zweiten Kanal. Wo sie ganz zufälligerweise... Oh, hallo, hier ist das... Hier ist das neue Samsung Galaxy. Ups, ist mir auf den Boden gefallen, aber... Es läuft noch immer. Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ganz zufälligerweise ein Video über das neue Samsung Galaxy und sowas. Und, ähm... Das war natürlich Product Placements. War absolut nicht gekennzeichnet, weil hat niemand damals gemacht. Sie wurden dann verklagt deswegen. Und ja, deswegen... Jedenfalls im deutschen Bereich werden, äh... Muss man deswegen seine Product Placements kennzeichnen. Weil Media ebenfalls eine Sache, die Mediakraft in einem ganz großen Ziel gemacht hat, die nicht gekennzeichneten Product Placements. Falls ihr, äh... Ein kleines Beispiel wollt, was sie Schönes gemacht haben. Und da wisst ihr, was das Beste ist bei, äh... White Titty. Das letzte Video auf ihrem Kanal, das sie gemacht haben. Ich weiß, ein Lied, war es ein Comedy-Skid. Ich weiß nicht mehr eins von beiden. Auf jeden Fall war da auch eine Sache, wo sie ein bisschen... Bisschen, äh... Ein paar Seiten, die wir an der YouTube und die YouTube-Community generell rausgegeben haben. Wo sie auch da ein bisschen, äh... Sich drüber Lust gemacht haben. Ich mach hier alle ständig so viel Werbung und so. Ich mir dachte, wollt ihr mich verarschen? Habt ihr vergessen? Was wegen eurer Werbung passiert ist, wofür ihr gesorgt habt. Weil ihr den Hals nicht vollgekriegt habt. Oh mein fucking Gott. Ist okay, erinnert sich eh keiner mehr dran. Unglaublich. Ich dachte, das kam von denen der Beauty-Youtuber mit dem Kennzeichnen. Kann sein, dass er dazu beigetragen hat, aber... Ich meine, dass White Titty, äh... Der Hauptgrund dafür war. Ich weiß nur, dass Phil Laude sehr viele Alman-Jokes macht mittlerweile. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Aber er hat das für lange Zeit gemacht. War ein bisschen anstrengend. Boah, mach ich das Gefühl, dass er einfach nur, äh... Ein Stück weit Moneyboy nachgemacht hat. Ist nur, dass er nicht so lustig wie Moneyboy und deswegen ist es ein bisschen peinlich. Aber es hat für Facebook gereicht. Das heißt, das ist immer eine ganz coole Sache. Aber ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob er das heutzutage noch macht. Es kann nicht sein, und die darauf basiert, Almania heißt die... Oh nein. Oh nein. Ah. Ich bin ja immer... Ich bin ja nicht der größte Fan von irgendwelchen Klischees. Vor allem, wenn wir dann über Deutschland reden. In Deutschland sind alle so... Keine Ahnung. Unlustig, nervig, gönnen nichts und was auch immer alles, aber... Ja, jetzt fühlt das mit Almania, ähm... Das haben wir uns eingebrockt. Das haben wir uns wohl eingebrockt irgendwie. Wer verhindert, dass ich das Spawnfire verwenden kann? Ich weiß nicht, ich werde hier eh nie wieder runtergehen. Dena ist irgendwie Rennfahrer oder so geworden. Kann ich bestätigen, ich bin deutsch und gönne nichts. Ne, aber ernsthaft, wenn Leute immer mit ihren fucking, äh... Ganzen, oh, Leute, solche sind dies und das vor Ort, dann kommst du immer... Kannst du einfach die Schnauze halten? Ich meine, sicher gibt es gewisse, wenn wir von... Gewissen, äh... Sorgfältigkeit und was auch immer reden. Ja, ja, gibt es gewissen Trends in Deutschland, aber ansonsten ist halt... Guck mal, die Schnauze? Ich hab nicht von... Ich hab nicht vor, irgendwie von dir jetzt mich, äh... Runtermachen zu lassen, weil du das Gefühl hast, dass du allgemein nur einen Trend in Deutschland erkannt hast. Wo sie dann fucking Sachen erklären, wo ich mir denke, das ist überall so. Du, ich weiß, du bist... Du hast... Du bist scheinbar nicht so gut mit Englisch und denkst deswegen, dass das nur in Deutschland so ist, aber... Das ist überall so. Vor allem auch bei YouTube dann immer, oh, ja, in Deutschland, die Leute gönnen nichts. Das ist halt auch so ein Schwachsinn, Gott. Irgendwelche fucking Sellouts im englischen Bereich sagen alle, oh, wow, super, hier, ganz toll gemacht, ganz toll. Oder was, was ist der Gedankengang? Gott. Das ist eine dumme Argumentation. Genau das denkt die Leute. Ich weiß. Also ich seh das so oft auch irgendwie, äh, äh, bei, äh, auf Twitter und so. So ich mir denke, hä? Das ist auch viel schlimmer da drüben. Das ist bei Deutschland eher ein bisschen entspannter, weil man nicht ganz so das auf dem Schirm hat. Äh. Ich find das ein bisschen, äh, belastend, würd ich einfach nur sagen. Aber ja, trotzdem, die, äh, die Phil Laude Show, die, die hätten wir, die hätten wir nicht zulassen sollen. Hm, hier kann ich nicht gut durch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich gönne den Leuten ihre Vorurteile. Die Schnauze halten. Da wird die Schweiz so viel schlimmer. Ich hab das Gefühl, die Schweiz ist, äh, die Schweiz kommt immer gut bei allen Diskussionen weg. Außer, außer, Leute, äh, stellen wieder fest, dass sie, dass sie aus der Schweiz echt lustig reden. Und damit auch alles wieder ganz belastend. Äh. Nein! Alles gut, soweit. Ich hab's überstanden. Oh, yeah. Ab in den nächsten Level. Oder was hat Diddle immer gesagt? Ach komm schon, es fehlt noch eine. Fairerweise muss man sagen, dass, äh, Schweizer Dialekt natürlich gewisse Worte hat, die sehr, äh, sehr humorvoll klingen. Österreich auch? Wenn sie zu einer fucking Einkaufstüte oder sowas einfach Sackerl sagen, hat er auch gewisse lustige, äh, ich glaub, Treppe ist Steige. Ich mein, in manchen Teilen von Österreich. Kannst natürlich auch nicht das Ganze verallgemeinern. Aber, ja, weil ans Zückerli kommst du natürlich nicht ran. Stiege. Verzeihung. Stiege. Was mich immer noch irritiert, glücklicherweise konnte niemand bestätigen, dass er es so nennt, war aus dem, äh, Wikipedia-Artikel mit dem Adventskalender. Äh, mit dem Adventskalender, dass, äh, man in Österreich oder man in manchen Teilen davon, Adventkalender sagt. Es denkt einfach noch so, als würde er einfach, als würde man ein bisschen lispen oder so, vielleicht, Adventkalender. Es scheint nicht zu verbreitet zu sein. Ich fand Fotzen im Bayerisch-Stimmel befremdlich. Ja, das ist fucking seltsam. Bayerisch hat auch sehr unterhaltene Worte. Jo. Ich mein, halt jeder Dialekt. Meiste Dialekt in der Schweiz sind nicht so extrem, da ist Bayerisch oft schlimmer. Nö, 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 nö. Was schau ich den da oben an? Oh, oh. Was ist hier überhaupt ein Item? Ist hier überhaupt eine Kiste, was ich hier gerade mache? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich verschwende hier gerade meine Zeit. Also wenn ich manche Dinger... Fuck. Wenn ich manchmal, keine Ahnung, wie du so jemanden so richtig Schwitzerdeutsch reden höre, oftmals kann ich das halt... Schwitzerdeutsch natürlich, ganz wichtig. Dass man das Schwitzen betont. Ja, das kann ich oftmals halt dann auch wirklich nicht verstehen. Ich meine, jeder Dialekt kann relativ stark sein. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von dem Pfälzischen von Walter Frosch reden. Was ich letztes Video hatte. Da gab es halt auch ein paar Stellen, wenn er halt wirklich dann losredet, wo ich mir denke, was? 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 Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe nicht, wovon du redest. Mein Teil mit dem Ziel retten habe ich verstanden. Au. Das ist dumme Bohnen. Bleib stehen. Dankeschön. Was ist das für ein Rochen? Äh, den findet man im Wald, wenn man den Baum kaputt schlägt. Also, die gibt es auch nicht oft. Die findet man nicht oft in dem Spiel. So, hier runter. Oh Gott. Seid ihr euch, der Weg hier runter, da bin ich eingerostet. Wir Saarländer haben Trottwahr. Da ist der Bürgersteig. Der Trottwahr. Trottwahr ist stark. Fuck, da wäre noch so eine Wand gewesen, wo ich durch kann. Ich weiß nicht, ob das der Hinweis-Key-Item-Location zählt. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen... Ich habe welche verpasst. Kannst du ein Dialekt sprechen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Au. Hör doch auf. Au. Hör auf jetzt. Ihr merkt, dass Twitter down ist. Danke, Mask hat ja nicht abgegeben. Ich würde das wahrscheinlich down wegen... Wegen, wegen, wegen... Wegen der Lochis-Seite. Zu viele Leute wollten das für sich selbst herausfinden. Au. Oh. Der Schmerz. Ich heile mich mal, okay? Ist okay, wir müssen noch nicht. Seele-Krieger. Aber hier sind gar keine Bone-Wheels. Pff. Ich bin ja richtig entspannt hier. Ah. Ist überhaupt nicht entspannt hier. Ich dachte, das wäre entspannt. Ich finde es gar nicht entspannt. Was soll denn das? Ah. Bei mir in der Gegend gab es das Essen Tote Oma. Ich hasse es. In den meisten Gegenden gibt es Tote Omas. Ich habe nicht nur Platz zum Weglaufen. Oh. Oh. Und jetzt tauchen hier andere Pinwheels auf. Eventuell habe ich hier ein Problem. Aber immerhin hat er mit seiner Aura-Scheibe die Pinwheels gekillt. Was ganz nett ist. Okay. Puh. Der Herr Pinwheel will noch ein paar weitere Skelette unter seinen Mantel gesteckt. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich überlege gerade. Will ich überhaupt. Will ich hier überhaupt weitermachen? Ich glaube, ich gehe woanders hin. Würdet ihr mir glauben, dass ich eigentlich gar keine Lust hier drauf habe? Auf dieses Gebiet hier gerade. Würdet ihr mir das glauben? Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es denn viel lang geht. Hier runter? Ich glaube, ja. Ich kann auf das Gebiet keine Lust haben. Ich meine... Ich glaube, ich habe eine Laterne. Shit. Ich denke, ich werde nach Neulondo gehen. Denn in Neulondo gibt es auch noch ein paar Dinge zu holen. Gegner und Items sind random. Äh, größtenteils die Key-Items sind an Key-Item-Locations. Das heißt, sowas wie wenn ich einen Boss gesägt habe oder so, dann bekomme ich ein Key-Item. Oder wollen wir den Wald machen? Äh, da kann ich mir nicht hinwurpen. Ich würde den Wald und der Sith machen. Das wäre eigentlich angenehmer. Machen wir das. Sagst du euch dazu, dass Futurama fortgesetzt wird? Habe ich mitbekommen. Ich wollte schauen, ob vielleicht was aus Futurama eine Option wäre. Dann habe ich gesehen, dass irgendwie es fortgesetzt werden soll. Ich dachte mir, oh, okay. Ähm. Ich weiß nicht ganz. Ich habe das Gefühl, die Filme, die kamen. Ich habe das Gefühl, dass die nicht zu... Ich meine, einer wäre nett gewesen, aber dass irgendwie drei oder vier von denen waren. Das war irgendwie sehr Overkill, auch von den Inhalten her und sowas. Deswegen... Ich finde es gut, wenn sie es einfach wie die reguläre Serie weitermachen werden. Also mit den einfach normalen 20 Minuten Folgen. Aber... Ich weiß nicht. Ganz, ganz, ganz Gefühl nach den Filmen. Warte, was gehe ich eigentlich gerade für einen Weg? Doch, das richtige Weg. Ich habe das Gefühl, nach den Filmen weiß ich nicht. Futurama wird schon wieder fortgesetzt. Ja, es wird ständig. Irgendwann wird es immer abgesetzt und wieder fortgesetzt. Irgendwann passiert es immer. Awesome Big Chungus. Zehn Monate. Resub von Zasch. Achtzehn Monate. Was mir gerade einfällt, wo wir gerade beim Thema sind. Was, glaube ich, vielleicht auch ein ganz nettes Was wurde eigentlich aus Thema wäre. Ich habe nicht gesehen, dass es 2021 eingestellt wurde. Das gute alte... Und letzte Nachricht ist auch, danke, Mad. Das gute alte Mad-Magazin. Das gute alte Mad-Magazin. Hauptsächlich, weil ich mir dann die dumme Ausgabe mit dem Pipi-Clo-Joke gesichtet habe. Ich habe gelernt, dass es bei dem Mad-Magazin auch ein Reboot gab. Dreck am Ball Z. Ganz recht. Das Mad-Magazin war scheinbar nicht dermaßen dumme Scheiß, bevor es rebooted wurde. Das Mad-Magazin gibt es Ersatz, die Willi. Aber Willi die auch. Hey. Fucking Controller. Wo habe ich Batterien? Oh ja, ich habe super viele gekauft für das eine Video. Für das Neo-Geo-Pocket-Video, weil ich da super viele gebraucht habe. Das ist ja. Ich bin Number 12, maje. Ich habe sehr viele gebraucht. Ich habe ein paar Dinger, wenn ich da trafen, würde ich es in die Dinger aufweisen. Über die Dinger oder so, wenn ich das habe, partnerships habe, wenn ich da um die Dinger aufdekоД halfven, faire schnappe nicht mehr auf so einen Ventil, weil ich da gerne eine Dinger aufdek Erenung war. Ich habe die Koffe in die Dinger. Ich habe diese Dinger unter den Dinger. Ich habe mich übernommen. Und ich habe es hier von mir vorgestellt. Ich habe viele Dinger. Ich habe es hier die Dinger. Willi, war doch dieser willige Schnaps mit der Birne in der Flasche. Fucking Willi. Es war eine Sache bei meiner Familie, väterlicherseits. Da war es immer die Sache, dass sie... Es war schon fast ein Ritual. Dass sie immer dann ihren fucking Willi getrunken haben nach dem Essen oder so. Oh, Schädelaterne. Wichtig. Wichtig. Der Snicklink-Typ, der hat jetzt eine Zeitschrift. Ich habe keine Ahnung, wer der Snicklink-Typ ist. Klar, es ist das einzige wahre Schinkenjäger. Heger. Heißt der Heger oder Jäger? Ich kenne den nämlich nur aus einer Spiegel-Ausgabe aus den 50ern. Und da wurde alles in der Werbung speziell mit altdeutscher Schrift geschrieben. Soll ich sagen, soll ich langsam aber sicher... Wäre ich, glaube ich, in diesem Run bereit... ...die letzte Seele zu erhalten. So ganz langsam würde ich mich bereit fühlen. Wenn du noch gar nichts dagegen hast, das Spiel. Mad-TV habe ich nie gesehen. Ich wünsche dir übrigens wirklich sehr, dass es... Vielleicht sollte ich auf Twitter oder so mal fragen, ob jemand was hat. Ich hätte super gerne mal Aufnahmen von fucking Jamba-TV. Es gab ja einen Jamba-Fernsehsender. Aber man findet halt nichts, außer irgendwie, ich glaube, ein 5-Minuten-Clip auf YouTube oder so. Was nicht schwer zu glauben ist, gemessen daran, dass es fucking Jamba-TV war. Und wer würde es freiwillig aufzeichnen? Und dann Jahre später sich denken, Mann, Jamba-TV war so toll. Das würde ich gerne mit den Leuten teilen. Schon beim alten Drachen gewesen? Ja, unten war ich schon. Ein bisschen was von Jamba-TV würde ich schon gerne sehen. Weiß nicht nur deren Werbung. Nein, nein, die hatten einen Sender. Beziehungsweise, die hatten da auch irgendwie ein paar Formate, die liefen. Aber ich denke hauptsächlich natürlich die Werbung, weil... Ja, also... Ergibt sich aus dem Kontext. Wir haben eine ganze Sammlung und Feuersaufnahmen von Jamba. Ich meine, wer nicht? Wer nicht? Das waren auf jeden Fall bestimmt sehr interessante Sendungen. Ja, auf Yvon-TV liegt viel Jamba-Werbung. Ich glaube, die haben da auch Musikcharts laufen gehabt. Ja, ja, genau. Ich meine, ergibt Sinn auch so weit, weil... Wenn die Leute einen Lied hören, können sie sagen... Oh, dafür würde ich gerne einen Klingelton haben. Ich bin übrigens immer noch sehr enttäuscht von dem Crazy Frog. Wo der eine Typ, der hauptsächlich die Musik und so gemacht hat, im einen fucking Interview in der Doku von vor zehn Jahren dann geheult hat, wie schrecklich Jamba war, wie sie die Leute abgezockt haben und sowas, dass er das eigentlich gar nicht wollte mit der Musik. Und dann Jahre später hat er einen fucking Crazy Frog-NFT-Drop gemacht. Aber es war der Moment, wo ich wusste, dass die Sache mit Crazy Frog und mir vorbei ist. Das war so eine lächerliche Nummer. Ich meine, sie haben die ganze Kollektion dann nicht gelauncht, weil es so viel Backlash gab. Ob die Leute vom internen Team es echt scheiße fanden, aber... Nee, komm. Crazy Frog-Comeback wäre lustig gewesen, aber... Sie haben es versaut. Sie haben es versaut. Sie haben es einfach ruiniert. Sie haben uns die Sache genommen. Schnuffel kam letztes Jahr kurz in den Hype. Warum fucking Schnuffel? Was ist passiert? Gibt es ein neues Schnuffel-Lied? Es ist wieder mit dem Wendler. Wahrscheinlich würde man es heutzutage ja nicht mehr machen. Fuck. Mir gloot, aber nicht ganz das, was ich suche. Was ist Schnuffel? Ein 3D-animierter Hase, der singt. Üblicherweise geht es darum, dass er dich lieb hat. TikTok halt. Oh. Oh, okay. Irgendwie, alle Dinge, die schon mal da waren, kommen durch TikTok irgendwann wieder in den Trend. Werden populärer, als sie jemals davor waren. Das ist fucking seltsam. Das war mit dem Wendler auf TikTok, hat das Ding einen eigenen Tanz. Oh Gott. TikTok-Tänz ist... Oh nein. Oh nein. So unangenehm. Alles daran ist so unangenehm. Also ich glaube, im Wald gibt es uns gar keine... Ne, Moment, in der... Ne, es gibt noch die Eintetruhe. In so einem Teich. Willst du jetzt auch abhauen, wie alle Frauen in meinem Leben? Ah. Was zum Fick ist hier los? Warum ist der hinten Gwyn? Du wüst... Ah. Ich wollte frech sein, weil ich sage, du willst es wohl einfach nicht lernen, alter Mann. Dann hat er sich auf einmal bewegt und ich dachte mir, oh fuck, der geift mich gleich an. Hä, warum war er da? Warum war er da? Ich meine, in der Cutscene wird auch nicht wirklich ein zweites Model benötigt, von einem anderen Boss oder so. Ich hätte, glaube ich, auch sonst noch nie einen zweiten Boss gesehen. Ich weiß nicht, warum Gwyn gerade da war. Wollen wir uns ja eh nach einem Schlag gestorben. War ein bisschen komisch. So, wo ist denn der Teich, den ich suche? Da vorn. Er stand sehr bedrohlich da. Au, hör auf. Müll. Müll, 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 Müll. Nee. Denke ich. Dann wiederum. Es könnte vielleicht sogar sein, denn als wir in der Gwynolin-Arena gegen ihn gekämpft haben, da hat Sif nicht gehumpelt. Nicht, dass ich das sehen wollte. Wäre ein Kloser. Er ist auf jeden Fall nicht gehumpelt. Neu-London könnte halt auch eine echte Qual werden. Er war das Schwert. Oh ja, wahrscheinlich. Huh. Warum auch immer das Schwert als Boss zählt. Und nach einem Schlag kaputt geht. Außer im Direxysoul. 62 Monate. Re-Sub. Bibi lieben Dank. Ah, fuck. Weil wir vorhin über TikTok geredet haben. Ich habe... Das war eine Sache, die hat der Fahne mir mal gezeigt. So, es gibt so eine Familie auf TikTok und deren ganzen Konzept ist es, dass sie... jeden Tag den gleichen fucking Joke machen. Sie essen irgendwie was, dann sagen sie, oh, wir sind die Familie irgendwas und hier essen wir was. Hier, die Mama isst es, lecker, lecker. Der Vater isst es, lecker, lecker. Dann ist der kleine Sohn, da sagt die Tochter immer, oh, mein kleiner Schatz, sein Gesicht ist aber zensiert. Er sagt dann irgendwas anderes. Das ist halt immer die gleiche fucking Formel. Und es gab eine Stelle. Es gab ein Video. Es gab ein Video, da war auch der, oder generell ist manchmal der Freund von der Tochter dabei. Und, ähm... Sie hat auch wieder ihre Routine gemacht. Ich esse dies, das ist lecker, lecker, keine Ahnung. Und, ähm... Da war es er dann... Was ist das? Was er in der Gemeinde... Er hat ja gesagt, oh, und zum Nachtisch esse ich dann... Oder vernasche ich, äh, sie. Und dann haben sie sich einen sehr innigen Zungenkuss gegeben. Und ich, ja, ich, ja, ich habe noch nicht viele Dinge in meinem Leben gesehen, die dafür gesorgt haben, dass ich so sehr zusammenzucke. Es war... Ich war nicht darauf vorbereitet. Es war... Es war so fucking seltsam. Waren wir irgendwie auch noch ein kleines Kind mit dabei war? Ich, 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 ich weiß nicht. Aber es war... Ja... Keine Ahnung. Sie machen irgendwie immer den gleichen Joke. Und das ist das ja ein Ding. Ich mache nicht mal so viele Views mehr damit, aber... Ich mache einfach immer weiter. Naja, das war, das war so fucking seltsam. Trefft euch bitte nicht zu einem Kannibalen-Treffen. Das ist gar nicht so lecker, lecker, lecker. Wo wir heute wären, wenn TikTok einfach musical.ly geblieben wäre, ähm... Ich denke nicht, dass irgendwas geändert hätte. Das Gefühl, dass online einfach immer ganz ein großes Bedürfnis nach kurzförmigen, äh... Schmutz-Content gibt aus irgendwelchen Gründen. Ist einfach ganz tief, äh... Verankert im Internet. Wisst ihr, was es auch noch gab? Ich weiß nicht mehr, wie die Website hieß. Aber es war irgendwie... Ich glaube, es war hauptsächlich auch nur in Deutschland in Sache. Ich glaube, es war irgendwas mit R oder sowas. Ähm, auf jeden Fall. Es war irgendwie immer nur... Du hast dich durch GIFs quasi geklickt und da war dann irgendwie Musik dabei. Es war immer nur fucking laut. Es waren auch nur so kurze GIFs mit Musikloops und sowas. War es irgendwie RZ0R oder so? Das war eine Sache. Ein GIF quasi. Genau, Z0RZOR. Das war eine fucking seltsame Seite. Es war nicht nur laut equals funny. Es war auch sehr viel... Sehr schnelles Blinken. Das war auch ein großer Teil des Humors. Sehr, sehr, sehr schnelles Blinken. Es war eine komische Seite. Ich glaube, inzwischen müsste die down sein wegen Flash und sowas. Aber es war eine Sache. Ich weiß nicht, ob jemand die Sache vermisst, aber es war auf jeden Fall eine Sache. So viel Goldharz hier. Die Epileptiker haben sich bestimmt gefreut. Ich meine, es müssten schon auch noch fotosensitive Epileptiker sein, aber... Sollte wahrscheinlich nicht grundlos sehr schnelles Blinken einbauen. Das ist gar nicht mehr so cool. Wanderfläche wurden durch Goldharz ersetzt. Oh, ja. Oh, ja. Ah, der da oben hat auch einen Schlüssel. Ich glaube, ich werde dir mal ein paar Gegner kennen, bevor das auf dem Rückweg ein absolutes fucking Elend wird. Au, hör doch auf! Du hör auf! Du hör auf! So, der Typ, der hier oben ist, ich werde ihn einfach umbringen, denn ich habe keine Zeit für ihn. Feuerhüterseele ist okay, aber nicht ganz so nach wie ich suche. Hübsche Feuerhüterin. Die meisten sind nicht hübsch. Das ganze Konzept ist, dass sie für die ganze Humanity, die sie in sich aufnehmen, sehr stark leiden. Ein bisschen verstümmelt werden und sowas. Ich meine, Dark Souls 3 hat das Ganze auch ein bisschen Red Count, muss man zugeben. Ich habe das Gefühl, die verbrannten Feuerhüterinnen, die verkaufen einfach nicht so viel Actionfiguren. Oh Gott. Hör auf. Außer von Eugen, Dude. Er ist 16 Monate. Resub, wir lieben Dank. Klingt heiß. Ja, ein bisschen. Hat er keine Random Items? Ich habe Random Items. Äh, okay. Hallo. Wo kam der auf einmal her, hä? Plötzlich steht der fucking Riese neben einem. So, ich habe das Gefühl, hier unten unterwegs zu sein, ist in dem Randomizer angenehmer. denn im eigentlichen Spiel sind hier... Naja, es hätte besser laufen können. Im eigentlichen Spiel sind hier immer diese, ähm, Dark Raids, die sehr anstrengend sind. Das Gift war schuld. Außer von Coldwall. Neun Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Instant Karma. Ich denke trotzdem, dass es angenehmer wird. Das fühle ich förmlich. Aber ernsthaft, ich hätte nichts dagegen, endlich mal die fucking letzte Seele zu finden. Ich wäre sowieso schon ein super langer Randomizer, aber jetzt gib mir doch die olle letzte Seele. Oh ja, und ich habe eingestellt, dass die Gegner ein bisschen T-Posen. Ist natürlich sehr wichtig. Keine Seele für möglich. Ich meine, ich habe viele Seelen, aber die sind nicht groß genug. So Müllseelen. Okay, wichtige Frage. Die Seele. Wo liegt sie eurer Meinung nach? Im Herzen? Vielleicht sogar im Bauch? Keine Ahnung, vielleicht seid ihr ja verfressen. Scheiße oder so. Oder im Kopf? Wo würdet ihr die Seele vermuten? Ich für meinen Teil. War nicht mein Leben lang. Ich dachte, ja, wenn er die Seele, wenn er ist, ist es eine Herzsituation. Inzwischen muss ich sagen, nee, aber ich glaube, ich glaube, man könnte wohl darüber verlieren, dass das Gehirn die Seele ist. Bauchspeicheldrüse. Oh, Nase. Shit. Nee, der Milz ist halt einfach nur Schwachsinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, und da unten läuft es gerade auch nicht so gut, muss ich sagen. Das dumme Kristalltyp. Was zog der auf einmal auf? In der Leber beim Bier. Verzordat Online Staffel 3 ist sie im Gehirn. Dann wiederum, die Staffel war nicht so gut. Ansonsten würde ich das gelten lassen. Wenn die Staffel nicht so gut war, dann weiß ich nicht, ob das wirklich eine vertrauenswürdige Informationsquelle ist. Im Anus, sonst würde die Scheiße-Fresser-Lore keinen Sinn ergeben. Das stimmt, das stimmt. Aber das ist erst ein Eldenring, so. Der Prostata? Nee, 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 nee. Nee, das gefällt mir auch nicht. Nee, 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 nee. Eure Antworten sind nicht zufriedenstellend. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein bisschen. Ich sollte mich irgendwann mal in die Welt der Grill-YouTube-Kanäle stürzen, glaube ich. Es gibt nämlich viele davon. Und die machen absolut fucking seltsamen Content. Man sieht mal allein Fundrails davon, man denkt sich, wie, wie kannst du... Ja, ich habe das Gefühl, bei manchen, wenn man sieht, was sie für Zeug zubereiten, auf den Grill werfen, stelle ich mir die Frage, sollte man, sollte man die Familie vielleicht da rausholen? Ich habe ein bisschen, ich habe den Lebenslauf von dem einen oder anderen und Werdegang von einem oder anderen Massenmörder im Nachhinein so gesehen, okay? Ich will nur sagen, es gibt eine gewisse Überschneidung von Leuten, die ein paar Perversionen mit Fleisch nachgehen und Leuten, die im Nachhinein ihre Familie ermorden. Will ich einfach nur sagen. Ich will einfach nur sagen, es gibt einige Grill-Kanäle, die Dinge zubereiten, wo ich mir denke, hm, was würde wohl ein Massenmörder machen? Nutzen sie auch den guten Bortsner-Senf? Weiß ich nicht, es gibt viele, bestimmt verschiedene. Aber Grill-YouTube ist eine wilde Welt. Kriegst du auch mal einen Krokodil am Spieß? Big Mac Auflauf mit Bacon ist gleich nächster Ted Bundy. Nein, 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 das ist kaum lost. Du weißt, was ich meine. Manchmal gibt es wirklich Dinge, wo man sich denkt, das ist... Was für Fick ist das? Das ist ein bisschen... Ich glaube, ich finde das ein bisschen grausam, was ich hier gerade sehe. Oh, der ganze Sintente ist dann... Oh ja, sieht das nicht lecker aus. Nein, das ist... Was? Was ist los mit dir? Pass auf, ich habe dieses Buch von Hans-Karl Adam, das Buch, das erste Buch, in dem das Toast Hawaii vorgestellt wurde. Und da gibt es auch ein Rezept darin, das ist direkt auf der gegenüberliegenden Seite von dem Toast Hawaii, auch bekannt als das Toast für den, der keinen Hunger hat. Und das ist... Shit, was war der genau im Begriff? Das war irgendwas mit einem zarten Rinderkopf oder so. Kalbkopf. Kalbkopf ist auf jeden Fall einfach nur, ähm... Kalbkopf, wo man dann Zeug rauslöffelt und sowas. Das ist auch so eine Sache, wo man sich denkt, hm, klingt ein bisschen komisch. Ich meine, da gibt es Sinn, dass man das in den 50ern gemacht hat. Zu guter Kalbskopf. Ich weiß, wenn du Sachen verwertest, ja, aber ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, auf die man zu stolz sein sollte. Außer von Barthadon, zwei Monate, resub, wie lieben Dank. Tortick, 26 Monate. Ich erinnere mich, wie ich die angemerkt habe, auch dafür, wie lieben Dank. Ich denke nach einem neuen Video, ne, ich will echt... Weiß nicht, ich wüsste nicht mal genau, wie ich den herbekomme. Die Seele des Vaters. Ich fühle, dass ich so kurz davor bin, die letzte Seele zu bekommen. Aber es fehlt doch das kleine gewisse Erdnis. Eigentlich positiv, dass das gesamte Tier verwertet wird. An sich, ja, ja. Ja. Aber trotzdem, ein lebendes Tier zu essen, das einem, beziehungsweise ein totes Tier zu essen, das er mit seinen toten, leblosen Augen anschaut, ist auch immer. Weiß nicht. Irgendwas ist daran dann doch ein bisschen komisch. Irgendwas daran angeschaut zu werden, wenn man es ist. Und musst du als erstes rauslöffeln, bringt es uns Pech. äh, 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 okay. ist es Moonlight Butterfly? Das ist einer von den Four Kings. Ich bin so verwirrt. Ähm, das war auf jeden Fall Steve. Oh, oh, au, 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 oh mein Gott, das sind so viele Kristalle, wollte mich verarschen. Ja, äh, die HP waren, ich, ich, ich habe, ich habe absolut keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. In Deutschland sollte man keinen ganzen Kopf mehr bekommen seit der Maul- und der Clown-Seuche. Vorher gab es auch noch, äh, Bregenwurst. Das war Wurst mit Rinder-Gehirn-Anteil. Das wurde dann verboten. Oh, okay. Interessant. BSE oder nicht? Äh, ja, BSE war das Rinder-Gehirn auch. Keine Ahnung, ob es das gleiche ist. Oh Gott, habt ihr euch mal mit BSE schlau gemacht? Das ist fucking beängstigend. Das ist fucking beängstigend. Es ist einfach dein Gehirn langsam zerfressen wird. Leute dann für Wochen einfach isoliert sind und nach und nach den Hang zur Realität verlieren. sich alles immer weiter unwahrer und seltsamer anfühlt und sowas. Aber niemand kann was machen und es ist fucking beängstigend. Bekannt von mir haben mir so einen Typ geschickt, der sein eigenes Grillmagazin hat mit seinem Opti-Grill. Der Typ ist einfach durch und durch wahnsinnig. Sie haben einen Typ im Grillmagazin vorbeigeschickt, damit der für dich was grillt oder was? Äh, warte, wo ich... Ach, komm, machen wir fucking los. Ein Stück weit zumindest. Ja, BSE befällt eigentlich nur Rinder. Eigentlich. Aber noch besser, als wenn das Tier noch lebt, wenn du es isst, so wie es in Asien, äh, teilweise bei Oktopus gemacht wird. Ja, ja. Müsste ich auch nicht unbedingt haben, aber prinzipiell ist natürlich, äh, ein lebendiges Tier essen die natürlichste Sache der Welt. auch wenn wir Menschen das gerne nicht, äh, nicht gerne darüber nachdenken. Ich meine, fairerweise muss man sagen, wir sind auch nicht unbedingt darauf ausgestattet, dass wir mit einem Biss, äh, 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 einem lebenden Tier die Halsschlagader durchtrennen können. Das heißt, wir sind nicht unbedingt darauf ausge... Wir sind das überhaupt nicht. Und so, wir sind gar nicht darauf ausgelegt, irgendwie lebendige Tiere zu essen. Sprich für dich. Black Story ist hier in 50 Jahren. In China ist der Mann ein Fledermaus. Kurz auf ist die Welt im Lockdown. Du glaubst also die Fledermaus-Geschichte? Okay. Glaubt irgendjemand noch die Fledermaus-Geschichte? Ich finde es immer so komisch, dass die Fledermaus-Geschichte wirklich sich durchgesetzt hat. Ich meine, bei manchen Leuten. Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich es noch sind. Aber ist ja echt verrückt, dass in einem der zwei Orte auf der Welt, wo Coronaviren untersucht wurden, dass da eine Fledermaus gegessen wurde. Upsi. Und dann für ein Jahr lang durfte man keine Untersuchungen machen. Muss wohl an der Fledermaus liegen. Oh, oh. Der hält nicht mehr viel aus. Nein, ich denke nicht, dass in Covid irgendwas geplant war. Wenn wir auch immer irgendwas dann geplant haben, das war fucking dämlich. Aber ich habe das Gefühl, es war in der Tat ein Versehen. Ja, ja, klar kommen Covid-Viren und sowas von Fledermaus-Tieren und sowas, aber Nein, die Tatsache, dass sie halt für ein fucking Jahr lang keine nicht zugelassen haben, dass man den ganzen Ort untersucht, ist halt... Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht. Ist halt... Wir empfangen jetzt nicht so viele Szenarien ein, warum man das nicht zulassen würde. Was auch eine Sache war, shit, Ebola kam auch von Fledermäusen tatsächlich. Aber es ist einfach so ein Fledermaus-Stamm in irgendeinem Baumstamm. Und ja, ich habe sie gesagt, yeah, seid ihr eigentlich von Ebola? Er ist nicht ziemlich stark. Gerade Corona und ich habe dieses beschissene OG-Symptom, dass ich nichts schmecken kann. Hätte nur gedacht, dass es... Hätte nicht, dass es so schlimm sein kann, nichts zu schmecken. Oh Gott, ja. Vor allem soll es ja für Monate anhalten. Das war eine Sache, die mir auch relativ Angst gemacht hat. Ich meine, man verliert natürlich ganz klar ein gutes Stück an Lebensstandard für Monate, wenn es schlecht läuft. Aber in meinem Fall wäre auch noch die Sache gewesen, denn dann hätte ich Deknirimi ja nicht wirklich weitermachen können in der Zeit. Ich meine, viel hätte ich ja nicht machen können, wenn ich nichts schmecken kann. Ich kann natürlich Wort darüber verlieren, dass mein Geschmacksinn generell sehr eigenartig ist. Das kann ich akzeptieren. Aber das wäre mies gewesen für mich. Ich kann mir vorstellen, für Leute in der Gastronomie noch viel mehr. Flairmäuse sind auch die einzigen Tiere, die in Europa noch Tollwut verbreiten. Auch wirklich? Flairmäuse verbreiten Tollwut? Das wusste ich nicht. Riechen kann ich auch nichts. Ich meine, nichts riechen zu können ist jetzt. Ich denke, das kann üblicherweise ein Geschenk sein. Bei mir ist es aus irgendwelchen Gründen eine Sache, dass öfter mal ein Scheißetanker hier vorbeifährt. Und ich weiß nicht genau, warum hier in der Straße die ganze Zeit Scheiße rausgepumpt werden muss. Aber es passiert sehr oft. Und ich würde mir wünschen, es würde nicht so oft passieren, okay? Au! Nice. Was den Nachbarn da reinscheißt. Ich meine, ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich habe ich den. Au! Aber ja, das ist nicht direkt die Fäkalnot, mit der man rechnen würde, aber zuerst dachte ich mir, das ist ein sehr strenger Geruch. Das ist nicht sehr schön. Und dann dachte ich mir, was ist denn das für ein LKW? Wir haben nicht gesehen, was draufstehen. Und dann dachte ich mir, au! Au! Okay. Ich verstehe. Und es war nicht Weißwein. Ich hatte tatsächlich einen Adcon-Lehrer, der hereinschießt, der in der ersten Stunde auch den Simpsons-Sketch erklärt. Oh Gott. Ich meine, muss man? Hm. Das könnte Scheißwein sein. Das war eine Sache in Österreich, dass sie gewisse Hersteller von irgendeinem Weißwein, dass sie Frostschutzmittel reingemacht haben. Weil der aus irgendwelchen Gründen zur richtigen Geschmacksnote geholfen hat. Und das war eine Sache. Der wird einem schön warm ums Herz. Oh, der erwärmt aber zweifach. Handaxt. Der ist ja also im Winter ist der äh Kannst du den der gefriert nicht so schnell ein. Kannst du schön auf den Campingausflug keine Ahnung was das für ein winterlicher Campingausflug ist mitnehmen. Das wärmste Jäschchen ist das Konjäschchen hab ich so lange nicht mehr gehört. Äh Kein guter Gegner um kurz in den Chat zu schauen. Beziehungsweise äh By the way Weißwein meinst du wohl die Uhudler? Ich hab keine Ahnung. Was hat's eigentlich damit auf sich dass Leute irgendwie sauer sind auf den Spruch zu Vino sag ich Nino? Scheint Sagen wir es jetzt zum vierten Mal jetzt hier zu Wohl Leute die das auf irgendwelchen fucking Dating Plattformen und so als Beschreibung nehmen was ich mein okay dumm ist aber da seh ich auf Twitter und tweet wo sich jemand drüber auf ich denke was ist diese Welt ich wünsch das wäre mein Problem dass Leute zu oft sagen zum Video sage ich Nino aber ich will nicht andere Probleme haben ich bin sehr lustig boah das T-Shirt mit dem Motiv ne ich mag Wein nicht bzw ich will nicht sagen dass ich Wein nicht mag aber ich habe noch nie einen Wein gesehen der mir beim Umzug geholfen hat okay des weiteren ähm ja keine Ahnung ich habe noch nie einen Wein getrunken der mir wirklich geschmeckt hat ist da unten irgendwas ne ne da wollen wir gar nicht runter auch der gute Glühwein Glühwein ist kein Wein Glühwein ist mehr ein Cocktail der erwärmt wurde ist da überhaupt Wein drin ich meine zum Teil wahrscheinlich aber Glühwein ist doch nicht mal zwangsweise überhaupt Wein drin was was mit was mit Brandwein so ne warte hier ist auch nichts mehr weiter hm der heißt doch Glühwein 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 ist eigentlich näher dran am ursprünglichen Wein als heute gewöhnliche Weine okay ich meine Glühwein ist okay denke ich ich mache nie welchen oder so aber ich mag den Gedanken daran dass ich es machen würde er hat nämlich ganz gerne mal eine sehr angenehme säuerliche Note und der brennt gleich zweimal ne warte das klingt nach durchfall das gar kein gutes zeichen au mh mh ach du scheiße ist so viel los hier aber ich habe noch eine Menge Seelen Upsi ah nein ich gehe jetzt ich gehe nicht mehr ist okay was mit dem Wildschwein das ist auch ein guter Wildschwein Katakomben der Giganten wo war hier sonst noch ein Key Item ich glaube hier war sonst keins mehr oder oh der Schwarzritter der Schwarzritter war noch da so sollt gewesen sein ja ich habe ein Wildschwein nur mit meinen Zähnen erlegt das ist so fucking stark so hat es Obelix auch mal gemacht wo waren die Arme in der Zeit die waren damit beschäftigt die Steuererklärung zu machen denn erst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen Drachentöter Fall das ist nicht ganz was ich wollte ich glaube hier gibt es uns nicht wirklich Schatztruhen oh Gott ich habe noch keine Ahnung wo die ganze Scheiße hier noch liegt absolut kein Fan von dem Gebiet ja ich meine ich denke so geht es den meisten Leuten wir sehen nur ein Trun sein nein es gibt gewisse ich werde gleich mal nach schauen ich habe gewisse Key Item Locations also sowas wie zum Beispiel wenn man eine Glut irgendwo findet die Kisten zählen auch oder wenn man den Boss bekämpft hat ansonsten können die Key Items überall sein und das ist ein bisschen belastend wenn man einfach alles abklappern muss dementsprechend ist es so schon ein angenehmes Problem ist aber ich weiß nicht zu 100% was jetzt gerade noch okay zählt so wen haben wir denn statt unserem alten Nito oh okay den schaffe ich schaffe ich trotzdem hey hör auf hör auf es war ein bisschen knapp es war ein bisschen knapp gerade ne 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 Nitos alles in Ordnung der sieht aus wie immer kann was ich noch leveln soll in dem Punkt wo kann ich noch hin kann ich inzwischen in die Katakomben runter nicht Katakomben sondern wie heißt der Schlüssel jemand von Capra bekommt damit man in die Untiefen runter kann weiß das gerade spontan jemand Kellerschlüssel öffnet den schmalen Durchgang die unter der großen Brücke ne das nicht Untiefen Schlüssel Schlüssel zur Kanalkammer in den Tiefen Kanalkammer Schlüssel ist glaube ich aber auch nicht ich gehe einfach rüber und schaue nach ich gehe einfach mal rüber und schaue ob ich ihn habe ich denke das ist der richtige Weg aktuell denn ich weiß sowieso gerade ansonsten nicht wo ich noch hingehen könnte es sind nicht mehr so viele Wege offen ich sage es schon auch ein bisschen unglücklich dass ich einfach die vierte Seele gerade nicht finde kann nicht so viele Möglichkeiten geben das ich dahinter nicht ich muss davor es gibt nicht mehr so viel muss noch irgendwo auftauchen irgendwann mal wie 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 gesagt ich glaube der schlüssel nicht habe dieser kanalschlüssel das nicht der richtige die kannst also seit sechs stunden die ganze zeit nicht in der leiste angezeigt wird keine ahnung Wo kann ich denn hin Ich meine, ich kann den Weg zum DLC, ich kann nicht ins DLC, ich habe das Teil dafür nicht, aber der Weg zum DLC ist natürlich, wäre noch ein Key-Item. Ziegendermon-Boss-Klatsch, den habe ich doch schon lange gemacht. Ja, gehen wir da einfach hin. Und zwar werde ich mal den Golem killen, in dem er Dusk drin ist. Vielleicht zählt Dusk auch als Key-Item? Und dann kann ich natürlich in die Archive nochmal und in einen Golem killen und dafür noch ein Item bekommen. Painted World kann ich jedenfalls nicht. Dafür brauche ich dir eine Puppe, um reinzukommen. Deswegen ist das Problem, ich habe aktuell nicht mehr zu viele Gebiete, die noch offen sind. Welcher Boss des Darks soll sein? Das war der, womit du die meisten Probleme hattest. Wahrscheinlich wohin. Great Hollow war ich auch schon unten. Also in dem Run war es Menace hier, mit dem ich ja meist Probleme hatte. Also, ich habe schon gemacht. Ja, so weit wie ich es machen kann. Ich meine, ich könnte über den Weg über Quilax' Schwester noch Bed of Chaos machen. Auch ohne den Ring zu haben. Das heißt, das wäre auch noch eine Option. Ich habe auch genug Humanities, um das zu machen. Wahrscheinlich werde ich das dann danach machen, wenn das hier jetzt auch zu nichts führt. Ist das der große Fire-Stream, bei dem die Unabhängigkeit Kanadas zelebriert wird? Ja. Wir legen sehr viel Wert auf ein unabhängiges Kanada. Ich könnte von Blytown aus auch nach oben gehen, aber nee, 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 nee. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das im Seed nicht vorhergesehen ist. Beziehungsweise der Logik von dem Randomizer. Und auch wenn, ist das eine Sache mit einer der letzten Sachen, die ich machen würde. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Golem nicht hier? Das ist ein Ersatz für den Golem. Okay. Stark. Wie Gegenstand. Ach, da hinten ist sie. Schickes Outfit. Krieg ich ein Item? Nein! Also, ich quitte mal raus, weil ich glaube, dann liegt ihre Rüstung hier. Nee, hab ich mir eingebildet. Alles gut. Brauchen wir eh nicht. Ihr seht kein Key-Item. Oh, das beliebt so dermaßen. Ihr habt keine Ahnung. Äh, Anor Londo. Gott! Also langsam, aber sicher. Stellt sich nicht mehr so viele Möglichkeiten offen. Das größte Problem ist, eventuell könnte es darauf hinauslaufen, dass ich irgendwas übersehen habe. Und das würde ich mir nicht wünschen. Das fände ich überhaupt nicht gut. Ich beliebe auch, und zwar in das unabhängige Kanada. Ja, das ist das Leben. Softlock Randomizer? Nee, nee, wir haben noch Optionen offen. Wir haben noch nicht alles abgegrast. Ich meine, unter anderem da, wo ich gerade hingehe, ist noch was. Stellt, was wollte ich danach versuchen? Ah ja, danach könnte ich noch Bed of Chaos machen. Auch ohne durch die Lava zu gehen, müssten... Oh ja, sind auch noch ein, zwei Truhen auf dem Weg zu Bed of Chaos. Ja, wahrscheinlich müssen wir nach Lost Isaac zu Bed of Chaos. Außer von Karunium. Zwölf Monate, ein Jahr. Resub, wie wir lieben Dank. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Wobei ich auch nicht wirklich glaube, dass das der Weg sein kann, weil... Auch da könnte man sich softlocken, wenn man sie umbringt. Und damit man das Covenant nicht mehr nehmen kann. Also, ich habe keine Ahnung. Oh nein. Warte, die Armbrust... Ruben in den Archiven... Ist die in der Schatzruhe? Ist die fucking Armbrust in der Schatzruhe? Ja. Ah, fuck. Ey, wir werden gleich nachschauen. Es gibt eh einen Warpunkt darüber. Dann ist die natürlich noch eine große Option, die man nicht vergessen sollte. Wir können gleich nachschauen. Zaubereistille. Das war nicht das, was ich sehen wollte. Oben bei... Oben bei... Oben bei... Wo... Wo Zeave war. Jetzt, wo er tot ist. Da ist auch was. Oben bei Zeave ist doch jetzt eine Schatztruhe für mich. Still doch mich. Naja, ich weiß nicht. Meine Milch schmeckt sehr sauer. Och, komm schon. Geh du mir mal nicht auf die Nerven jetzt. Aber ja, von der Dreh der Treppe runterspringen, dass das wird... Das wird auch eine Erfahrung. Au. Dankeschön, Fahrstuhl. Nein! Geh weg! Geh weg! Oh mein fucking Gott! Ich hab grad den Fahrstuhl hochgefahren. Hast du schon mal von deiner Milch probiert? Äh... Geht dich nichts an und Milch kann sauer werden? Ist ja wohl nichts Ungewöhnliches. Nicolano, 15 Monate. Re's up. Wie viel lieben Dank. Suspekt. Wieso hast du noch nie Milch probiert oder was? War zu lange im Lager? Richtig. Ich find das jetzt auch nicht ungewöhnlich. Fand sich, hier bin ich zusammen und klasse mit Rainbow Dash. Was ist jetzt mich für ein Rainbow Dash Trash Fan? Ich bin, äh... Dingens, äh... Fuck! Au! Ich bin natürlich voll und ganz Twilight Sparkle Fan. Natürlich. Nein, nein. Wirklich. Das wüsstet ihr auch, wenn ihr mal den Blog hin und wieder lesen würdet. Das macht hier nichts. Oh mein Gott, dieser... Dieser dumme Typ! Dein Blog ist kostenpflichtig. Ja, dagegen hab ich auch nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, dass ihn keiner liest. Der bleibt draußen. Der Typ ist auf meiner Brony Convention nicht mehr erwünscht. Alter, die Schatzruhe hier oben, die vergisst man so leicht. Vergisst man so leicht. Deswegen sag ich, dass hier die letzte... Äh, Lord Vessel... Nicht Lord Vessel, sondern die letzte Seele drin ist. Letzte Hüterseele. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was soll ich jetzt mit dem fucking Artorias-Wappen an dem Punkt, willst du mich verarschen? Ne, ich glaub dafür hab ich keine Verwendung. Mies. Aber ist okay. Wahrscheinlichkeit, das wird demnächst das Richtige bekommen. Steigt exponentiell an. Oh, jetzt der Brownie-Convention. Ich sollte vielleicht mal versuchen, Brownies zu machen. Denn das sind, das sind 1A-Kuchen. Oder Gebäck. Kann man... Hier ist sie das Kuchen. Erzähl mir doch nichts. Ähm... Tochter des Chaos. Der alte Mügi wäre vor fünfeinhalb Stunden fertig gewesen. Ja, ja, ja. Können wir sich hier abgeben? 30, glaub ich. Okay. Ist ein bisschen komisch ausrechnend, bei so einem jetzt den Eid zu leisten. Aber... Was soll man machen? Also wenn Boss bekämpft, der Stadt, äh... Centipede Demon da ist. Ne, ich... Für den muss ich... Effektiv über... Wenn ich nicht über Lava laufen kann, ist das ja ein fucking Elend. Aber ich könnte seinen Schweif abschneiden. Um dafür noch ein Key-Item rauszubekommen. Sie wissen, was machen wir? Ich habe den Fahrstuhl nicht aktiviert, oder? Ach, sehr schön. Er ist aktiviert. Hat der Bruder dich nicht jedem noch auf den Fahrstuhl erschlagen? Nein, er sieht nur so aus. Das ist jemand anders. Gut, er hat Zeit, dass man noch 30 Mal den Eid vertiefen muss. Das war so eine dumme Scheiße. Das war so dumm. Das war sein Cousin. Ja, aber der kann ja... Der kann ja nichts dafür. Du kannst ja nichts, äh... Für die Taten deiner... Nicht ganz so nahen Verwandtschaft. Warte, ich kann ja gar keinen Tail-Cut machen. Bei Sentai Pete Demon. Vielleicht wird er einfach in der Lava verbrennen. Er wird wahrscheinlich einfach in der Lava verbrennen. Vielleicht kriege ich dann... Direkt zwei Key-Items oder so. Ich hätte ja schon früher reingehen sollen. Hallo! Ja, bis zum nächsten Mal. War nett, dass wir drüber geredet haben. Wie es aussieht, haben wir noch, äh... Wir haben ja noch ein bisschen Spielzeit vor uns. Gehen wir also ins DLC. Ich glaube, da werde ich mir gleich noch mal was zum Trinken holen. Und vielleicht... Vielleicht... Werde ich sogar so weit gehen, mir noch einen Keks zu holen. Ich habe Leibniz-Vollkornkekse mit Schokolade. Danke der Nachfrage. Äh, Sif haben wir schon gemacht. Also wir haben jetzt wirklich, abgesehen von dem DLC, effektiv alles gemacht. Bed of Chaos ist noch eine Option. Aber ich weiß halt nicht, wie Bed of Chaos wirklich in der Logik sich wiederfindet. Tunkst du die auch in Milch? Nee. Ich habe das Gefühl, diese ganze Kekse in Milch-Tunken-Situation ist einfach nur... Es ist ja einfach wieder nur Schabernack, den man im... Äh, den man im Fernsehen gesehen hat. Aber wirklich... Ich weiß nicht. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass es mich wirklich überzeugt hat. Ist zu anstrengend. Ich meine, das Problem ist, es passiert dann super schnell, dass von dem Keks einfach die Hälfte abbricht. Und dann in der fucking Milch landet. Fangen wir mal damit an. Und dann geschmacklich. Die Milch trägt nicht wirklich viel dazu bei. Er ist natürlich sehr viel schwächer vom Geschmack her als der Keks. Und du verlierst die Knusprigkeit des Kekses. Ein Keks ist wieder Monatsanfang. Er twitt hier seinen Millionen rausgehauen. Äh, heute ist in der Tat Monatsanfang. Er twitt schaut die Millionen immer gegen den 20. raus. Sollst du den Keks auch nur rein dippen und nicht tauchen? Sicher, wie meinst du? Oh ja, weil ich gerade zu Maschi lese. Es gab auch bei, bei die Schulhasser, bei dem Perel Williams, ähm, Lied. Da gab es auch ein Bild. Das war, glaube ich, das erste, das im Video vorkam. Das war eine Katze, die quasi einem Hund, der eine Ohrfeil gibt, sieht so aus. Und dann stand der Text, äh, nenn mich nie wieder Muschi. Ich denke, das war ziemlich lustig. Das ist einfach nur ein gutes Video, okay? Ich kann mir da doch auch nicht helfen. Ich wusste, du liest das so, deswegen hast du es auch geschrieben. Ja, gut, ich gehe kurz was zum Trinken holen. Ist das die normale Manesshand, oder? Nee, das ist die normale Manesshand. Langweilig. Aber ich gehe auch noch aufs Klo, übrigens. Das ist gar nicht mehr so gut, wie ich dachte. So, wer wird uns denn hier noch alles erwarten? Außer von Gwar, 1999, frischer Sub, wie wir lieben Dank. Du schon wieder. Oh, sehr schön. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Warum ist das so laut? Ja, das ist, äh... Das war aggressiv, der ist immer laut. Ich denke, es geht damit einher, dass er blind ist. Weil er deswegen auch mehr auf Geräusche haben kann. Meinungen zu gesalzenen Crackern, wie zum Beispiel Tuck. Ich denke, die sind ziemlich stark. Ich hatte gewisse Phasen, wo ich immer wieder mal eine Packung Tuck gekauft habe, eine kleine. Ich denke, die besten Tuck-Sorten sind Paprika und Käse. Oh, ja. Normale Tuckse dagegen sind die langweiligste Scheiße, die es überhaupt gibt. Er hat Angst, dass wir ihn sonst übersieht, wenn er zu leise ist. Ja. Lüge und das weißt du? Nee, normale Tuckse sind halt echt nicht so gut. Ich meine, du kannst die Scheiße nicht reinschlemmen, aber... Keine Ahnung, du kannst auch irgendwas zu dir nehmen, das nicht scheiße ist. Dem Cola Zero Addict kann man es auch nicht recht machen. Ich erinnere dir nichts daran. Pombeer-Ketchup hätte ich heute auch fast gekauft. Dann habe ich mich für die Kekse entschieden. Ich muss sagen, ich wünsche, ich hätte mich für die Ketchup-Pombeeren entschieden. Ja, Brotchips gibt es auch sehr starke Sorte. Das Problem ist nur, ich habe die nie ganz im Blick. Weil sie natürlich nicht im Chips-Regal sind, sondern im Brot-Regal. Das heißt, üblicherweise übersehe ich die immer. Wenn ich beim Brot-Regal bin, dann bin ich noch nicht bereit, um mir Gedanken über einen Snack zu machen. Also bitte. Ich bin da, um Brot zu kaufen. War hier auch eine Schatztruhe? Ja, hier ist eine blaue Scholle, glaube ich, im Original. Da ist sie. Bleib mal ganz entspannt jetzt. Help me. Ah! Brotchips sind bei dir im Edeka bei den, äh, bei Crackern? Ne, bei mir nicht. Die Cracker sind bei mir bei den Chips und Brotchips sind bei... Brot. Brotchips kannst du eh besser machen. Ich habe noch nie in meinem Leben Brotchips gemacht. Was ist denn eine Unterstellung? Schlechtste Süßigkeit, Erfrischungsstäbchen. Ja, Erfrischungsstäbchen sind ziemlich mies. Ich könnte ziemlich gut ohne Erfrischungsstäbchen leben. Ja, Erfrischungsstäbchen ist auch, äh, ein bisschen Shit. Hier war einfach nur so ein, äh, Titanit-Lizard. Gelee-Bananen sind die schlechte Süßigkeit. Ja, Gelee-Bananen sind... Ja, hm. Ja, hm. Ja, die sind schon... Die sind schon nicht gut. Die sind schon echt nicht gut. Pass auf. Ich habe übrigens eine Vermutung, wo sich unsere letzte Seele befinden wird. Und zwar befindet sie sich in der Arena von Calamide. Fick, wo kommst du überhaupt her? Grund dafür ist... Wir haben nämlich den Schlüssel bekommen, um... Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Wappenschlüssel. Wir haben den Schlüssel, um, äh, den Bogenschütz zu befreien. Den haben wir doch nicht ohne Grund. So sehen wir uns also wieder. Diesmal, äh, ohne Verstärkung hier. Ganz alleine. Großer Fehler. Großer, also wirklich großer Fehler. Das war... Das war keine gute Idee von dir. Okay, und das war's. Toreas hat... Er hat ein paar zu viele Menschen gefressen. Ja, wir gehen direkt runter zu Calamide. Morscherie will mehr sein, als sie wirklich sind. Ja, Morscherie ist halt auch wieder das ganze Problem mit diesen... Mit Weinbrand-Süßigkeiten. Ich finde die halt super schlimm. Auch diese... Was war das? Fruchtträume oder sowas? Edle Tropfen. Edle Tropfen hieß die Scheiße. Wie ich mir denke, das könnten so gute Pralinen sein. Einfach so... Bisschen Vollmilchschokolade. Bisschen Haselnuss. Vielleicht bisschen Nougat in der Mitte. Das könnte so gut sein. Und dann ist einfach nur dieses fucking... Widerliche fucking Likör des gesamten Schokogeschmacks ruiniert. Ja, Giotto ist ganz in Ordnung. Ich mochte Giotto mal sehr, aber die Zeit sind vorbei. Oh. Hallo. Ziemlich gemütlich heute. Wie mir scheint. 98% der Menschen hassen Morscherie und 2% lieben sie. Dazwischen gibt's glaube ich nichts. Nee. Ich denke, wir können bei Morscherie bestimmt auf mindestens 40% mögen sie gehen. Ach, ich muss erst einmal runter. Ich muss erst einmal runter zu Kerlamide. Aber warte, den kann ich doch auch so einfach besiegen. Ich muss doch gar nicht den... Ach, fuck. Kerlamide ist ja nicht wirklich Kerlamide hier. Ich kann ihn einfach so killen. So ein paar Kasali-Rumkugeln reinpfeifen. Das ist nicht gut. Wobei Rumkugeln ja ganz nett ist. Aber nicht in meinem Laden. Ich habe hier solche widerlichen Eierlikör-Eier seit Ostern liegen. Die werde ich nie los. Eierlikör ist auch... Gott. Ich meine, damals... Meine Mutter mochte immer Eierlikör. Keine Ahnung, auf Eis oder so eine Scheiße. Und da dachte ich mir mal, oh ja, Eierlikör sieht aus wie so ein bisschen... Das wäre jetzt keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Vanille oder sowas. Irgendwie in der Richtung. Und dann habe ich irgendwann mal... Viele, 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 viele Jahre später... Der Eierlikör probierte ich... Da dachte ich mir, warum schmecke ich scheiße nach Eiern? Ich meine... Ich weiß nicht ganz, was ich sonst erwartet habe, aber... Warum will ich... Ich will doch kein Getränk, das nach Eiern schmeckt. Hä? Was soll das denn? Ich will doch nicht Eier trinken. Hot-Tag von mir. Ich mag auch die Zuckerarmbänder oder Halsketten. Das ist kein Hot-Tag. Niemand mag die Geschmack, ey. Oh, fuck. Ist hier wirklich ein Kerl damit? Was ist da los? Nö, hör doch auf. Ja, das Kerl damit. Erstmal das Eigelb ausschnümpfen. Ich meine... Es gab natürlich die gute... Prärie-Euster nach Rezept von Clemens Wilmenrod. Und die war... Ja, das war ein dummes Rezept. Und dann ölen wir ein Glas Glas, damit das Eigelb auch richtig hinausflutscht. Was für Glasölen. Das Öl hält doch gar nicht am Glas. Das fließt doch runter. Was für eine dumme Idee. Außer, dass einem vielleicht das Glas aus der Hand glitscht. Mächtig. Mächtig. Er hätte lieber mal das Glas mit Butter eingefettet. Ja, so ist eine Richtung. Das ist ein langer Kerl. Und jetzt steht er erst auf. Der wächst ja noch. Ich bin da nicht Schokolade schnitt. Ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so. Das ist eine gute Idee. Ich bin da nicht so. Ist eh nur der Asylum Demon. Oh, da hätte ich nichts dagegen. Die Kollegin hat mal selbstgemachte Eilikör mitgebracht. Hat eigentlich nur nach Zuckerei geschmeckt, aber machte betrunken. Außerdem vorne ist Silphid. 38 Monate. Wie lieben, dein Gott. Der Mund ist ganz ausgetrocknet jetzt. Ich glaube, der ist verwandt mit Go. Mensch scheint beide den ganzen Tag nur rumzuliegen. Ich hoffe, es wird nicht Calamide, denn ich habe gerade gar keine Lust auf Calamide. Schon gar nicht mit meinem ollen Estus Plus 2. Da habe ich nicht irgendwann vor Ewigkeit schon eine dritte Vollhüterseele gefunden. Ich glaube schon. Nein. Das würde vielleicht an der Estus Plus 2-Front helfen. Ich gehe weg. Ich wünsche auch, dass der Titanid Lizard nicht dieser Typ da unten wäre. Das ist der Torias. Geh doch bitte weg. Das finde ich gerade ein bisschen belastend, muss ich sagen. Welche Waffen, dank zu sein, es bist du am coolsten? Nein! Vermutlich Gold Tracer oder die Waffen von Quillard. Wie komme ich da jetzt am besten runter, ohne dass der Typ mir den ganzen Tag auf die Nerven geht? Was habe ich verpasst? Ich meine, ich habe Randomizer angefangen und Zeug gefunden. Ich bin wirklich kein Fan davon, dass der nicht despawnt. Wollen wir doch so viel HP? Wie wäre ich denn am besten los? Das ist kein damit so ritterlich. Dann haben wir uns nicht verwandelt oder so. War wohl so eine Drache-Wache-Situation. Und ich lasse mich nicht erschrecken. Ja, ich könnte leise wegrinnen. Oder Nebelring. Ich glaube, er sieht mich nicht. Das Problem ist aber, er läuft genau dahin, wo ich runtergehen will. Okay. Ich denke, den habe ich gut abgewährt. Nein! Ich sehe auch noch ein Piep im Ohr. Au. Au. Gar kein Fan von der Perspektive hier gerade. Schade ist auch nicht so gut gegen Artorias. Oh Gott. Aber, aber, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dauert ein bisschen länger, als ich mir wünschen würde, aber hey. noch ein paar Gratis-Hits landen. Nö, 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 nö. Hey. Hey. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Zwei Schläge sind vielleicht ein bisschen zu gewagt, aber wir wagen es trotzdem. Hey, Kollege Schnürschuh. So nun aber nicht. Oh nee. Hey, weißt du, habe ich gerade gesagt über Kollege und Schnürschuhe? Ich habe gesagt, so nun aber nicht. Und er hat I-Frames, wenn er wegrollt. Was soll denn das? Wollen wir was zu I-Frames? Die darf nur ich haben. Wollen wir was zu einer Fat-Roll? Oh Gott, von Fat-Roll I-Frames ausgespielt. Das wäre eine Mid-Roll, ehrlich gesagt. Ich habe zu sagen, dass das eine Fat-Roll ist, ist auch ein bisschen gemein. Und das war so fucking knapp. Ich glaube, er hätte mich gerade treffen sollen. Arti Schmartis ist doch zu spät mit mir. Und so haben wir ihn. Drachenstein. Nee, 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 nee. Das war es nicht wert. Mit seinem Schild hätte er eine Fat-Roll? Ja. Mit Mid-Rolls ausgetrickst zu werden, ist ganz schön cringe. Ich meine, so viel weniger I-Frames als der Fat-Roll hat die Mid-Roll. Jetzt kommt schon. Komm schon. Fuck! Hier ist nicht noch zufälligerweise eine andere Kiste. Nein, okay. Oh Gott, Spiel! Komm schon! Der Axelstra und Eldring habe ich hier im Mid-Roll gespielt. Es gibt in den Spielen nicht wirklich eine Mid-Roll. Oh Gott, wo war er denn? Oh, wo ging es denn hier überall hin? Hier waren doch auch noch unzählige versteckte Kisten. Ich glaube, zu viele davon kann ich nicht mitnehmen. Weil ich für ein paar die Wand aufmachen muss. Doch, gibt es den Elden Ring? Oh, okay. In der Axelstra gibt es auf jeden Fall nicht wirklich eine. Freut mich auch, dich zu sehen! Oh Gott! Oh Gott! Hier war doch auch irgendwas komisches mit der Kiste, oder? Der Kiste... Ah ja, hier sind offene Kisten. Das war komisch hier dran. Ähm! Wir kriegen sie einfach nicht. Vielleicht bei Patches im Grab der Riesen. Ne, Patches hat keine Key-Items. Aber in der Sinn davon, wir haben hier ja noch Kisten und sowas vor uns, also... Ist jetzt nicht so, als ob wir im DLC jetzt schon alles abgegrast hätten. Wir haben auf jeden Fall zwei Mimics allein. Oh, Baum. Paladin-Gamaschen. Wie so oft, nicht direkt das, wonach ich gesucht habe. Und von den Typen haben wir auch so viele in diesem Randomizer dieses Mal. Ich verstehe nicht ganz, warum. Baum ist alles voll mit denen. Du bist mein Key-Item. Es bringt mir ja nicht viel, wenn ich das letzte Key-Item nicht finde. Wird der überhaupt erst abgewählt mit seinem dummen Hollow-Schild? War da unten ein Key-Item? Also da links. Ich glaube nicht. Ich glaube, das nächste Key-Item ist wirklich die Mimic da oben. Und bei der habe ich ein gutes Gefühl, sage ich euch. Die wird bestimmt... ...die letzte fucking Seele sein. Aber das ist nur das Schlimmste, ein Randomizer. Wenn die letzte Sache fehlt, aber sie will und will und will einfach nicht auftauchen. Hey, stehenbleiben. Hey! Ah, Gott! Vielleicht das letzte Key-Item-Metapher für die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Ich habe keine Freunde auf dem Weg gefunden. Was soll das für eine Metapher sein? Okay. Also. Hier geht es dann direkt runter. Ich überlege gerade, habe ich unterwegs, ist hier überhaupt noch ein Key-Item oder geht es direkt wirklich zu Mimic rüber? Ich glaube, ich will als nächstes wirklich zu Mimic direkt rüber. Oh Gott. Nö, 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 nö. Au! Nein! Hör doch auf! Oder gibt es in dem Gebiet davon, in dem Humanity-Gebiet, gibt es da eine, äh... Gibt es da noch ein Key-Item? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Key-Items sind eine Lüge. Ich meine, wir haben schon vier Stück gefunden. Uns fehlt nur das letzte. Das heißt, so ein Stück weit haben sie sich schon bewahrheitet bisher. Euer Sif wird wahrscheinlich als eins gelten. Die Zauber vielleicht auch, aber zu dem will ich ja gesagt nicht rüber, denn da werden viele, viele Gegner sein. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ich schaue trotzdem mal rüber. Wenn man schon mal im Schlund des Abgrunds ist. Ist ja gar nicht randomized. Was soll denn das? Blaue Scholle. Au! Oh Gott, das macht so viel Schaden. Keine Ahnung, zu welcher Kategorie die blaue Scholle gehört. Das sind überhaupt schon die goldenen Schlüsse. Was meinst du, meinst du die Seelen? Davon habe ich drei. Also von den Hüterseelen. Und es fehlt nur noch eine weitere. Achso, die Lordwester habe ich auch. Ja. Dementsprechend fehlt wirklich nicht mehr viel. Und schon wieder so ein fucking Typ. Oh Gott. Nein, hör auf. Erhebe nicht deine Klaue gegen mich. Du lassst Sif in Ruhe. Sif? Okay, ich kehre noch. Ich kehre noch die anderen. Ja, das war sehr viel knapp, als ich mir wünschen würde. Verlorene untoten Seele. Nicht ganz, wonach ich gesucht habe. Aber ist okay. Gehen wir zum Boss. Gehen wir zum Boss. Gehen wir zum Boss. Wo ging es zum Boss? Ich glaube, hier oben ist schon... Ich glaube, hier oben ist schon so weit der richtige Weg. Ich sage es euch, ich sage es mal so. Wenn Manus jetzt die Seelen nicht hat, dann schaue ich kurz in, ob ich einen Cheat-Cheat irgendwo habe. Okay. Ich bin langsam, aber sicher, verliere ich die Geduld. Oh fuck, es ist Gwyn. Ich habe zwei erstes für der Chaos. Wahnsinn. Nein. Nein. Oh Gott. Ich kann das so nicht mehr. Ich kann das so nicht mehr. So eine Scheiße. Vor allem, jetzt muss ich den weiten Weg auch noch zurückgehen. Habe ich den Short gar nicht verliebt. Ich dachte mir, wer soll schon der Boss sein? So schlimm kann es ja nicht werden. Ich sollte nicht die No-Hit-Taktik machen. Ich sollte einfach auf ihn einprügeln. bis er nicht mehr aufsteht. Die No-Hit-Taktik ergibt nicht wirklich viel Sinn, wenn man, ich meine, in der Arena alleine ergibt es nicht wirklich viel Sinn. Ich kann nicht mehr sicher nach hinten rollen. Beim Randomizer muss man halt kreativ werden. Wir bekommen Gwyn schon besiegt. Da mache ich mir nicht zu viele Sorgen. Glaube ich. Hoffe ich. Wir werden sehen, ob ich mir darum viele Sorgen machen sollte. Ich habe auf jeden Fall diesmal den Short-Cut frei. Okay, Gwyn. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Was ist denn? Gott. Ich weiß nicht, ob ich den Angriff überhaupt kenne, den du gerade gemacht hast. Das hätte ich eigentlich gar nicht sterben sollen. Ich weiß nicht, warum man nach dem schnellen Schlag keinen langsamen macht. Das ist ein bisschen irritierend. Dankeschön. Sieht gut aus, soweit. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Der Cringe-Gwyn kann nichts machen. Okay. Gib mir die Seele. Gib mir die Seele. Für die Lore. Für die Lore. Für die Lore. Neulondo-Ruinen-Schlüssel. Zum Fick ist der Neulondo-Ruinen-Schlüssel. Neulondo und Drachental. Das bringt mir ja gar nichts. Ähm. Ich schau mal, ob ich hier irgendwie nachschlagen kann, denn ich hier ablangsam... Verzeihung. Uh. Hilfe. Okay. Item randomizer readme. Enemy randomizer readme. Shit habe ich. Ich habe nicht. Oh nein. Oh Gott. Wo könnte ich denn noch hin an dem Punkt? Oh ja, ich kann, ähm, ich kann, äh, Bad of Chaos noch machen. Das ist noch eine Option. Ich hoffe, dass mich diesmal niemand aus dem fucking Bonfire rausgreift. Und ich konnte mein Astros in der Tat noch ein weiteres Mal verstärken. Ich würde aber sagen, der Kampf gegen Gwyn lief ziemlich gut. Was, 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 was würdet ihr sagen? Ich meine, mit Paris ist Gwyn nie zu übel, aber ich denke, das war okay. Das war eine akzeptable Leistung für mich. Vielleicht zählt der alte Solar auch als Keyite, beziehungsweise die eine, äh, die Sonnenlichtmade. Die war wohl, glaube ich, auf der anderen Seite, oder? Wollt ihr mich angreifen? Ja, wollt ihr. Für den ersten Run war es okay. Dankeschön. Oh, oh. Oh, oh, die Lava. Weil da stehen ein paar große Jungs in der Lava, wie mir scheint. Vor allem da drüben. Der, der hält noch eine Menge aus. Okay, das war der, der, äh, die Marde droppt. Oder? Ja, wir kennen mal alle Gegner. Die AFK-Farm, yeah. Willkommen zu meinem, äh, Dark Souls-Guide. Heute zeige ich euch, wie ihr am besten Seelen farmen könnt. Ah ja, warte, wir haben ja sogar noch viele Seelen, fällt mir gerade auf. Hör doch auf jetzt. Und zwar kann ich ja noch da runter gehen, wo die Alien-Freunde sind. Und da, wo die Alien-Freunde sind, da gibt es noch ein, zwei, äh, Truhen auch mitzunehmen. Auf dem Weg dahin gibt es auch noch ein, zwei Truhen. Ne, wir haben ja mit Lost Iserlef auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Nur wenn Lost Iserlef wieder falsch ist, dann wird es langsam kritisch. Aber darüber will man natürlich nicht nachdenken. Klaftrache ist rein theoretisch auch noch erreichbar. Ich will, ich werde nicht Blythorn nach oben laufen. Ich habe nicht vor, Blythorn nach oben zu laufen. Aber du musst, nein, noch muss ich, noch muss ich gar nichts. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Schau ich die an? Die hat nicht mehr alle Zeit der Welt. Sie muss erst mal abdanken. So, dann haben wir hinten eine Schatztruhe. Ich glaube, hier oben allein lag auch noch irgendwo eine. Backstab! Ich habe den Schuss für die Karnisation nicht. Das heißt, ich müsste, äh, sonst hätte ich die Karnisation ja schon gemacht. Seele. Irgendwann wird das Item auftauchen. Vor allem die ersten vier habe ich so, ich habe die relativ, äh, zeitnah bekommen. Aber seitdem ist einfach der Wurm drin. Es läuft einfach gar nichts mehr. Da ist keine Kiste hier drüben. Ist hier auch nicht. Okay. Dann schauen wir mal runter in den Keller, würde ich sagen. Man verkauft die Seelen auf Ebay, brauche ein paar. Äh, kannst du mir auch so schreiben und können wir schauen, dass wir vielleicht einen guten Deal machen. War doch irgendwo eine Schatztruhe, oder? Da war die rote Scholle drin. Die war doch in der Schatztruhe hier unten. Oh Gott, warum, 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 warum der fucking Riese? Ich mach mir nicht Toxic, bitte. So ein fucking Giftspucker. Mein Gott. Fall mal in das Loch hier runter, bitte. Nein, niemand will runterfallen, okay. Okay, 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 okay. Ich habe auch keine Ahnung, wo der dumme Weg hier unten war. Nach oben? Ich will doch nicht nach oben. Oder ist hier oben eine Schatztruhe irgendwo noch? Hier war das, Alter. Das ist keine Schatztruhe. Hast du das Item schon? Ich würde hier nicht herumlaufen, wenn ich das Item schon hätte. Das kann ich dir versprechen. Ach, da unten ist es. Yeah, da ist die Schatztruhe. Schlüssel für Anbau war auch Müll. Für Anbau in der gemalten Welt. Nee, wir können generell nicht in die gemalte Welt. Okay. Das ist ein sehr weiter Rückblick hier gerade. Wir können Bed of Chaos noch machen. Ich weiß wirklich langsam nicht mehr, wo ich noch hingehen soll. Und wo ich vielleicht was verpasst habe. Ich habe auch ehrlich gesagt langsam keine Lust mehr. Ich mache jetzt seit sieben Stunden die Scheiße. Und ich finde die letzte Seele nicht. Ich finde sie einfach nicht. Pass auf. Folgende Sache. Wenn Bed of Chaos sie nicht droppt. Kannst du den Ring nicht wieder ausziehen? Doch, könnte ich. Ich will nicht. Wenn Bed of Chaos den Ring nicht droppt, dann bin ich fertig mit dem Run. Ich habe nämlich danach auch nicht mehr wirklich eine Ahnung, wo ich noch hingehen kann. Und ich habe auch wirklich keine Lust mehr. Jetzt langsam wirklich genug. Ich habe alles abgegrast. Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich danach noch hingehen kann. Also wir können vielleicht in die Untief noch runter oder so. Aber ansonsten ist da ja nichts mehr. Und die Painted World noch. Oh Gott, Painted World hätte ich auch gar keine Lust. Es gibt jetzt aktuell, wenn ich nicht noch einen Schlüssel finde, nicht mehr viele Gebiete, die uns noch offen stehen. Also mal schauen, was wir da bei Bed of Chaos bekommen. Wenn es Müll sein wird, dann... Ja, dann... Keine Ahnung. Sind wir fertig. Man kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht habe. Ich habe auch wirklich keinen Cheat-Sheet oder so, wo ich einfach nachschauen kann, wo das Zeug ist. Kann man bestimmt einstellen, dass man eins bekommt. Aber irgendwie habe ich keins bekommen. Ja, Bed of Chaos muss was Gutes droppen. Immerhin muss ich nicht den regulären Bed of Chaos Kampf machen, sondern einfach einen Boss bekämpfen. Das wird die Sache schon mal ein bisschen angenehmer machen. Glaube ich. Wie war Bed of Chaos Kampf im Randomizer? Glaube ich, wie er Kampf im Random was. Glaube ich. Weil wir ganz Tutti und Frutti. Okay. Das ist schon okay. Ich habe vorhin schon mal Manus gehabt und habe ihn nicht bekämpft. Dementsprechend ist es so fair, dass wir ihn nochmal bekommen. Ich habe mich davor einfach vor ihn gedrückt und das war nicht richtig. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen muss. Wir bleiben auf Distanz. Was hast du da gerade getan? Was hast du da gerade getan? Er ist runtergefallen. Er ist tot. Hat das gezählt? Ich muss jetzt zu Fuß wieder hinlaufen, um das herauszufinden. Was ist das für eine Scheiße? Hat das gezählt? Warum hat er das Teil kaputt gemacht und lässt den Boden runterbrechen? Das war nicht gut, Manus. Das war nicht gut. Das war eine sehr linke Nummer von ihm. Komm mal weg. Ich habe den doch schon vor Ewigkeiten gekillt. Warum ist er wieder da? Das war so eine linke Nummer von ihm. Drittel HP. Nee, nee, er hat Schaden genommen. Er ist gestorben am Ende. Vor allem, weil er auch der Boss ist. Ich denke, er ist schon runtergefallen. Also, er ist definitiv vorhin gestorben. Aber ich glaube, ich war nicht lang genug noch im Bild, damit das zählt, als er gestorben ist. Aber ich bin zu früh gestorben. Der Boden ist wegen Drittel HP weg. Meinst du? Oh, das wäre scheiße. Aber ich glaube, er hat mit dem Angriff eins von den Teilen zerstört. Mit seinem Humanity-Angriff. Aber gut, wenn der Boden wegbricht, dann muss ich irgendwie versuchen, ihn da zu bringen, runterzufallen. Was? Ach, gar nicht. Bitte, bitte. Spiel, tu mir das doch bitte nicht an. Tu mir das jetzt nicht an, dass wirklich nach einem Drittel vom Kampf der Boden wegbricht. Das fände ich jetzt nämlich sehr, 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 sehr belastend, muss ich sagen. Eine unglaubliche Last ist das für mich. Aber der Boden sollte auf jeden Fall nicht wieder repariert werden. Was für sich problematisch ist. Aber mal schauen. Ich glaube nicht mal, dass das, was ich hier gerade gehe, vom Randomizer der Weg ist, den ich eigentlich gehen sollte. Ich frage mich, wo der Randomizer mich generell hinschicken würde. Ich habe bestimmt irgendwo was übersehen. Ich bin mir da relativ sicher. Aber ich weiß nicht, wo. Der Boden ist noch weggebrochen. Bitte, 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 man. Tu mir das bitte nicht an. Okay, er ist tot. Ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. Fuck. Aber gut, ihn runterfallen zu lassen war auf jeden Fall die richtige Taktik. Das ist die Ratte und dieses... Ich weiß, Käffelschlangen-Ding schon. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Da habe ich wirklich nicht irgendwo... Ne, da ist nur... Ich habe nur den fucking Darks Randomizer. Read me. Ich habe wirklich kein Cheat-Sheet. Cheat. Keine Suchergebnisse gefunden. Warum habe ich keins? Ist der Ring im Asylum? Ja, habe ich. Aber mir fehlt... Ich habe irgendwo irgendwas Dummes übersehen. Ich finde es nicht. Gott. Das ist das Schlimmste. Ich habe irgendwo was übersehen und ich weiß einfach nicht, wo oder was. Wir werden es nie herausfinden. Es ist nie vorbei. Doch, der Run wird heute enden. Er wird zu Ende gehen. Ich weiß auch genau, wo ich hin muss für die Scheiße. Ich weiß genau, wo ich hin muss. Wir werden Blythorn nach oben laufen. Das ist wofür ich gestern nicht mehr die Nerven hatte. Aber heute ist neuer Tag. Oh, 89.010. Heute ist neuer Tag. Heute ziehen wir durch. Ja, das Spawnfall wird nicht so ganz. Warum wird Ersteing zum Leben wiederbelebt? Warum wird Ersteing zum Leben wiederbelebt? Was soll denn das? Aber ja, heute. Heute werden wir es durchziehen. Und ich habe danach für den Stream heute noch ein paar nette... Ich meine, ich habe eine Sache geplant. Und zwar habe ich ja vor... Ich habe das in dem Video auch mal gezeigt. Ich habe mir so eine... Was war das? Action Replay oder sowas? So ein Disk geholt für die Playstation 2. Und ich dachte mir, wir können doch mal ein paar PS2 Cheats anwerfen. Und das werden wir auch machen. Und ich habe keine Ahnung, was genau man damit alles machen kann. Aber wir werden sehen. Und vielleicht... Beziehungsweise wahrscheinlich danach dann noch ein, zwei Isaac Runs. Denn das Elend kennt niemals ein Ende. Schade, bin nachher nicht mehr dabei. Freue mich auf die Aufzeichnung. Ich meine, wir werden sehen, ob es überhaupt klappen wird. Da kann immer noch eine Menge schief laufen. Und ich habe nichts im Vorfeld getestet, weil ich sehr motiviert war, nichts zu testen. Wuhu, Isaac. Wuhu. Wuhu. In der Tat ein Wuhu. Ich werde mich da drüben auf jeden Fall noch an Spawn-File setzen. Und eine Sache, die mir auch eingefallen ist. Ich könnte noch Shiva runterholen. Ich glaube, Shiva sollte kein Key-Item verkaufen. Aber man kann trotzdem vorbeischauen. Die Shiva sollte definitiv keins verkaufen. Ich glaube, jetzt mit Clash of Clans macht es noch Bock. Ich meine, ich spiele es aktuell noch. Aber ich denke, wenn das Ding ins Turnier dann so weit durch ist, dann werde ich denke, auch so weit fertig sein. Das Gefühl, um in dem Spiel irgendwas machen zu können, muss man einfach für fucking Jahre spielen. Ich habe auch das Gefühl, dass man jetzt zu kompliziert wird. Wenn jemand eine goldene Mauer hatte, ich komme nicht dran vorbei. Egal, was ich mache, es klappt einfach nicht. Aber ja, ich habe mich auch nicht dazu verpflichtet, jetzt für... ...ein real lang Clash of Clans zu spielen oder so. Au. Wir wollen auf jeden Fall Blightown nach oben. Schau ich den an. Der Stein hat die richtige Farbe. Das sieht man auch nicht oft. Hast du ein Protator reingeschaut, seit es ein Full Release war? Nee, ich bin auch aktuell... Ich habe immer nur so Broguelikes. Bin aktuell nicht zu sehr in Stimmung dafür irgendwie. So, wo gibt es hier überall was mitzunehmen, wenn man nach oben geht? Oh, Gott. Habe ich Lila Kraut? Habe ich Lila Kraut? Yeah, ich habe ein Lila Moosklumpen. Sehr schön. Oh, Gott. Fucking Blyth... Oh, nein, 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 nein. Blythown nach oben. Wo... Wo ist da überhaupt dann irgendwas? Ich habe doch keine Ahnung. Oh, eventuell könnte auch die Stelle, wo man die blaue Scholle findet, als Key-Item-Location zählen. Willst du in Arc 2 reinschauen, wenn es rauskommt? Nein. Ich denke, das Team hinter Arc hat ganz deutlich bewiesen, dass sie absolut nicht vertrauenswürdig sind. Wenn sie haben für ihr Spiel, bevor sie überhaupt... Es war ein Early Access, sie haben bereits DLC dafür gemacht. Also, es ist halt... So lächerlich. Und dann noch dieses komische... Was war das? Nicht Survival, sondern... Keine Ahnung, was sie da noch für ein Teil rausgebracht haben. Ich glaube, das ist auch alles, bevor das Hauptspiel überhaupt fertig war und... Keine Ahnung, inwiefern das Hauptspiel jemals richtig fertig wurde. Ich glaube, sie einfach aufgehört haben, weil es eh niemand mehr juckt. Abgesehen davon, fucking Survival-Spiele sind halt... Nee. Nee, 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 nee. Nee, das ist nicht meins. Sogar absolut nicht. Ich glaube, ich habe auch Arc 1 nicht wirklich gespielt. Für sechs Stunden oder so. Also... Ja. Ich würde mich auch nicht so und zwar als Fan zeichnen. Was ist das für ein Run? Äh, das ist ein Randomizer-Run, den ich gestern angefangen habe. Server-Spekt nervt mich auch etwas, weil ich will mit Dinos über die Welt rennen und fliegen. Nein. Ja. Nee, mich nicht. Ich nicht so sehr. Wo liegen hier fucking Schatz drin? Ich habe auch keine Ahnung, wo hier irgendwie Key-Item-Locations sind. Aber wir werden einfach mal hochgehen und Zeug mitnehmen und... Irgendwas wird schon richtig sein. Immer weg. Das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Gibt es überhaupt Schatztruhen hier in Blytown? Also diesen Weg, wenn ich denen entlang gehe, sind hier überhaupt irgendwo Schatztruhen? Ich bin mir nämlich gerade wirklich unsicher. Uh, Dunkel-Silberstahl. Die mit der Magierrüstung, die ist ja ganz woanders. Die habe ich ja schon mitgenommen. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe, dann sind ich mal Schatztruhen, oder? Kann ich von hier aus in die Untiefel vielleicht, wenn ich ganz oben bin? Ich glaube, der Weg ist komplett unnötig. Kanalkammer in den Tiefen. Ne, das war das Bonfire bei der Kanalkammer. Ne, hm. Haupthalle des Asyls der Untoten. Ne, das habe ich ja schon... Ne, das habe ich schon alles. Der Adlerschild ist jetzt nicht in der Truhe. Der liegt auch einfach nur da. Zu dem können wir jetzt eh gleich drüber gehen, also... Ne, warte, war der nicht hier? Au, geh mal weg. Geh alle mal weg. Der war scheinbar nicht wirklich hier. Ne, ich glaube, hier ist nicht mal eine Schatztruhe. Ich glaube, hier ist keine Schatztruhe. Ich glaube, hier ist keine Schatztruhe. Ja, ähm... Hauen wir wieder ab. Ich glaube, hier gibt es auch generell sonst nichts, was irgendwie eine Key-Item-Location sein könnte. Shit! Das erschwert die Sache nochmal ungemein. Ach ja, warte, es gibt noch was in Archiven. Natürlich. Die Armbrust in Archiven. Ich hielf des Herzogs. Die Armbrust. Was ist mit der Truhe mit dem Neulondo-Schlüssel? Äh, die kann man auf dem anderen Rückweg... Äh, habe ich die schon mitgenommen. Beziehungsweise auf dem Weg nach unten. Die haben wir bereits. Was zum Fick ist da drüben gerade? Ist die Armbrust... War die Armbrust nicht auf der Seite? Mein Schermer auf der anderen. Die... War die Evelyn nicht auf der Seite? Hier? Wir schauen einfach mal rüber. Werden uns dann entscheiden, auf welcher Seite sie war. Oh Gott, der Typ schon wieder. Ja, da ist die Schatztruhe. Shit. Hm. Da freue ich mich ja drauf. Ich meine, wer... Wer würde sich nicht darüber freuen? So, ich werde direkt zweimal drehen, damit ich wieder den Rückweg direkt gehen kann. Denn ich habe das Gefühl, ich werde mehr... Ne, warte, ich kann nur bei einem Weg versuchen runterzuspringen. Wenn ich mich so rumdrehe, kann ich gleich versuchen runterzuspringen. Wird bestimmt gut gehen. Ja, das ist der Run von gestern. Ja, das ist der Run von gestern. Ja, also diese Kiste. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Das ist einfach nur die spaßigste Schatztruhe zu holen. Ist einfach so... Es fühlt sich so natürlich an, einzuschätzen, warum man abspringen muss. Das ist einfach nur ein wirklich gutes Timing. Ja, von dem wirklich guten Timing reden. Ich glaube, ich muss mal kurz wohin verschwinden. Hier noch eine Schatztruhe unter der Treppe? Ne. Ich glaube, ich muss dann auch gleich mal kurz wohin. Ich muss weiter hoch, damit ich... Wie komme ich jetzt zu der fucking... Ah, ne, die ist direkt hier. Okay. Geh mal weg. Oh Gott. Ich muss mich doch mal in Ruhe. Ich muss hier rüber. Keine Zeit zu verlieren. Okay, wenn ich die dann drehe, kann ich rüber. Alte Mann und ihre Blase. Ja, die Blase. Oh, da muss ich so viel Wasser entleeren gerade. Unangenehm. Ich wünschte, ich hätte nicht zu viel... Apfelsinenbrause getrunken. Oh, easy. Fuck. Ah, das war nicht, wonach ich gesucht habe. Okay, passt auf. Ich werde kurz aufs Klo gehen. So, es gibt eine Sache, die ich hier erledigen kann. Wir könnten hier noch versuchen, die blaue Scholle zu bekommen. Aber das ist eine olle Scholle und ich habe keine... Keine Prisma-Steine. Das heißt, das ist eine Sache, die ich nur sehr ungern machen würde, muss ich gestehen. Ich schaue mal nach, was Andrea verkauft hat, an sich auch ein Key-Item. Aber ich weiß nicht, welches er verkauft hat. Habe ich das vielleicht nicht gekauft, aus irgendwelchen Gründen? Ich muss das mal eben nachprüfen. Außer mit dem Impressionist. 28 Monate, resub, wie lieben Dank. Das ist kein Key-Item. Ach, so eine Scheiße. Beziehungsweise das, was als Key-Item hier zählt, kann ich dann erfahren, wenn ich André umbringe. Aber so wollen wir ja auch nicht sein. Wisst ihr, was noch als Key-Item zählen könnte? Ich weiß nicht, ob es das tut. Aber wir können mal eben nachschauen. Und das ist, wenn wir in Anor Londo... Da, wo man den Kronleuchter runterfallen lässt... Da ist ja dann ein Zauber drin. Und der könnte eventuell auch als Key-Item-Location gelten. Ach ja, in den Katakomben... ...gibt es noch die eine Stelle, wo man den Ring bekommt, mit dem man dann direkt zu Gwyndolin gehen kann. Und dieser Ring könnte auch als Key-Item zählen. Könnte ich mir gut vorstellen. Und den habe ich auch nicht mitgenommen. Auge des Todes. Äh, Blyton nach oben zu laufen, habe ich geschaut, aber... Aber das ist auch nicht ganz das Richtige. Sache ist nämlich, dass da auf dem Weg nach oben kein Schlüssel oder eine Schatzruhe liegt oder so. Nach Pinwheel die Glut habe ich mitgenommen. War schmerzhaft, aber ich habe sie mitgenommen. Dann werde ich mal scheiß viele Pfeile kaufen. Und dann werde ich mit dem Weg zu der blauen Scholle mit Pfeilen einfach auf den Boden schießen. 20.000 Das sind vielleicht mehr Pfeile, als ich wollte. Ist okay, Holzpfeil. Geben wir 200 Stück. Ich glaube, da draußen ist sonst auch kein Key-Item. Warum kann ich mich nicht... Warte, lass mich mal rausquitten. Ich will mich an das dumme Bonfire wenigstens setzen. Ich glaube nämlich, zu dem kann man sich hinworpen. Ach, das ist doch Schwachsinn. Das ist doch Schwachsinn! Äh... Warte, wo wollte ich hingehen? Also, abgesehen von der blauen Scholle, war doch noch irgendwas anderes, was ich machen wollte. Ach ja, Lost Iserlith. Tochter des Chaos. Na klar habe ich an die Kisten mit der Hevels Rüstung in Anor Londo gedacht. Hä? Da sind fünf Kisten da unten. Natürlich nehme ich die mit. Das sind somit die ersten Kisten, die man immer mitnimmt. Okay. Wir haben hier unten noch unsere kleine Suizid-Mission. Ring des Unheils. Ne, ich habe nicht den Ring, um über Lava zu laufen. Habe ich ein bisschen Rüstung, die mir Feuerresistenz gibt. Mein Hevels gibt eine Menge. Überraschenderweise. Der gibt auch viel. 30. Stark. 24 Feuerabwehr. Und 30 für die Schwarzeisengamaschen. Und das reicht immer noch für eine Fast Roll. So, ich hoffe, die ein bisschen... Ich meine, ich habe so viel HP. Ich bin so hoch gelevelt. Und dann habe ich dazu noch ein bisschen Feuerverteidigung. Das reicht doch. Das reicht doch. Die Glut war das da ganz hinten, wo man nicht komisch hochspringen muss. Zu der Glut muss man einfach nur rüberlaufen. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das bedeutet, den Weg zu der Glut kann ich ohne Probleme rübergehen. Ohne Probleme. Und eine Sache, die ich auch machen kann. Je nachdem, wie lange ich in Lava überleben kann, könnten wir eventuell auch schauen, dass wir zu... Zu der einen Schatzruhe gehen, die noch vor der Bed of Chaos ist. Kein Blitzschweiß. Ich habe keine Pyro-Hand. Das ist das Hauptproblem daran. Das heißt, da könnte ich eventuell auch hin schauen, wenn ich hinkomme. Aber ich glaube, so viel Lava-Resistenz werde ich nicht haben. Würde mich schon wundern, wenn ich überhaupt zu der Glut rüberkomme, ehrlich gesagt. Ja, da gehe ich besser von der anderen Seite aus los. Ne, ne, die eine Schatzruhe bekommen wir nicht ohne den Ring. Boah. Dann wiederum vielleicht komme ich ran. Glaublich, ich komme an die Schatzruhe ran. Die, wo die heldenhafte Seele drin ist. Ich glaube, die ist hinter einer scheinbaren Wand oder so. Ja, ganz recht. Ich habe ein bisschen die Stats verglichen jetzt. Ne, das ist heute überhaupt nicht hin. Ach du Scheiße. Hätte ich mal Resistenz gelevelt. Hätte ich mal Resistenz gelevelt. Dann wäre das alles kein Problem. Ne, es gibt noch nichts, was Feuerresistenz erhöht oder so. Ne, ne, ich denke... Ich denke, hier geht es nicht weiter für mich. Befürchte ich leider. Dornengapsch. Es gibt eine 3DS-Version von Terraria. Terraria bekommt halt auch immer noch wirklich gute Updates. Ich habe Terraria nie so richtig gespielt. Irgendwann werde ich das bestimmt nachholen. Ich meine, ich habe es immer wieder mal so ein bisschen gespielt, aber... Ja, nie so richtig. Ich habe vielleicht mal einen Boss gesehen, aber das war es dann auch. Endlich den Pirate-Hand finden, wäre was. Habe ich überhaupt den Blitzschweiß dafür? Ihr Schatz, wo da hinten habe ich auch. So, wir gehen jetzt die blaue Scholle holen, würde ich sagen. Außerdem von Kefte. Frischer Sub, wie lieben Dank. Die guten Bugfixes seit zwei Jahren sind meine Lieblings-Updates. Mein Bugfixes sind langweilig, aber... Kann sich jetzt auch nicht beschweren, oder? Oder doch. Außerdem von der Sega-Box. Frischer Sub, wie lieben Dank. Casual Run. Ja, ist halt ein Randomizer-Run. Und ich suche nach dem letzten Seelen-Item, damit ich das Spiel zu Ende bringen kann. Aber es will einfach nicht auftauchen. Es will einfach nicht. 3DS ist nicht stark genug für die neueren Updates. Ey, mein! Dass die 3DS-Version nicht mehr supported wird, also... Das ist jetzt nicht der größte Schocker. Ach, du Scheiße. War der in der Wand? Warum ist hier eine Wand? Ne, ist der Boden. Ist einfach nur ein bisschen schräg hier. Das läuft doch ganz gut, soweit. Ist überhaupt noch möglich, Updates zu machen nach dem Weggang des eShops? Nö. Wie gesagt, es wäre auch... Komm schon. Es wäre auch dumm an dem Punkt, weil... Ich meine... Ja, ist halt eine tote Plattform. Ja, ja, genau. Die Truhe in Steve's Arena habe ich schon mitgenommen. Die habe ich lange vergessen, aber dann habe ich sie noch geholt. Und da war trotzdem nichts drin. Au! Ich sage es euch, ich wünschte, ich hätte Prismasteine, aber die verkauft niemand. Ich kann nichts machen. Isaac gibt es auch für den 3DS. Ich glaube nur für den Neo 3DS. Oder? Ich glaube, Isaac kam nur für den Neo raus. Ich habe jetzt Demon's Souls und Dark Souls Remastered. Ich versuche jetzt mein Glück mit Dark Souls 2. Ich habe immer wieder gelesen, dass es beim meisten nicht das beliebteste Teil ist. Woran liegt das genau? Ähm, ich denke, du musst... Du wirst Dark Souls 2 nicht lange spielen müssen, um zu merken, woran es liegt. Es ist... Ja, das Spielgefühl ist sehr anders. Sehr, sehr anders. Das Spiel hatte auch in der Entwicklung gewaltige Probleme und all sowas. Und aus irgendwelchen Gründen, trotz dieser gewaltigen Probleme, die sie bei der Entwicklung hatten, haben sie sich dazu entschlossen, das Spiel etwa doppelt bis dreimal so lang zu machen, wie die anderen Dark Souls-Teile. Also... Ich weiß auch nicht, was sie sich überhaupt... Was der Plan war. Ja, die Truhe in der, ähm... Mit der Evelyn, die habe ich vorhin geholt. Was ist das? Ja. Komm schon. Mach mich jetzt nicht schwach. Ich kann nicht mehr weiter nach unten zielen. Okay. Shit. Denn für die Info würdest du trotzdem empfehlen, es zu spielen. Ich sag's mal so. Dark Souls 2 bekommt man üblicherweise sehr günstig. Was fehlt dir denn noch alles? Mir fehlt eine Fürstenseele. Eine einzige Fürstenseele. Also ich will nicht auftauchen. Dark Souls 2 bekommt man günstig. Bleibt da nach oben rennen, da gibt's nichts. Und ich bin schon ein Stück weit hoch und da ist mir aufgefallen, dass da nichts ist. Das ist halt echt viel Zeug und ich habe keine Ahnung, was mir noch fehlen könnte. Aber irgendwas fehlt mir noch. Aber was? Ich mein, der Undead Merchant scheint ein Key-Item zu verkaufen. Verzweigte Lage. Oh ja. Shit. Nicht Countdown. Okay. Wir gehen zu dem Undead Merchant aus der Burg. Und wenn er nichts für mich hat, bringe ich ihn um. Ich bringe ihn so oder so um. Und dann bekomme ich sein Key-Item. Ich mein, viel gibt's nicht mehr. Ja, klar war ich im Raum mit Hevels Rüstung. Leute, da sind, da sind, äh, fünf Schatztruhen. Ich habe nicht random die Location mit fünf Schatztruhen vergessen. Das Spiel beenden. Wir werden das Spiel beenden. Achso, ja, das Ziel ist ja, den Run zu schaffen. Die Armbrust da oben ist auch nicht in der Schatztruhe. Nee, die liegt einfach nur da. Im DLC hast du alle Kisten, oder? Nein, um alle Kisten im DLC mitzunehmen, brauche ich, äh, eine Lichtquelle. Warte, kann ich mit der Laterne Wände aufmachen? Kann ich mit der Laterne diese leuchtenden Wände aufmachen? Ja, kann ich. Dann hat sich gerade noch eine Möglichkeit für uns aufgetan. Denn ich habe die Laterne inzwischen. Oh Gott, wo muss ich? Was war nochmal? Uh, das Ziel Mausoleum war es, glaube ich. Ich glaube, da ist auch nur eine Schatztruhe, aber... Ist eine Schatztruhe? Nee, das ist nicht ganz, wo ich hin will. Dungeon der Stadt. Ist es ja Dungeon? Oh, kann ich mit dem Licht zwei Kisten holen? Oh mein Gott, zwei Kisten sind stark und wichtig. Und das ist falsch. Ist es Mausoleumsgarten? Ich kann mir die Scheiße noch nicht merken. Warum haben sie kein Bild neben dem, äh... Warum ist das generell überhaupt so willkürlich? Das ist noch falscher. Schlund des Abgrunds? Nur zum Fick war das Bonfire bei... Artorias. Oh Gott, nein. Hier ist Bond. Gewinnen, wenn wir Pech haben. Shit! Start-Ulas-Ziel. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich weiß auch nicht. Der Boss respawnte aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich will auch nichts damit zu tun haben. Der hat mich gestern schon einmal, als ich mich auch ans Bonfire gesetzt habe, wegwoppen wollte. Hat er mich gegrabt. Und einfach rausgezogen aus der Bonfire-Animation, was ziemlich Hardcore war. Also er lässt nicht mit sich spaßen. Okay, zwei scheinbare Wände haben wir hier im DLC. Respawn der wieder, wenn du ihn tötest? Ich meine, ich habe ihn schon einmal gekillt. Und er ist gerespawnt, also... Moment, ne, ich muss... Geh hier runter. Geh einfach runter. Einfach runter. Da, wo es durch die Wand durchgeht, ist auch so eine Developer-Nachricht. Ja, das hier drüben. Hallöchen! Hallöchen! Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Bei dem anderen musste ich irgendwie da unten rein. Wo die leere Schatztruhe auch war. Ja, das war hier, glaube ich. Lass mich mal in Ruhe her. Ich versuche hier gerade zu überlegen. War hier noch so eine scheinbare Wand irgendwo? Ah, fuck, wo waren die Zweite? Ah, das war auch noch eine Sache. Shit, wo war die Zweite? Hier vielleicht? Nee. Genau, wo man überhaupt da raus kann. Geh mal weg! Oh Gott. Warum sind die so stark? Oh mein fucking Gott! Warum sind diese Muscheln so stark? Ich will jetzt das Reboot von Lords of the Fallen spielen, wenn es rauskommt. Ich will reinschauen. Da kann ich einfach nur runterspringen, aber das ist ja... Fuck. Ich glaube, ich muss einfach weitergehen, damit ich die zu der anderen scheinbaren Wand komme. Geh jetzt mal weg! Kann wohl nicht sein. Nee, hier oben geht es definitiv nicht weiter. Ach, fuck. Ich habe doch keine Ahnung, wo es weitergeht. Die andere Wand ist hinter der schmalen Brücke mit dem Magier im Gebäude. Im Gebäude die große Treppe hoch und deinen Gang folgen, bis du zum Holzboden kommst. Oh, da war ich gerade eben. Kann ich da rüber? Oh ja, da kann ich rüber. Ja, dann wird es wohl hier sein. Scheinbare Wand. Ich suche dich und vermisse dich. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Warte, hier oben? Warte, jetzt bin ich... Jetzt bin ich viel zu weit gelaufen. Ach, Gott. So verworren hier alles. Dem anderen Gebäude, wo der Magier von oben snipet. Achso, da drüben, meinst du? Oh Gott. So will ich da auf der anderen Seite. Ja, richtig? Okay. Oh Gott, ich habe wirklich keine Erinnerung mehr, wo diese andere fucking scheinbare Wand ist. Ich habe null Erinnerung daran. Komm mal her. Nicht auf die Nerven. Gehen wir auch mal weg. Gehen wir mal alle aus dem Weg. Oh Gott, nein. War die da unten irgendwo? Nee. War hier unten nicht auch noch irgendwas? Treppe rechts hoch. Okay. Ich habe halt wirklich absolut keine Ahnung mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann auch auf dem Boden mit markiert ist. Hey. Da. Oh Gott. War ich da jemals drin? Ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich hier jemals war. Das kann doch so nicht weitergehen. Das kann doch so nicht weitergehen. Was fehlt denn jetzt noch? Was machst du, wenn du es geschafft hast? Dann bin ich fertig. Ich habe sie nicht geöffnet. Ich lag richtig. Yes! Oh mein Gott! Oh, das war wichtig. Das ist wichtig. Wichtiger Fortschritt, meine Freunde. Das Ziel von dem Run ist es, den Run zu beenden. Oh mein Gott, die Tiefen. Oh, das war lange in Arbeit. Das war eine lange Geburt. Eine schwere Geburt. Wie war das Sprichwort? Ich bin dumm. Eine der einfachsten Kisten. Ja, ich war so auf der anderen Seite fokussiert. So, Flammen, Ofen und verlassen. Richtig. Nein, und den letzten Boss halt noch machen. Wir machen den letzten Boss. Wir entfachen die Flamme. Für Gwyn. Und dann sind wir fertig. Wenn die Credits rollen, ist der Randomizer durch. Endlich rollt Treppe den Untiefen. Eine schwere Geburt. Schwere Geburt klingt. Das klingt nicht schön. Kannst die Dinge doch eh nur machen, wenn du den letzten Boss gemacht hast, oder? Ja, richtig. Ah ja, Ziel ist den letzten Boss halt. Das Spiel halt durchspielen. So, hier haben wir natürlich direkt einige Kisten vor uns. Und die Tiefen sind natürlich auch direkt ein fucking unerträglich nerviges Gebiet. Das heißt, darüber freue ich mich auch schon sehr. Au. Ich will nicht von dem toxischen Typen angegriffen werden. Au. Das ist so viel los. Au. Ja, da ist da unten ist direkt ein Schatz. Ja, ihr seht sie nicht, aber da ist ein Schatz. Ruhig glaubt mir. Ich kann mich erinnern, als du gestern dachtest, da bleibt noch Zeit für Isaac. Ich meine, wenn ich die Schatz so nicht übersehen hätte, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre, okay? Oh, oh. Ah, shit. Die orle Laterne. Oh, oh. Du schon wieder. Au. Das ist fucking Wade. Ich muss sagen, die Tiefen sind noch ein bisschen schlimmer, als ich dachte. Und ich dachte, dass sie ziemlich schlimm werden. Der hätte mir auch schon ein bisschen früher weitergeholfen. Der hätte mir auch schon ein bisschen früher weitergeholfen. Ob ihr es denn glaubt oder nicht. Ich nehme mal das Spawnfire oben mit. Einfach, weil ich das Gefühl habe, die sterbe wahrscheinlich. Ich hätte in den Tiefen, ist sehr hoch für mich. Und wir haben hier sogar noch einen Bosskampf. Fällt mir gerade auf. Oh, mein Gott. So, wir haben ja an sich noch eine Location, wo man den Schlüssel herbekommt. Wo ich noch hingehen will. Aber ansonsten gibt es ja... Ja, brauchst du denn einen Schlüssel noch in den Tiefen? Gibt es hier sonst eine Schatzruhe? Eine Schatzruhe in den Untiefen? Ich wünsche dir, dass es eingestellt hat, dass Moonlight Butterfly spawnen könnte. Nee, es ist sehr belastend, wenn man einstellt, dass Gegner da spawnen, wo sie nicht hinpassen. Das ist echt nicht so cool, wie man denkt. Das war der Schlüssel. Chaos Blut. Ja gut. Nee, war das der Schlüssel da drüben gerade? Oder liegt da der eine Ring? Weißt du die Location vom Schlüssel? Bin mir gerade nicht sicher. Was ist so viel los hier? Soll nicht gegenüber vom Bonfire auf dem Weg eine Kiste sein? Oh, nee. Da liegt ein Item, das eine Falle ist. Oder auch nicht. Hier scheint nichts zu sein, einfach. Ja, da ist das eine Falle. Nee, ich glaube, das, was ich hatte, war schon der Schlüssel. Der, äh, der Ring ist dann noch viel weiter weg. Für den muss man noch viel weiter reingehen. Ja, ja, genau. Der Ring des schwarzen Auges ist viel weiter weg. Das war schon der Schlüssel. Gut. Dann gehen wir mal zum Boss rüber. Nicht lange schnacken. Und danach können wir noch eine Schatzruhe in Lost-Eiserev mitnehmen. Und dann ist nicht mehr viel offen. Ich bin mal gespannt, wer unser Bosskampf wird. Au. Vielleicht wird es Ceaseless Discharge. Denn in der Arena ist sonst nicht allzu viel Platz für wen anders. Warte, ist hier irgendwo... Hier erlangen auch ein paar Upgrade-Steine. Aber ich glaube, die waren alle nicht in der Kiste. Nee, nee, nee. Die liegen einfach nur so rum. Rechts eine Kiste auf einer Etage, glaube ich. Oder vielleicht doch eine. Nee, das hier war Uchigata. Ich glaube, es war wirklich nur der Schlüssel. Wer kommt hier... Oh, der Drachentöter. Er hat viel... Ich glaube, das ist super, Herr Ornstein. Passenderweise. Da hat er sich also versteckt. Oh, die Lore. Ja, das ist der super. Das ist der super Trooper. Oh, hör doch auf. Tust mir noch weh mit sowas. Du gemeiner Kerl. Willst du eigentlich bluten? Yeah. Das ist der Stoff. Danke. War mir eine Ehre, gegen dich gekämpft zu haben. Drachenstein. Nee. Der war es auch nicht. Der in der Anor Londo war noch eine Illusion. Okay. Ich weiß aber, wo wir jetzt als nächstes hin düsen können. Wir können natürlich jetzt über Lava laufen. Das heißt, wir können dahin gehen, wo ich vorhin hingehen wollte, aber kläglich dabei gescheitert bin. Und Bed of Chaos habe ich schon gemacht. Bed of Chaos war Manus und Manus ist in den Tod gefallen, weil er ein Vollidiot ist. Was für ein Vollidiot. Was für ein dummer Vollidiot. Ich glaube, es gibt hier aber auch wirklich nur eine Schatztruhe in der Lava. Ich weiß nicht, es liegt viel Scheiß in der Lava, aber es ist nur eine Schatztruhe. In der Schatztruhe könnte natürlich noch der Schlüssel für die Painted World sein. Ah. Da hätte ich ja nochmal besonders viel Lust. Noch ein bisschen die Painted World geschickt zu werden. Ah, dann sind wir wirklich alle Gebiete durch. Es fehlt nur noch die Painted World hier nach. Manchmal will der Randomizer einen einfach überall mal hingeschickt haben, damit man auch vernünftig die Welt gesehen hat. Ja, das Glück ist bisher sehr überschaubar. Vor allem, warum habe ich bei den ganzen anderen Schatztruhen außer Anor Londo? Warum? Wie hoch war da die Wahrscheinlichkeit, dass ich nirgendwo wenigstens die dumme Puppe finde oder sowas? Ich kann einfach nirgendwo mehr hin. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, du brauchst die Puppe. Da gibt es in der Painted World nicht noch ein paar Kisten. Ja, Painted World hat auf jeden Fall noch ein paar Kisten. Und es gibt auch noch die Glute in der Painted World, wofür ich auch schon den Schlüssel habe. Also, in der Painted World gibt es durchaus ein paar Dinge für mich zu holen. Ich rechne auch sehr stark damit, dass mich das Spiel noch die Painted World schickt, ehrlich gesagt. Denn das ist jetzt die letzte Kiste, zu der wir hingehen. Die schickt mich entweder in die Painted World oder zu Gwyn. Ich wünsche, sie hat statt Elden Ring dieses Gebiet Remaster einfach richtig gemacht. Wenigstens kann man schnell durchrennen im Vergleich zu Elden Ring. Und das, obwohl man in Elden Ring ein Pferd hat. Ja, nee, ohne den Ring wäre ich ja niemals lebend durchgekommen. Man muss viel zu weite Wege gehen. Außer im Hustler Hamburg, 26 Monate. Rieser ab, wie wir leben da. Blechstolpen. Anklage! Einspruch. Komm schon. Ich will, ich will es genießen, wenn ich dieses letzte Item an mich nehme. Oh, fuck. Fuck. Oh mein Gott, der verrottete Drache. Ich weiß nicht, ob der zählt, aber vielleicht... Das ist ein guter Punkt, den haben wir nicht gemacht. Das stimmt, der verrottete Drache ist noch eine Option. Ich weiß auch nicht, ob er zählt, weil er nicht randomized wurde. Dann wiederum, Item und Enemy randomized sind sowieso unabhängig voneinander. Also vielleicht, vielleicht ist er richtig. Außer von Twilight Witch, 42 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ich habe keinen Spoiler-Log-Fully, das ist das Problem. Ich weiß nicht, warum ich keins habe. Ich glaube, ich hätte extra ein Häkchen aktivieren müssen, um eins zu bekommen. Ja, das ist das Problem. Ich wollte schon vor Ewigkeiten nachschauen, aber da ist keins. Da ist kein Cheat-Sheet. Thank you. Ich habe keine Lust gegen den Drachen richtig zu kämpfen. Damit ihr direkt Bescheid wisst, denn er ist fucking nervig. Okay, ich werde richtig gegen ihn kämpfen. So, welches muss ich richtig. Da ist ein Weg nach oben. Ja, dann gehe ich üblicherweise immer, wenn ich den Drachen geaggurt habe. So kann man ganz gut an ihm vorbeilaufen. Und natürlich ihn auch mit dem Bogen abschießen. Wenn man der Typ sein will. Was man natürlich nicht sein will, weil es echt unsportlich ist. Ganz schön unsportlich, Kamerad. Schon. Noch nie gesehen nach drei Erledigungen und paar abgebrochenen Runs. Ja, der Weg da oben ist ein bisschen... Der ist versteckt. Der ist gut versteckt. Warte, gibt es in Turm of the Giants noch was? Vielleicht habe ich da was übersehen. Was möglich ist. Ich meine, Turm of the Giants. Hallo. Auf welcher Seite war denn dieser wackelige Weg? Es gibt ja diesen wackeligen Weg in Blythorn, wo man drüber läuft. Ob der dann so zu den Seiten schwenkt. Wo war denn der nochmal? Scheinbar ist da eine Kiste. Wo ist denn der? Chaos, wie komme ich zu der schwankenden Brücke hin? Wenn du gerade da bist. Ich bin auf dem richtigen Weg dafür, oder? Vom Bonfire? Okay. Das ist ja hier direkt um die Ecke. Das müsste vom Bonfire die Leiter runter hier sein. Ich glaube, ich würde aber ganz gerne das Bonfire noch schnell mitnehmen. Bin ich aber noch auf dem Weg zum Bonfire? Jetzt war der weiter hinten irgendwo. Genau, 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 genau. Da war ich vorhin schon. Okay. Und jetzt eine Leiter runter. Die führt nach oben. Möglicherweise kann man die Leiter immer ganz gut daran erkennen, dass sie mit Feuer markiert sind. Mit ein paar netten Fackeln. Au. Ist hier eine? Nee. Leiter nach unten. Hier vorn? Direkt hinterm Bonfire? Oh. Dann bin ich wohl etwas zu weit. Ist das für ein schöner Enemy und Item Randomizer? Das war ab 18, weil man Kopf abschießen und Leichen, äh, Geld abnehmen konnte. Ach, in den USA. Ja, in der deutschen Version konntest du keine Kopf abschießen und den Leuten Geld abnehmen von San Andreas. Das war zu brutal. Ah, dafür war das Spiel bei uns auch ab 16. Warte, ist die Leiter nach oben hier? Also die da hinten? Shit. Ah, weg. Nee, hier ist die schwankende Brücke. Nee, das ist nicht die schwankende... Fuck! Hier ist sie. Oh Gott, ich hasse diese Brücke so sehr. Was ist hier eine Schatztruhe dann? Oh, schön. Der hat mir hier oben noch gefehlt. Oh, oben. Loser, wer da runterfällt. Kann ich so jetzt zustimmen, denn... Ich bin nicht runtergefallen. Hier ist keine Schatztruhe. Was ist hier eine Schatztruhe irgendwo? Was war hier jetzt eine Key-Item-Location? Nee, ich bin nicht ganz überzeugt. Ach, Slippery Branch. Ach, fuck. Nee, hm. Nee, shit, da war... Warum steht da nicht, was da sonst drin ist? Aber das war das mit dem Zinn-Beschleuniger. Glaube ich. Ja, fuck. Wir waren sowieso komplett falsch. Das ist ganz andere Schatztruhe gemeint. Lass mich rein in den Eid! Und hier... Wenn du... Nee. Nee, das war es auch nicht so richtig. Ist nicht zufälligerweise schon ein Ofen zur ersten Flamme. Ich meine, die Lord-Zoll bekommt man eh von Gwyn. Ich meine, ich habe... Ich habe drei Seen und den einen Ofen. Aber wenn wir können... Ich kann die mal abgeben. Vollhüter, Seelen hast du alle? Nee, keine Ahnung. Ich habe... Dass du die, die ich mitnehmen kann, habe ich mitgenommen. Ey, gut, wenn du nur drei hast... Ja, an sich fehlt halt einer. Aber wir können mal abgeben. Lord-Land-Ruinen, den Typen habe ich gekillt. Wenn ich jetzt erfahre, dass ich die erste Seele... schon da geboten habe. Aber nee. Nee, 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 nee. Der Traum war leider mehr... Wunschdenken. Die Feuerhüter sehen sie nicht als Key-Items. Bei Arnold-Land-Ruinen standen nur die ganzen Chests dabei. Händler bei den Gargoyles hat auch kein Key-Item. Habe ich hier vielleicht eine Schatztruhe übersehen? Wäre das eine Möglichkeit. Komm weg. Du bist nicht zufälligerweise die Mimik, oder? Nee. Zufälligerweise nicht. Ja gut, hier sind drei Schatztruhen und eine Mimik. Also, die habe ich soweit alle. Die Schatztruhe habe ich auch. Finde ich auch Logan killen an dem Punkt. Dankeschön. Hm. Ich weiß wirklich nicht. Gott, das stört mich. Das kann ja nicht so schwer sein. Gestein-Bosser von Sieb habe ich. Da war ich auch. Pass auf, wisst ihr, was vielleicht noch eine Option wäre? Vielleicht. Unwahrscheinlich, aber möglich. Vielleicht habe ich hier oben irgendwo noch eine Schatztruhe übersehen. Gibt es hier auch in den Ecken überall welche? Oh. Oh mein fucking Gott. Ich habe mir vorgestellt, dass ich da vielleicht einen übersehen habe. Ist ja gut. Vielleicht ist hier irgendwo in den Ecken noch eine Schatztruhe, die ich übersehen habe. In meinem Kaminzimmer in dem Gebiet von 4Kings ist nicht auch noch eine Kiste. Was ist in der Kiste normalerweise drin? Achso, in dem Raum vor den 4Kings direkt. Ja, die habe ich mitgenommen. Die Trühe, wo die Evelyn drin ist, habe ich vorhin geholt. Ich bin nur einmal gestorben auf dem Weg dahin. Nur ein einziges Mal gestorben. Ist hier im ersten Stock irgendwo eine Schatztruhe? Hier ist keine und da drüben. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal rüber. Ach, was ist denn mit diesen dummen Mini-Hydras die ganze Zeit? Die gehen mir auch so ein bisschen auf die Nerven. Was du Grin schon gemacht hast, ist ja am Ende noch eine Chest. Bei Grin ist keine Chest. Denn bei Grin ist, äh... Da liegt eine Rüstung rum. Aber die liegt auf einer Leiche und nicht in einer Kiste. Abgesehen davon, wenn man es zu Grin kann, ist man eh am Ende des Runs. Was die Trühe in Lost, als der von dem Mond-Glut drin ist. Meinst du die Chaos-Glut? Die ist in keiner Kiste. Die liegt am Boden und ja, die habe ich. Für die bin ich durch die Lava gelaufen und gestorben. Ich habe gar keine Lust, da jetzt hinter zu gehen. Ich meine, ich weiß, dass ich das hier so weit... Oh Gott, geht doch weg. In diesem Randomizer sind auch überall nur so fucking nervige Gegner. Gibt es doch hier, als der es auf dem Boden legt. Ich meine, keine Ahnung. Kann sein. Denn irgendwo habe ich ganz offensichtlich was übersehen. So, als wirst du fragen, kann es sein, dass du ein Item übersehen hast? Ich meine, ja. Da drüben ist eine Schatzruhe, die noch nicht geöffnet ist. Da drüben ist eine Schatzruhe, die nicht geöffnet ist. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Ungeöffnete Schatzruhe auf der anderen Seite. Ungeöffnete Schatzruhe auf der anderen Seite. Keine Übung. Keine Übung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Okay, Painted World. Painted World. Da ist die Puppe bestimmt drin. Yeah. Das Spiel will... Das lässt uns nicht zum Ende kommen. Wir haben gefälligst, das Spiel auch wirklich abzuschließen. Bevor es hier irgendwo hingeht. Wir bekommen ja nichts geschenkt. Es wird schön bis zur letzten Schatztruhe, bis zum letzten Key-Item ausgekostet. Painted World ist natürlich für sich direkt wieder ein bisschen scheiße, aber mal schauen. Ich denke, nämlich da, wo man die Glut normalerweise findet. Ich sage, da ist unser letztes... Unsere letzte Seele. Die Sache ist nämlich... Ich habe schon relativ früh den Balkonschlüssel gefunden oder was auch immer das war. Schlüssel für Anbau. Die Schlüssel für den Anbau. Und ich denke, da müssen wir rein. Ich denke, unser letztes Item befindet sich im Anbau. Was kann es jetzt noch groß geben in Painted World außer der Seele? Nichts mehr. Das ist die Sache. Wir haben... Wir haben einfach alles abgegrast. Da ist nichts mehr übrig. Es gibt nichts mehr. Wir können nur noch diesen fucking Run irgendwann mal zu Ende bringen. Das ist alles, was noch übrig bleibt. Es gibt nichts anderes mehr. Gott. Aber die Archive. Da kann man gerne mal den Schatz rüber sehen, habe ich gelernt. Hier gibt es doch eh nur den Boss und eine Kiste, oder? Ne, es gibt doch im Brunnen unten eine Key-Item-Location, weil man da den Schlüssel für den Anbau findet. Es gibt schon ein paar Dinge, aber... Jo. Sollte jetzt machbar sein. Last Christmas! Und so weiter und so fort. Freu dich schon auf Weihnachten? In drei Monaten. Nicht mal drei Monate, ist es bereits Juli. In etwa zweieinhalb Monaten, liebe Freunde, wisst ihr, was dann passiert? Wisst ihr, was dann passiert? Dann werden die Lebkuchen die Supermärkte wieder betreten. Geh mal alle weg. Ich kann die Gegner haben, weil ich die starre Hose an habe, einfach Schaden zufügen, wenn ich in sie reinrolle. Was ganz lustig ist. So, ich habe gerade keinen Nerv für die ganze Scheiße hier. Ich habe letztens schon welche gesehen. Man kann ja nicht früh genug anfangen. Das hier oben könnte auch als Key-Item zählen. Bin mir nicht sicher. Kann, muss nicht. Oh, oh. Oh. Wer wurde ja auch randomized. Meist. Irgendwann wird Osterzeug mit Weihnachtszeug zusammen verkauft. Ne, das muss man schon trennen. Das sind die... Es gibt zwei Teile des Jahres. Es gibt Weihnachten und es gibt Ostern. Das finde ich jetzt ein bisschen toxisch hier gerade. Ja, tschüss. Ach, der Drop ist runtergefallen. Was ist mit dir? Bist du der Drachenarsch? Ich quitte mal eben raus. Und dann sollte ich den Drop von Quillac bekommen. Zwei Jahreszeiten-Pizza. Frosteter Eisenring. Hätte auch nichts dagegen gehabt, den früher zu finden, ehrlich gesagt. Wow. An dem Moment, das ist der, damit man durch Matsch laufen kann. Der wichtigste Ring im gesamten Spiel. Hä, droppt der Drache nicht ein Item? Naja, wie auch immer. Wie auch immer. Warte, ich bin gar nicht im Innenhof. Warum bin ich nicht im Innenhof? Die Ringe, die man immer übersetzt, verwechselt wegen Übersetzungsfehler. Naja, das kann ich soweit nicht bestätigen. Ich verwechsel die beiden nicht. Ich kann die problemlos auseinanderhalten. Komm ich in den Innenhof? In den Hof. Der große Chaos-Feuerball. Gute Location dafür. Hier komm ich rüber. Da hände ich auch irgendwo eine Schatztruhe hier unten. Bei so einer eigentlich weißen Ratte im normalen Spiel. Ja. Da ist eine Schatztruhe. Ride of Kindling. Das Gute am Brunnen ist, dass er kaum anstrengend und nervig sein kann, wie im normalen Spiel. Ja. Ich meine, er kann sehr nervig sein. Kann sogar nerviger sein, als im normalen Spiel. Aber er ist schon im normalen Spiel sehr nervig, also. Und die meisten Gegner sind nicht so schnell, wie die Bone Wheels. Er da zum Beispiel. Ja, ist auch nervig, aber der ist nicht so schnell. Warte, wie komme ich in den fucking Innenhof? Die Metalltür da unten öffnet man auch von der anderen Seite. Durch die Nebeltür unten. Ach, die Metalltür führt zum Bosskampf. Ja, die Metalltür führt ja zum Bosskampf rüber. Das ist der richtige Weg. Oh Gott. Okay, sorry, die nervigen Brunnen brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben was viel Besseres. Oh mein fucking Gott. Ach, du Scheiße. Lass mich mal... Ach, hier ist noch eine Ratte, die auf mich wartet. Da wird man ordentlich durchgereicht hier in der Painted World. Huiuiuiuiui. Wir gehen einfach mal hier vorbei. Wie gesagt, ich sag, die Glut, die wird unser letztes Item. Die Glut finde ich gut. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Gib mir die Glut, denn die finde ich gut. Ne, wisst ihr was? Wir werden jetzt noch den Boss hier machen, okay? Ich meine, es wäre doch ein bisschen lahm, wenn ich jetzt einfach den einen Boss auslassen würde, oder? Gesägteter Run! Natürlich kann man im Spiel lassen, dass ich einen Bosskampf nicht machen musste. Das finde ich ganz nett. Heißt das jetzt, dir fehlt noch ein Item? Ne, ich habe jetzt alles. Ich kann das Spiel jetzt beenden. Es gibt auch, glaube ich, nur noch eine, es gibt nur noch zwei Locations, den Boss da vorn und den Schlüssel unten in, äh, unter dem Brunnen. Und ich glaube, das ist alles, was es noch an Locations ansonsten gibt in diesem Run. Magst du Ariamis oder Ariandel mehr? Ich mag beide nicht sonderlich, ehrlich gesagt. Oh, der Vater ist hier. Ja, so viel zur Einstellung, Bosse nur dahin setzen, wo sie auch hinpassen. Der passt unerwartet gut hier rein. Und ich kann mit dem reden. Ich wollte einen Tellcut machen, aber das kann ich nicht. Das ist nicht gut. Wir schlagen mal mit den Armen. Das ist ganz schön gewachsen. Dass du die Drachen gehen, ne? Hör einfach nicht aufzuwachsen. Zwiefern wir auch ziemlich aufgesiegt heute. Mit heute mache ich in diesem Run. Nicht heute. Schandstadt-Schlüssel. Gute Neuigkeiten, Freunde. Wir können jetzt von den Tiefen unten aus nach Schandstadt. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt bringen wir es zu Ende. Gott, das war eine elendige Geburt. Das war einer der elendigsten Randomizer Runs, die ich hatte. Ah, mal schauen, wenn unser Boss wird. Seele darbieten. Nochmal hinsetzen. Die 20 Estos gönnen wir uns. Jetzt nochmal Ziv. Ah, ich würde mir wünschen, dass wir nochmal gegen Smoke kämpfen. Ich liebe es, wie die Gegner hier einfach runterfallen. Hoffe auf dummen Boss. Nein, wahrscheinlich. Oh, wenn jetzt Merlenia kommen würde, das fände ich gar nicht gut. Super, uns dann haben wir schon bekämpft. Der war statt dem Gaping Dragon. Wie gesagt, ist euch dieser Weg zu Gwyn rüber? Der ist sehr viel angehen, aber wenn einem keine Schwarzhütte hinterherlaufen. Der will kommen, mate. Pinwheel. Statt Pinwheel hatten wir Nito. Das war ein fucking elend. Und irgendwo hatte ich auch Pinwheel als Boss, statt wen anders, der dann nach zwei Schlägen gestorben ist. Yes, Trey und Asylum Demon hatten wir gar nicht. Du bist kein Schwarzhütte und du wirst nie einer. Gib's auf. Capra Demon hatten wir auch schon. Egal, wer es wird, es wird auf jeden Fall ein großer Plimplimplom-Moment. Egal, wer uns erwartet. Er hat auf jeden Fall ziemlich mächtige Wachen hier herumstehen. Schlechter Skelett an. Schlägt schon die Luft. Du hast dich ganz schön gehen lassen, Gwyn. Du hast dich ganz schön gehen lassen, mein Alter. Oh, das Feuer schmeckt aber so gut. Waffe in Gefahr? Dieser Run geht so elendig lange, dass jetzt meine Waffe kaputt geht. Wir haben ihn. Wir haben Gwyn besiegt. Für ihn war es die letzte Weihnacht. Oh mein Gott. Dieser Run. Ich würde sagen, ich habe mir das Ende wohl verdient. Ein wohl verdientes Ende. Sei schwarz Hütte nicht mehr da sind, ist das Buffet immer voll gewesen. Die schwarze Hütte ausgeschlürft. Sind so knusprig. Und so haben wir es geschafft. Mann, ich frage mich, wie der Run gelaufen wäre, wenn ich nicht diese eine fucking Kiste in den Archiven übersehen hätte. Oh mein Gott. Ich möchte dazu anmerken, die hatte auch sonst jemand auf dem Schirm. Es lag nicht nur an mir. Noch ein Run. Ich meine, ich könnte noch einen machen. Inzwischen wüsste ich wieder, wo alles liegt und sowas, aber nein. Ich habe andere Pläne. Wir hätten erstmal genug Dark Souls. Jetzt wieder zum Ghost Rider. Oh ja. Was sollte er nicht? Ach ja, das Ende, wo er rausläuft, das ist das Dark Lord Ending. Ich habe das Lamer Ending gemacht. Gut. Ich würde sagen, genug von diesem Run. Genug von diesem Run. Das war genug. Wir haben ihn überstanden und das ist das Einzige, was zählt. was zählt. nicht so Das